einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück zu einem neuen gothic 2 die nacht des raben run heute machen wir den randomizer nochmal mit anderen einstellungen und mit erweiterung google translate edition wie ihr da seht der gute neochromikon hatte dieser samms randomizer ein wenig erweitert und ja es ist hier so dass sämtliche texte ins russische übersetzt wurden und dann wurden sie danach zurück ins deutsch übersetzt und das führt zu einigen kuriositäten wie man hier sieht ja weil man hier im menü schon sieht ein neues spiel und darunter steht lade das spiel herunter und das wäre eigentlich spielstand laden wir machen ein neues spiel und stellen mal hier schöne dinge ein ja und hallo hochkönig und isola und xamo und elke du schaust es später weiter ja das ist doch schön und waffelmilk hallo du meinst der google übersetzer ist schon zu gut geworden ja wir werden sehen wie gut er wirklich ist und jörg haider und anzo und geruchs bestie und karne fix und scully und wuschel und patrick und informant ich grüße euch mal schauen was wir hier schönes einstellen können und fabius hallo auch an dich und elicester elicester du kannst erst später dazu kommen ja aber ich denke in zwei stunden bin ich auch noch bin ich martin ja ich glaube ich werde sehr viel spaß haben fabio und risen drake moin und lef moin und pascal und knochenbrand und white rusher und meredin und jay und ingo mit dem twingo und manuel tuchio hallo 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 freut mich dass ihr alle am start seid ich bin auch sehr gespannt also diesmal werde ich nicht ganz so verrückt einstellen wie letzt mal ich würde sagen wir machen trotzdem wieder eins bis dreifach so starke gegner die monster position machen wir aber diesmal nicht random also gar nicht also ein normales gothic spielgefühl die mpc inventare machen wir mal random die mpc kleidung machen wir nicht random weil ich würde das jetzt gerne diesmal ein bisschen mit mehr zeit lassen ausführlicher spielen so und moin michael und der zauberer und matze und rheindal und ragnar und sintek und pascal das wird ein spaß also mpc kleidung nicht in sondern außen mpc stimmen auch außen container also drohen machen wir mal in gegenstände aus der außen irgendwas außenwelt ähnliche produkte ja wir machen mal ähnliche produkte das war schon ganz witzig waffenverteilung ich weiß gar nicht mehr was waffenverteilung ist hier moin zeki und babay und lighty grüße was war denn waffenverteilung transformieren und nachteile ich glaube ich mach das mal aus und handelsinventar können wir drin lassen weil das ist schon lustig wenn die händler alle random sind oder glaube das ist schon lustig ich bin bei waffenverteilung gerade echt überfragt was das genau bedeutet fritz fratz guten tag moin safe ja ich denke mal und guten abend jens ich denke ich denke mal wir werden wir werden mit diesen einstellungen einfach mal spielen nico dion moin so draußen fängt es langsam an richtig zu gewittern also falls das internet heute auch abkackt wüsste ich schon mal bescheid falls ich irgendwann mal weg bin dann könnte es eventuell daran liegen ja waffelmilk das kann sein dass nur ein bis zwei gold stücke hier drin sind dann und isola vielen dank für die verschenkte kanal mitgliedschaft dankeschön und fritz fratz vielen viel spaß mit deiner kanal mitgliedschaft marius p moin ein neuer ja ein neuer muscharu danke dass du nach so langer zeit noch gothic hochlädst vollsten respekt macht übel spaß zuzuschauen ja freut mich dass es gut ankommt gizmo moin Patrick vielleicht was die leute mpcs verwaffen haben es könnte sein aber ich bin mir nicht sicher ich glaube waffenverteilung wurde irgendwie falsch übersetzt zirulium moin und beastwood ja moin rosier ja ich glaube in vielen teilen von deutschland fängt es gerade an richtig düster zu werden bei mir sieht es echt so aus als wird gleich die welt untergehen schon und jacuzza moin und mr thee auch moin und metaller auch moin so ich würde sagen wir machen das einfach mal so und klicken auf weiter kommt zurück das wird super glaube ich let's go das intro lasse ich auch der ganze zeit halber mal durchlaufen trotzdem das ist zwar nicht random aber wir schauen es uns trotzdem mal an ein einzelner gefangener hatte das schicksal von hunderten geändert aber er zahlte dafür einen hohen preis was haben es dann ist das auch Untertitelung. BR 2018 Er hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist zurück. Da bist du wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns wiedersehen würden. Es fühlt sich an, als ob ich drei Wochen lang unter Steinen gelegen hätte. Es war so. Nur die Magie deiner Rüstung hielt dich am Leben. Ich hatte Angst, dass ich dich nicht aus den Ruinen des Tempels befreien könnte. Aber genug davon. Du bist jetzt hier. Es gibt eine neue Bedrohung, mit der wir umgehen müssen. Und Neo Comicon. Gut, dass du auch hier bist. Ich wollte es nämlich eingangs zum Stream noch erwähnen. Ich habe es gerade schon fast vergessen. Also Neo Comicon ist dafür verantwortlich, dass wir das hier heute spielen dürfen. Also vielen Dank nochmal an dich. Ich habe übrigens seine Spendenseite in der Beschreibung dieses Streams oder des Videos verlinkt. Und auch die von Game TTS, mit der das Ganze hier vertont ist. Also, wenn ihr einen Euro oder zwei übrig habt, dann schaut da mal vorbei bei den beiden und lasst dir mal was da. Weil durch Game TTS werden ganz viele Mods vertont. Und Neo Comicon ist einer der Modder, der fast bei jedem zweiten Projekt hier im Hintergrund mitarbeitet und hilft und macht und tut. Deswegen unterstützt gerne diese tolle Arbeit. So. Dann hören wir uns jetzt die schönen Dialoge an. Und Moin an alle, die hier noch dazu stoßen. Wir haben jetzt genug Zeit. Ich habe das gemacht. Schlafen. Wurde verbannt. Du hast ihn richtig geschlagen. Aber wir können den Krieg, der jetzt folgt, nicht mehr stoppen. Mit seinem letzten wütenden Schrei setzte der Schläfer die Armeen der Dunkelheit in Bewegung. Es war ein Befehl an alle bösen Wesen. Ein Wort der Macht, dem alle geräuschen mussten. Sein letzter Befehl war, kommen. Und sie kamen. Alle. Sogar Drachen. Drachen! Sie sind Wesen von uralter Macht. Ich spüre ihre Anwesenheit. Sogar hier. Und um sie herum ist eine ganze Armee Niederdienerwesen. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier im Tal der Minen von Korinis und bereitet sich auf einen Angriff vor. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch eine weitere Bedrohung, von der ich erst kürzlich erfahren habe. So, sag mal, von welcher anderen Bedrohung sprichst du hier denn? Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Vilias Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Diese Suche hat längst begonnen. Belias Schergen entfeiern die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erweben. Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Belia aufhalten. Ja, moin an alle, die hier noch dazu gestoßen sind. Falls ihr genau wissen wollt, was hier gerade los ist, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dann erklärt sich auch alles von selbst, denke ich. Was wir tun können. Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht von Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinis, nicht weit von hier, gibt es eine Gruppe von Paladinen. Sie haben ein mächtiges Artefakt, mit dem wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es Auge von Innos. Sie müssen dieses Artefakt erhalten. Melden Sie die Bedrohung den Paladinen. Sie müssen Ihren Anführer davon überzeugen, uns zu helfen. Und sobald Sie mit ihm sprechen, sollten Sie das Billiard-Artefakt finden. Dies ist ein Analogon zum Auge von Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Das ist so gut. Wir werden einfach die ganze Zeit von Xadas gesiezt. Das ist sehr höflich auch. Ja, moin an alle, die hier noch dazu gekommen sind. Freut mich, dass ihr da seid. So, sag mal, was ist denn das Auge Innos? Das Auge der Innos. Was ist das Auge der Innos? Das ist ein Amulett. Der Legende nach hat Innos selbst einen Teil seiner Kraft in dieses Amulett gesteckt. Dies wird einen Teil deiner verlorenen Kraft wiederherstellen und uns helfen, die Drachen zu besiegen. Und er hat auch andere verborgene Fähigkeiten. Aber mehr dazu, wenn sie das Amulett haben. Das ist so geil, dass Xadas uns sieht. Und er das Amulett, ja. Warum sollten mir die Paladine das Auge von Innos geben, geben? Weil du dazu bestimmt bist, es zu tragen. Woher möchtest du es beziehen? Es gibt viele Gründe. Das Wichtigste, du hast den Schläfer besiegt. Wenn du nicht freundlich zu den Göttern gewesen wärst, wärst du bereits tot. Nehmen geahnt, sie haben recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge von Innos zu sein. Tragen. Woher wissen Paladine, dass das so ist? Das Auge selbst sucht seinen Träger. Sobald sie es in die Hand nehmen und anlegen, werden Paladine nicht mehr an ihren Worten zweifeln. Das ist so geil. Es ist so höflich, aber auch ein bisschen verwirrend, Alter. Ja, komplett andere Stimmung, das stimmt. Ach. Wie komme ich in die Stadt? Folgen sie von hier aus einfach dem Weg durch die Berge. Die Stadt ist groß. Sie können sie nicht verpassen. Aber sei vorsichtig. Der Weg in die Stadt ist nicht sicher. Und du bist bei Weitem nicht mehr so stark wie früher. Ich brauche eine Waffe. Ich kann ihnen nur das Wenige geben, das ich hier habe. Schauen sie sich in meinem Turm rum. Alles, was sie brauchen, gehört ihnen. Ich werde so schnell wie möglich gehen. Gut. Und hier ist noch eine Sack Niemandem, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem kein Zauberer. Seit ich ins Exil gegangen bin, hat der Kreis des Feuers entschieden, dass ich tot bin, was gut ist. Und hier ist noch eine. Als würde er uns einen Witz erzählen wollen. Ah, geil. Was ist eigentlich mit diesen Texten? Sind die auch random? Ich glaube, die sind... Ja, okay, doch. Die sind auch random. Feltebergsteigerpflanze. Äh... Ja, das ist schon interessant. Hallo. Kannst du mir etwas über diese Steintafel erzählen? Zuerst hatte ich den Verdacht, dass es sich um ein magisches Artefakt handelte. Aber am Ende kam ich zu dem Schluss, dass es keine große Rolle spielte. Ich konnte die Bedeutung dieser Tafel nicht vollständig entschlüsseln. Aber es scheint sich um die Geschichte einer sehr alten Kultur zu handeln. Wenn du ein Tablet brauchst, dann gehört es dir. Ich brauche es nicht. Wenn du ein Tablet brauchst, weißt du, er gibt dir einfach so ein Tablet jetzt. Wo genau sind wir hier? Wie gesagt, nicht weit von der Stadt Korin ist entfernt. Ich habe hier meinen Turm restauriert. Aber es ist erst ein paar Tage her, seit wir uns das letzte Mal im Tag der Min gesehen haben. Die Diener, die ich zum Bau meines Turms gerufen habe, haben großartige Arbeit geleistet. Das kann man sagen. Ja, er hat seinen Turm restauriert, natürlich. Warten Sie eine Minute. Warten Sie eine Minute. Es macht mich fertig. Ich weiß nicht mal, warum ich das so fertig mache. So würde der Held doch niemals sprechen. Ach, scheiße. Wo bekomme ich die beste Ausrüstung? Der nächste Ort, an dem Sie die besten Waffen und Rüstungen bekommen können, ist die Stadt Korinis. Aber unten im Tal finden Sie einige Heidpflanzen, die Ihnen helfen, wenn Sie im Kampf verletzt werden. Direkt vor meinem Turm befindet sich ein See. Von dort gibt es einen versteckten Zugang zum Tal. Junge, ich... Alter, das... Ich habe so ein breites Grinsen jetzt schon. Mir tut schon mein Gesicht weh. Ja, warum kann der Feuerkreis nichts über dich wissen, sag mal. Warum kann der Feuerkreis nichts über dich wissen? Ich war früher ein hochrangiges Mitglied des Kreises. Schon damals vermutete ich, dass Dämonenmagie der Schlüssel zur magischen Barriere sei. Aber ich konnte die anderen Mitglieder dieses Kreises nie davon überzeugen, diesen Weg zu gehen. Also verließ ich den Kreis, um die schwarzen Künste zu studieren. Für dieses Verbrechen, in den Augen der Feuermagier, Frau Heilige Innos, wäre immer gut und gerecht. Keine Entschuldigung. Sie wissen mit Sicherheit, dass ich lebe, aber sie wissen nicht, wo sie mich finden können. Und es ist genau das Gleiche. Was weiter? Was weiter? Wir machen weiter wie geplant. Eine andere Chance haben wir nicht. Du erhältst das Auge von Innos. Und ich werde weiterhin nach Antworten suchen. Ja, das ist doch sehr, sehr schön. So, für jede Arbeit am Alchemiestand ist eine Laborflasche Wasser erforderlich, die dabei verbraucht wird. Um Heiltrinke zu brauen oder magische Kräfte zu verstärken, benötigt der Anwender neben einer besonderen Zutat immer auch eine Pflanze Feldbergsteiger. Tränke, die irreversible Veränderung im Körper oder Geist hervorrufen, erfordern immer eine Pflanze Kronstockel. Ja, 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 der Kronstockel. Ey, war hier nicht eigentlich ein Trank? Okay, wir haben schon mal einen schweren Ast. Ja, das Menü ist einfach auch perfekt, ey. Uh, ein Schmiedehammer, ein Rapier und ein Blitz. Das ist doch sehr schön. Und diesen Schädel kann ich nicht mitnehmen. Ich finde auch sehr geil, äh, lade das Spiel herunter. Ja, das wird ein sehr ernstes, äh, Let's Play hier. Was, was, was kann man denn beim Beja-Schreien so Gutes machen? Beten. Okay, das, äh, kommt zurück. Boah. Ja, trust no one else. Du hast noch nicht viel verpasst. Taste. Das hier ist eine Taste. Ein, was war das? Ein Wagemarsch? Ein Wagemach. Der gute Wagemach. Ja, das war ja, das war ja fast richtig. Das war doch, das war doch eigentlich alles wie, wie immer, oder? Die Insel. Die Hafenstadt Gorenas liegt auf einer Insel vor der Küste des Königreichs Mythana. Die Insel ist vor allem für ihr Tal der Minen bekannt. Ein zweifelhafter Ruf, denn viele Jahre lang erstreckte sich eine magische Barriere über das gesamte Tal und alle Gefangenen des Königreichs wurden hineingebracht. So wurde das Tal zur Strafkolonie für viele Sträflinge, die tief unter der Erde magisches Erd schürften. Außerhalb von Korenas gibt es noch einige Bauernhöfe, die von den guten Boden zum Anbau von Weizen und Rüben sowie zur Schafszucht nutzen. Der größte Bauernhof ist seit Generationen im Besitz eines Großbauern, der das umliegende Land an andere Bauern verpachtet. Im Zentrum der Insel befindet sich ein altes Kloster, Inoskloster, geführt von den Feuermagiern. Dort betreiben sie magische und alchemistische Forschung und Keltern Wein. Ja, das ist aber noch verhältnismäßig, das hätte ich mir lustiger vorgestellt. Wer wissen will, was das für eine Mod ist, der kann einfach mal in die Beschreibung schauen. Da ist eine kleine Erklärung auch und da kann man sie runterladen. Jagen und Bekommen Jedes Tier und jede Kreatur hat seine eigenen Trophäen, die den Ruhm und Reichtum eines erfahrenen Jägers steigern. Blutfliegen Um diese fliegenden Teufel auszuweiten, sind zwei besondere Künste erforderlich. Einerseits können ihre Flügel abgerissen werden, andererseits kann der Stachel herausgezogen werden. Ein erfahrener Jäger sollte beide Künste nutzen, um Trophäen zu ergattern. Feldräuber und Bergleute greifen mit Zangen an. Vor allem die Zecken der Minenraupen gelten als besonders wertvoll, da sie ein Geheimnis enthalten, das die magische Kraft steigert. Es sollte jedoch mit Vorsicht angewendet werden, da der menschliche Körper mit der Zeit nicht mehr darauf reagiert. Auch Minencrawler, Platten erfreuen sich großer Beliebtheit, daraus kann man Rüstungen herstellen. Ja, sehr interessante Bücher hier. Jagen und Bekommen So, Zähne knacken Zähne sind die Waffen vieler Tiere und Lebewesen. Wer geschickt darin ist, sie der Beute zu entreißen, findet seine Beute unter Wölfen, Schnappern, Schattenhaien, Sumpfhaien und Trollen. Die Haut abziehen, ein Talent, das ein erfahrener Jäger oft zu nutzen weiß. Es gibt viele Tiere, deren Körper durch Fell geschützt sind. Schafe, Wölfe und Schattenläufer, um nur einige zu nennen. Ein Jäger, der dieses Talent beherrscht, kann auch Sümpfe und Lauerer häuten. Krallen brechen, eine Kunst, die auf alle Arten von Waranen, Schnappern, Lörkern und Schattenläufern angewendet werden kann. Ja, das ist schon sehr interessant. Wer kennt die nicht? Den guten Schattenhai und die Bergleute mit ihren Zangen, das war... Das ist schon ein Highlight. Es bleibt vielversprechend. So, was haben wir denn hier schönes? Gegrilltes Fleisch, Silberplatte, schön. Schön, schön, schön. Eine Brust. Schön an die Brust gehen. Nice, Dämonenbeschwörung. So, wir müssen uns mal angucken, wie die ganzen Pflanzen heißen. Was haben wir denn hier so? Da ist der legendäre Feldbergsteiger. Die Drachenwurzel, Fleischgräber, dunkler Pilz, feurige Wurzel, Heilwurzel, Heilkraut, Heilpflanze, wilde Biere, Wasser, Milch, gegrilltes Fleisch. Ja. Sehr interessant. Achso. Sorry, Neo. Dann habt ihr jetzt ein Verbot. Jeder, der es jetzt fälschlicherweise downloadet, dann... Das wusste ich nicht. Ich dachte, du hast extra mir geschrieben, dass du den Link vorbereitet hast dafür. Wir sind ja hier unter uns. Soll ich den Link wirklich wegnehmen, Neo? Wenn, dann würde ich kurz das Spiel beenden und es eben machen. Weil hier raustappen aus Gothic ist immer so eine Sache. Das kann ich nicht. Aber ich kann kurz das Spiel ausmachen und den Link wegmachen. Musst du mir nur sagen. Die Weidenröschen. Die mag ich am liebsten. Okay, Neo, wenn du sagst, ist es egal, dann ist es egal, ne? So, Heilkraut. Was haben wir hier noch? Muschelfleisch. Und noch ein schwerer Ast. Sehr interessant. So, jetzt kommt schon der erste harte Gegner. Ja, der Jorgenson, der macht immer Quatsch. Ein Kobold. Kobolde sind die gefährlichsten. Immer diese Kobolde. Ja, und dieser Jorgenson, der macht auch nur Quatsch. Das stimmt. Gibt's ja nicht. So, was haben wir denn hier? Ah, ich glaub, die Waffenverteilung hab ich wirklich ausgemacht. Also man kann gar keine anderen Waffen finden. Aber man kann sie ja noch in Thronen finden, was wir ja schon gemacht haben. Das ist auch gut genug. Ja, der Vatras-Dialog. Ich freu mich auch schon. Ich freu mich auf alle. Auf Lobart. Auf, also ich freu mich wirklich auf jeden. Oh, der ist ja ein sehr schwacher Kobold. Den können wir auch so besiegen. Du mit deinen acht Lebenspunkten hier. Oh, der Kobold hat aber eine schöne Waffe erbeutet. Ja, ja, der Kobold ist ja auch gar nicht so falsch. So, wie stark seid ihr denn so? Wir probieren einfach mal unser Glück. Oh, Mist. Geht weg, Kobolde. Oh, keine Pfeile mehr. Nein. Ja, da muss ich mal das Spiel herunterladen. Äh, Low FM. Diesmal habe ich es nicht so ganz so random eingestellt, wie beim letzten Run. Wenn du es richtig random haben willst, dann solltest du den letzten Run angucken. Den kannst du dir auch auf meiner Kanalseite unter Live-Streams anschauen. Ähm. Diesmal ein bisschen, ein bisschen, äh, weniger. Ein bisschen weniger random. Ja, okay. Ich, äh, glaube, ich muss so gegen die Kämpfen. Ja, ja, ich glaube, hier werde ich jetzt noch öfter sterben. Weil, äh, was ihr vielleicht nicht wisst, ich habe noch nie Gothic gespielt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich Gothic spiele. Und deswegen ist das ein bisschen schwer gerade. Oh, wir müssen zumindest einen töten. Okay, ich habe meine Endgegner gefunden. Die drei, die drei Kobolde. Hättet ihr das Märchen der drei Kobolde? Das Märchen der drei Kobolde geht so, dass, ähm, der Held in die Höhle kam und die drei Kobolde ihn immer wieder töteten. Aber da er verflucht war, musste er immer wieder seinen Spielstand herunterladen und, äh, die Kobolde aufs Neue bekämpfen. Wir haben irgendwie, äh, voll das weirde Angriffsmuster diesmal. Aufleveln. Ich wollte schon immer mal aufleveln. Okay, und die haben sehr viele schwere Äste dabei. Ja, Google Translate von vor ein paar Jahren wäre noch geiler gewesen. Was man hätte auch machen können, ist ja, dass nicht nur in eine Sprache übersetzen können, sondern in zig Sprachen und dann wieder, äh, zurück quasi. Das wäre wahrscheinlich noch heftiger geworden. Heiliger Henker. Ach du, heiliger Henker. Ja, das Angriffsmuster war wirklich ein bisschen random. Das Angriffsmuster wurde auch übersetzt, genau. Ja, falls ich jemanden vergessen habe, der hier gerade dazugekommen ist, äh, moin moin. So, und wir wagen uns mal weiter hier. Oh, wir haben ja einen, äh, Gürtel der Macht. Sollte ich natürlich auch mal anziehen. Ja, die chinesische Übersetzung, das wäre ja auch so ein Ding. Weißt du, ins Russische, dann ins Chinesische, dann zurück ins Deutsche. Dann hätten wir wahrscheinlich so, bring mir den Stuhl und erhalte dafür irgendwas anderes. Ich bin sehr gespannt. Oh, null Erfahrungspunkte. Vielen Dank. Ich bin gespannt, was der gute Lester gleich erzählen wird. Naja, ich glaube nicht, dass die Monster wirklich ganz random sind. Vielleicht sind sie einfach nur... Also, die Goblins haben schon anders angegriffen. Die haben immer gestoppt. Aber das wäre jetzt komisch, weil das war bisher auch nicht in den anderen Runs so, wie ich mit dem Randomizer gemacht habe, dass die Monster random angegriffen haben. Naja, Hauptsache, wir haben genug Fleischgräber dabei. Dann passt das auch hier. Und das gute Barschkraut, genau. Koboldbeeren. Hier liegt einfach nichts. Perfekt. Fabian Krautwald. Ich modde tatsächlich alles ohne's Bein. Also, auf dem herkömmlichen, äh, klassischen Wege. So, ich bin sehr gespannt auf Lester. Feurige Wurzel hier. Wie hieß der? Leicester? Ja, äh, Leicester. Na? Kennen wir uns überhaupt? Leicester? Leicester? Kennen wir uns? Hallo? Ist jemand zu Hause? Ich habe meinen Hals riskiert, damit du an diesen seltsamen Stein kommst. Du schuldest mir was. Diesmal müssen sie sich daran erinnern. Erinnern sie sich noch an Digo, Milton und Gorn? Äh, transparent. Transparent. Und was ist mit dir? Soweit ich weiß, hätten sie die Zerstörung der Barriere überleben sollen. Ich habe keine Ahnung, wo sie jetzt sind. Vermutlich hängen noch drei davon im Minental herum. Wenn du sie triffst, lass es mich wissen. Natürlich. Äh, was ist denn passiert? Was ist passiert? Nachdem sie den Schläfer besiegt hatte, geriet die gesamte Bruderschaft in den Wahnsinn. Ohne ihren Meister waren sie alle nur leere Hüllen. Und du? Was ist mit dir passiert? Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen. Aber ich rannte weg, als mein Kopf klar genug war. Einmal glaubte ich, einen großen schwarzen Schatten gesehen zu haben, der sich auf eine Gruppe von Flüchtlingen stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke niederbrannte. In diesem Moment dachte ich wirklich, dass der Drache gekommen war, um mich zu töten. Hast du mehr gesehen? Nein. Ich packte meine Beine und rannte los. Das ist doch sehr interessant. Gibt es einen Grund, warum ich kein Spine benutze? Eigentlich nicht. Eigentlich gibt es keinen Grund. Ich habe immer klassisch gemoddet und bin einfach dabei geblieben. Das ist der Grund. Ich gehe nach Korinus. Was weißt du über die Stadt? Ich gehe nach Korinus. Was weißt du über die Stadt? Korinus? Nun, es ist eine Hafenstadt. Nichts Besonders. Warum fragst du? Ich muss zu den Paladinen gehen, die angeblich in der Stadt sind. So? Tatsächlich. Ah, man kommt nicht einmal in die Stadt, geschweige denn zu Paladinen. Okay. Habt ihr Vorschläge, wie ich in die Stadt komme? Jedoch, vor einiger Zeit arbeitete ich für einen alten Alchemisten namens Konstantino. Er ist sehr einflussreich in der Stadt und wies den Torwächter an, jeden zu ihm durchzulassen, der ihm seltene Kräuter verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du sammelst eine große Gruppe Pflanzen, die hier überall wachsen und tust so, als würdest du für Konstantino arbeiten, dann wirst du durchgelassen. Aber vermischen sie nicht alles. Die Stadtwächter sind etwas dumm und haben keine Ahnung von Alchemie. Der Dutt muss sich für sie wie etwas anfühlen, wenn du damit durchkommst. Der Dutt? Ich denke, zehn Exemplare derselben Pflanzenart sollten ausreichen. Danke für den Rat. Wie lange versteckst du dich schon hier im Tal? Das weiß ich nicht genau. Aber ich denke, vielleicht eine Woche. Aber es gibt noch eine Sache. Als ich abends hierher kam, schaute ich mich oben auf dem Berg um. Es gab nur wenige Bäume. Und als ich am nächsten Tag hinschaue, steht plötzlich dieser Turm da. Ich schwöre dir, dass es noch nie passiert. Seitdem habe ich das Tal nicht mehr verlassen. Meinst du Xardas-Turm? Ich wusste, dass er mächtig war, aber er konnte sogar einen Turm bauen. Xardas, der Dämonenbeschwörer? Wohnt er in diesem Turm? Ich weiß nicht, ob mich das beruhigen wird. Keine Sorge. Er hat mich aus dem schlafenden Tempel befreit. Er ist auf unserer Seite. Oh Mann, ey. Ich wusste ja, dass er mächtig war. Er konnte sogar einen Turm bauen. Du solltest Xardas von dem Schatten erzählen. Es könnte wichtig sein. Glaubst du, es war nicht deine Einbildung? Du meinst, es war wirklich. Der Drache. Ja. Du bist wieder mitten im Geschehen. Habe ich recht? In der Mitte würde ich nicht sagen. Noch nicht. Wenn es so wichtig ist, werde ich ihn sehen. Aber nicht jetzt. Bis dahin werde ich mich ausruhen. Ich habe es immer noch satt, aus der Kolonie zu fliehen. Ich glaube, du hast noch viel zu tun. Bis später in Xardas. Bis später im Xardas, ja. Warte, wir sind noch nicht fertig. Wir wollen noch alles über den Bereich hier wissen. Was wissen Sie über diesen Bereich? Wenn Sie Ihren Weg fortsetzen, kommen Sie zu einem Bauernhof. Die Stadt beginnt etwas hinterher. Aber Vorsicht, wir tummeln sich nicht nur Wölfe und Ratten, sondern auch Kobolde und Banditen. Kobolde. Okay. Ja, vielen Dank, Herr Leicester. So, junger Wolf. Du bist aber sehr schwach. Das ist gut. Was hast du denn so dabei? Natürlich einen Sturmbringer hat er dabei. Hat er gegessen. Der ist ein bisschen stärker hier. So, auch Stress, junger Wolf. Komm mal ran. Auch ein Goldstück. Das wissen viele nicht. Junge Wölfe haben immer Goldstücke dabei. So, wen gibt es denn hier noch? Noch einen Wolf. Oh, sogar ein Crit. Die haben alle Goldstücke dabei. Das ist echt sehr interessant. Der hat aber gar nicht mal so wenig Schaden gemacht. Ich werde es auf jeden Fall sehr interessant finden, diesmal ein bisschen langsamer zu spielen. Mir alles anzuhören vor allen Dingen. Und auch, was noch viel wichtiger ist, alles zu untersuchen. Guck mal. Zwei Hand Kampf Steintafel. Warte mal, was stand da noch? Die Steintafel ist von einer magischen Aura umgeben. Okay. Was ist hier? Graue Steintafel. Scrollen. Du bist da ein bisschen, äh... Oh, die sind, glaube ich, genauso stark. Oder die ist genauso stark wie die üblichen Blutfliegen. Sehr gut. Ja, die jungen Wölfe haben ein Goldstück und die erwachsenen Wölfe haben dann wahrscheinlich noch mehr Gold dabei, die schon reicher sind. Ja, im Xardas klingt wirklich wie so ein Nachtclub, ne? Warst du schon im Xardas? Die hat wenig Leben. Die hat wenig Leben. Ähm, ich spiele, wenn ich so rumlaufe, low FM, dann spiele ich mit der Maus. Aber wenn ich kämpfe, dann benutze ich die Tastatur. Das habe ich mir einfach so angewöhnt und so kann ich am besten spielen. Mit der Maus kämpfen mag ich nicht so gerne. Bei Gothic 1 und 2. So, komm her, Junge. Rade. Doch, die Waffen sind random. Hier lag nämlich eigentlich ein rostiges Schwert. Jetzt ist hier auch nur ein schwerer Ast. Hier, Jota. Nicht Lothar, der hier eigentlich lag, sondern es ist Jota geworden. Interessant wird es ja gleich, wenn wir in die bewohnten Gebiete kommen, ne? Ich wollte natürlich nur am Anfang nicht das Gebiet hier auslassen. Einfach gucken, was hier ist. Ich habe ja auch extra die Monster diesmal nicht random gemacht, damit wir schauen können, was sich in den Gebieten so befindet. Und damit wir den guten Leicester besuchen können hier. Unser bester Freund. Ja, man kann Gothic auch nur gut, also auch gut mit der Tastatur spielen alleine. Das geht, das stimmt. Habe ich früher sogar eine Zeit lang auch noch lange gemacht, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das Rumlaufen und so eigentlich sehr angenehm ist, weil du dich so schnell umdrehen kannst. Das kannst du ja mit der Tastatur alleine nicht, weil wenn ich mich jetzt umdrehen will, dann muss ich mich so langsam umdrehen. Und so kann ich einfach zack, zack. Ja, Gorn. Diesmal ohne Speedrun. Einfach ein bisschen entspannter, aber noch mit einer zusätzlichen Erweiterung. Alles ist ein bisschen falsch übersetzt. Ja, Blue Dragon, das Problem kenne ich. Auch einer der Gründe, warum ich ungerne die Maussteuerung für den Kampf benutze. Früher habe ich auch nur mit der Tastatur gespielt. Ich bin so gespannt, was unser Freund Cavallon gleich sagt und ob er überhaupt Cavallon heißt. Der Wolf hat wirklich Gold dabei, schon wieder. Also Fleisch ist anscheinend Gold. Ein Bastard weniger. Ein Bastard weniger, hat er gerade gesagt. Der hat es gehört. So, erstmal gucken, was die hier so dabei haben. Ein langen Bogen, das ist schon mal gut. Roher Stahl. Den muss man erst noch braten. Das wurde vom Russischen ins Deutsch übersetzt. Steht auch in der Beschreibung nochmal. Da habe ich es ja hingeschrieben. Und moin an alle, die hier dazukommen. Eine brutale Org-Axt. Wer hätte es gedacht. Da muss ich doch erstmal in die Brust. Ein grobes Bastardschwert. Ein Cello-Bow. Silberner Kirch. Heile mittlere Wunden. Also ist schon sehr gut. Also wenn jemand das mal in ferner Zukunft nochmal machen möchte, dann müsste er es wahrscheinlich wirklich vom Russischen dann nochmal ins Chinesische oder so übersetzen. und dann nochmal zurück ins Deutsche. Das wäre ja wahrscheinlich noch lustiger dann. Ja, Soldat. Hast du Probleme, Soldat? Verschlimmerung? Verdammt. Ich weiß nicht einmal, wo sie sich alle verstecken. Du tötest einen und nach einer Weile kommen alle zurück. Moment. Ich kenne sie. Du bist der Typ, der mich im Minental nach Pfeilen gefragt hat. Ah, nee. Ich kann mich nicht erinnern. Sorry. Kann mich kaum erinnern. Nun ja. Ich habe dir beigebracht, wie man mit einem Bogen schießt und wie man sich in deine Rütte vor dem alten Lager schleicht. Berufung? Berufung? Du heißt Cavallon, oder? Oh, ich sehe, dass du mich nach allem, was wir in der verdammten Kolonie durchgemacht haben, nicht vergessen hast. Wo gehst du hin? Wo habt ihr denn gerade Bluesongs gesehen? Habe ich das aufgesammelt? Wir kehren ins Tal der Minen zurück, denke ich. Wir kehren ins Tal der Minen zurück. Wirklich? Ich wünschte, ich könnte dir folgen. Aber zuerst muss ich arbeiten. Wenn sie im Minental sind, schauen sie bitte nach, ob meine alte Hütte noch steht. Ich würde gerne eines Tages dorthin zurückkehren. Ich würde gerne folgen. Aber zuerst muss ich zur Arbeit, sonst mein Chef, der schmeißt mich raus. Okay. Sag mal, was machst du denn hier, Soldat? Was machst du hier? Ich stecke hier fest. Wenn es diese verdammten Banditen nicht gäbe, wäre es so. Ich bin nicht hier. Ja, Neo-Chromikon. Jetzt ist Entspannung angesagt hier. Jetzt kommen auch gleich erstmal die ganzen Gespräche. So, und die Banditen? Was ist mit denen? Und die Banditen? Haben sie in den letzten Wochen verschlafen? Oh. Ich spreche von diesem ganzen Gefängnis, das hier rumhemmt. Sie rauben und töten wie verrückt. Sei froh, dass sie mich leben lassen. Ich habe nicht auf den Moment geachtet, als sie mich von hinten trafen. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Sachen jetzt zurückbekomme. Wurden sie von Banditen ausgeraubt? Ja. Sie verprügelten mich und warfen mich den Kobolden vor. Das waren verdammt wichtige Dinge. Der Brief und mein ganzes Geld. Ich sollte es auf jeden Fall zurückbekommen. Aber ohne Unterstützung gehe ich dort nicht mehr hin. Dieser feige Haufen Lumpen. Interessante Rüstung an dir. Du gehörst nicht mehr zu den Schatten? Schatten? Seit dem Fall der Barriere gibt es sie nicht mehr. Als wir das Minental endlich verlassen konnten, hatte ich keinen Grund mehr, mich festzuhalten. Jetzt arbeite ich für Wasserbindiger. Ich gehöre zu Wasserringen. Ich gehöre zu Wasserringen, Junge. Gorn, zufälligerweise ist, wie immer, ein Link in der Beschreibung zu finden. Und da kann man das dann auch runterladen. Das mache ich eigentlich seit jeher so. Also der Promi-Bonus, den ich oft zu hören bekomme, den habe ich gar nicht. Erzähl mir mal mehr über Wasserring. Erzähl mir mehr über ihn, Wasserring. Ich darf eigentlich nicht darüber reden. Ich kann dich nur nach Vatras schicken. Er ist der Vertreter der Wasserbindiger in Korinus. Es wäre besser, wenn du mit ihm sprichst. Sag ihm, dass du von mir bist. Vielleicht bringt er sie zu uns. Wir brauchen wirklich mehr gute Leute. Das macht alles Sinn. Waren sie und ihr Volk nicht damals verfeindet mit den Wasserbindigern? Waren sie und ihr Volk damals nicht die Feinde der Wasserbindiger? Die verrückten Zeiten von damals sind vorbei. Es gibt kein neues Lager oder altes Lager mehr. Da es nun keine Straflingskolonien mehr gibt, ist jeder sich selbst überlassen. Die meisten von uns ehemaligen Häftlinien werden immer noch verfolgt. Den Wasserbindigern will lang es mein Urteil aufzuheben. Und jetzt kann ich mich frei bewegen. Sag mal, was machen denn die Wasserbindiger jetzt? Was machen Wasserbindiger jetzt? Du bist auf dem Weg zu etwas Großem. Dies ist ein unbekanter Teil der Insel. Teil unbekannt? Wo soll es sein? Mehr kann ich dir nicht sagen. Sprecht mit Vatras in Korinis. Das werde ich tun. Ja, mit den Banditen helfen wir ihnen gleich. Aber wir reden natürlich erst mit unserem Lieblingsbanditen. Mal gucken, ob ich den Dialog überhaupt hinbekomme. Und moin an alle, die hier noch dazugestoßen sind. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Woher kommst du? Ich komme aus den Bergen. Exakt. Du kommst aus den Bergen. Und das ist schlecht für dich. Sehr schlecht. Du wirst gesucht. Eine ganze Menge Bösewichte. Es gibt jemanden, mit dem sie wirklich reden müssen. Folge mir. Immer dieses Siezen. Wer sucht mich? Die Hälfte von Korinis ist hinter dir her und du sagst mir, dass du keine Ahnung hast. Oh, verstehe. Du willst einfach nicht mit mir da überregen, oder? Also. Dein Geschäft. Kommst du also oder nicht? Mit wem soll ich reden? Mit meinem Anführer. Sein Name ist Brago. Er kann dir alles besser erklären als ich. Na und? Wir gehen. Ne, wir gehen noch nicht. Ja, Leute. Ich, äh. Ich muss ja auch die ganze Zeit grinsen. Ich hab ja eben schon gesagt. Mein Gesicht tut schon ein bisschen weh, weil ich einfach ein Dauergrinsen habe. Woher weiß ich, dass es keine Falle ist? So langsam hab ich dich satt. Wenn du meine Hilfe nicht brauchst, warum gehst du dann nicht in die Stadt und lässt dich ficken? Kommst du jetzt mit mir oder nicht? Okay. Okay. Mach langsam, Freund. Jemand hat schon einmal versucht, mich auszutricksen. Oh? Jemand hat mir vorgeschlagen, das Amulett zu holen und den Gewinner aufzuteilen. Als wir dort ankamen, griffen der und seine Freunde mich an. Es sieht so aus, als hätten sie die falschen Leute kontaktiert. Wo war es? Äh. Moin, Brillando. Junge. Das war völlig unter der Gittellinie. Ich war ein Gefangenen an einer Bergbau-Kolonie. Ich war ein Gefangenen an einer Bergbau-Kolonie. Sind sie außerhalb der Barriere? Mann, dann saßen wir zusammen. Ich kenne dich nicht. Ich war ein Bagger im alten Lager. Hatte nicht viel damit zu tun. Aber was ist jetzt wichtiger? Du bist in großen Schwierigkeiten. Jemand hat dir eine ordentliche Summe auf den Kopf gelegt. Und er machte einige Notizen. Mit deinem Gesicht auf. An deiner Stelle wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Es gibt hier Leute, die für Gold ihre Mutter töten würden. Aber ich denke, wir Kolonie-Jungen sollten zusammenhalten. Nun, ich denke, ich sollte jetzt Danke sagen. Gegenwärtig. Passen sie besser auf, um am Leben zu bleiben. Boah, Junge, Alter. Kann ich ein Bild haben? Transparent. Schließlich ist dein Gesicht darauf abgebildet. Transparent, ja. Wer ist dieser Typ, der das Kopfgeld zahlt? Ich weiß es nicht. Nur einer von uns kennt ihn. Und wer ist das? Hey Mann. Das kann ich dir nicht sagen. Du weißt, wie die Dinge laufen. Zehn Gold für den Namen des Mannes, der das Kopfgeld gegeben hat. Oh, das kann ich wirklich nicht. Jetzt spuck es aus. Oh Gott. Also. Dexter ist sein Name. In der Nähe des großen Bauern befindet sich ein steiler Felsen. Es gibt ein Wachturm und ein paar Minen. Er hat irgendwo ein Geheimnis. Wo bist du? Hier ist dein Gold. Und sag ihnen nicht, wer es dir gegeben hat. Juhu, aber man muss ehrlich sagen, die Sprachausgabe ist verdammt gut, Mann, ne? Also. Die sagen das so monoton, aber das hört sich gar nicht mal schlecht an, ne? Und es ist ja lustig. Gibt es sonst noch etwas Interessantes für mich? Meinst du diesen Bereich? Wenn sie am Leben bleiben wollen, bleiben sie auf den Wegen. Je weiter man in die Wildnis vordringt, desto gefährlicher wird es. Gehen sie besser nicht in die Höhle hier oben. Meine Kollegen, die dort sitzen, werden ihnen die Haut wegblasen. Sie wissen ein oder zwei Dinge über Wrestling. Über Wrestling. Junge, was? Alter, mein Kopf tut schon weh, ey. Kann ich dir bei den Banditen helfen? Vielleicht, aber egal wie dünn du bist, du hast seit Wochen kein richtiges Schwert mehr in den Händen gehalten. So, ich glaube, ich habe keine andere Wahl, als ihr Angebot anzunehmen. Meine Zeit wird knapp. Okay, pass auf. Die Straße hier ist eines dieser schmutzigen Löcher, in denen sich Banditen gerne verstecken. Die Typen da drüben haben meine Sachen gestohlen. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, dann holen wir die Lumpen. Okay, ich brauche aber erstmal Ausrüstung. Ich brauche bessere Ausrüstung. Die Schweine haben mich nicht sehr verlassen. Ich kann dir ein Wolfsmesser geben. Reicht das vorerst? Das Messer ist gut. Aber wie sieht es mit der Heilung aus? Ich habe zwei Heiltränke. Interesse? Transparent. Herkommen. Transparent herkommen. Oh, Junge, Alter. Das macht einen so fertig. Und moin an alle, die hier noch dazugekommen sind. Alter, ohne Witz. Man ist gar nicht gewohnt, so viel hintereinander so dauerhaft zu grinsen. Mir tut schon richtig mein Gesicht weh. Das ist gute Übung für die Gesichtsmuskulatur hier. Egal wie dünn du bist, ne? Ja. Die hauen hier auch Einspruch nach dem anderen raus. Sag mal, bald wird es dir Ärger geben, Kumpel. Bald wird es Ärger geben. Was ist passiert? Ein Typ namens Kavalon ist auf der Suche nach dir. Ein Fluch. Hat der Kerl überlebt? Ich bin weggegangen. Ich bin weggegangen. Ein Fluch. Ja, ja. Die Sprachausgabe ist halt echt, die beeindruckt mich auch wirklich immer wieder hier. So, lass mal schütteln jetzt. Lasst es uns schütteln, Leute. Alles klar. Pass einfach auf mich auf, okay? Jetzt werden sie je blaues Wunder erleben. Einfach mal schütteln. Oh Mann, ey. Das ist einfach viel zu gut. Ey, wir haben ja einen Trank der Stärke bekommen. Aber die nehme ich erstmal noch nicht. Du solltest besser nicht hierher kommen. Du solltest besser nicht hierher kommen. Einfach der Soldat muss alle besiegen, ja. Nagelstift. Du hast es verdient, Wichser. Hahaha. Danke für das Gold, Held. Ich nehme lieber eine Waffe. Boah, ich kann nicht mehr, ey. Ich kann aber nicht mehr. Boah. Runenbuch der Feuermagier Nachricht. Okay. Versiegelte Botschaft. Diese Nachricht wurde sorgfältig versiegelt. Boah, Junge. Nun, es ist geschafft. Ach, du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen. Dann kann ich endlich meinen Job machen. Ich habe zu viel Zeit verloren. Welcher Reihenfolge? Oh, ja. Ich muss zuerst in die Stadt und dann. Hm. Ich weiß nicht, wie ich das alles machen soll. Was ist mit mir passiert? Hm, warum nicht? Sie könnten den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich etwas mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen sollte einen Brief in der Tasche haben. Bringt ihn zu Vatras, dem Wasserbändiger der Stadt. Sie werden ihn am Tempel von Adanos treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr ertragen kann. Und wenn er fragt, wo ich bin, sagen sie ihm einfach, dass ich bereits zum Treffpunkt gegangen bin, okay? Ach ja, noch etwas. Kaufen sie zuerst ein paar anständige Kleidung von den Bauern. Andernfalls wird jemand anderes denken, dass sie es sind Bandit. Hier sind deine Münzen. 50 habe ich bekommen. Du kannst mir etwas beibringen. Sicher. Weißt du das? Mann, sie haben dir wirklich Ärger gemacht. Du kannst dich an nichts erinnern, oder? Alter, es ist viel zu krass. Oh ja. Ich möchte deine Fähigkeiten erlernen. Sicher. Was wollen sie wissen? Wisst ihr, dann passiert die ganze Zeit was Lustiges, ne? Ich muss mich ganz sehr schlapp lachen. Dann reden die. Ich lese noch parallel euren Text. Ihr wiederholt nochmal die Dinge, die die hier sagen. Es ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel, Mann. Einerseits Waffe. Ja. Dann mach's mal gut, Soldat, ne? Vielen Dank. Für die Hilfe. Oh. Ein goldener Kompass. Wir können ja auch mal gucken, was in dieser Nachricht hier steht. Also den Brief, den öffne ich mal nicht. Obwohl, wir könnten ihn eigentlich öffnen und gucken, was da drin steht. Und dann wieder laden. Lieber Vatras mit W. Wir haben das Portal erreicht. Du hattest recht. Tatsächlich scheint es, dass sie Adanos-Gläubige waren. Ich bitte Sie, dies anhand meiner Notiz noch einmal zu überprüfen. Seit mehreren Tagen haben wir keines dieser seltsamen Steinwesen mehr gesehen. Trotzdem bebt der Boden aus unbekannten Gründen weiterhin. Ich vermute, dass uns die Studie bald weitere Informationen hierzu liefern wird. Das Ornament, das wir gefunden haben, ist viel wichtiger, als wir zunächst dachten. Es scheint ein wichtiges Schlüssel-Artefakt zu sein. Leider ist es nicht vollständig. Wir müssen es weiter untersuchen. Schicken Sie eines unserer Kinder raus. Raus, Ring aus Wasser. Um es zurückzubringen. Wenn Sie können, schicken Sie Kavalorn nicht. Ich habe ihn gebeten, Ihnen diesen Brief zu geben. Ich denke, er hat vorerst genug damit gemacht. Ich hoffe, wir machen das Richtige. Sättigung. Okay, ja, schön. Die Sättigung. Ich hoffe, er heißt wirklich Sättigung. Das wäre so gut. Schlafen Sie bis zum nächsten Morgen. So, was haben wir hier noch? Mein Foto. Eigenschaften. Nachricht. Stoppt alle Männer, die aus den Bergen kommen. Falls jemand den Pass herunterkommt, ist es wahrscheinlich ein alter Mann. Lass dich nicht von ihm täuschen. Er ist eine gefährliche Hexe. Folge dem Kerl. Es kann gut sein, dass es der Typ ist, den wir suchen. Kontaktiere ihn. Mit diesem Brief sende ich Ihnen 30 Barren Gold. Er bekommt 30 weitere, wenn er einen Menschen töte. Bring seinen Kopf zu alten Miene beim großen Bauern. Ich kann nicht mehr, ey. Das macht mich einfach fertig. Ach, Mann, ey. Boah. Ja, das ist einfach verrückt, Mann. Viel zu verrückt. Boah. Ja, ich schwitze, weil es warm ist und vor Lachen. Das ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Ja. Und der hat aber auch nochmal eine Geisterhaut dabei. Natürlich. Die Geisterhaut. Ach ja. Der Kronstockl, den nehmen wir natürlich auch mit. Junge, Junge, Junge. Guck mal, wir streamen gerade mal eine Stunde, ne. Und ich bin einfach, ich bin knallrot. Ich bin am schwitzen, weil es einfach so lustig ist. Herausgeben. Was ist denn herausgeben? Naja. So. Den haben wir denn hier. Malek. Hey, Fremder. Ich sah dich von den Bergen herunterkommen. Du hast Glück, dass du nicht schon vor drei Wochen hier vorbeigeschaut hast. Wir möchten, dass sie hier deinen entlaufenden Sträfling fest. Und wir haben uns schnell darum gekümmert. Du siehst ziemlich erschöpft aus. Was willst du hier? Äh, ja. Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieser Bastard. Es müssen dieselben Bastarde gewesen sein, die letzte Nacht eines unserer Schafe gestohlen haben. Du hast wirklich Glück. Die meisten von ihnen überleben nicht. Okay. Ich kenne das Versteck der Banditen. Willst du sie angreifen? Ohne mich. Es ist zu gefährlich. Außerdem muss ich mich hier um meine Schafe kümmern. Aber wenn sie glauben, dass sie das Rudel loswerden können, werden ihnen alle auf dem Bauernhof sehr dankbar sein. Das Rudel? Die Banditen werden dich nicht mehr belästigen. Warum? Sie sind tot. Sie haben die falsche Person kontaktiert. Danke, Innos, dir. Es ist nicht viel, aber man muss es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Es ist nicht viel, aber man muss es haben, Junge. Alter. Ich kann jeden hier verstehen, ne? Dem das hier auch so fertig macht. Ich lache mich auch so kaputt. So, ich gehe in die Stadt. Verstehen. Was ist ein Feldbergsteiger? Ein Feldbergsteiger ist ein Feldknüterich. Und Franz, es wäre, oder Frant, Franti? Nee, Franti doch. Es wäre interessant zu wissen, wie viel Speicherplatz Gothic auf meiner Festplatte einnimmt. Nicht so viel. Gothic ist ja nicht so groß. Ich habe es zwar ein paar Mal installiert, aber ja. Boah, das wäre ultra geil, diese Version von Google Translate auch für Elex 2 zu haben. Das wäre dann das beste Spiel überhaupt. Ist meine Wurst, Bruder. Ja, der eine Söldner, vielen Dank. Es ist nicht viel, aber man muss es haben. Dankeschön für die Wurst, Mann. So, ja, wir machen mal weiter. Wir brauchen bessere Ausrüstung. Ich brauche bessere Ausrüstung. Ich kann mir vorstellen. Aber dich sei es dir gleich, wir haben hier nichts zu geben. Wenn Sie bezahlen können, was Sie wollen, wird Ihnen Lobat etwas verkaufen. Andernfalls gehen Sie auf ihn zu und fragen Sie, ob er einen Job für Sie hat. Na gut. Wo ist Lobat zu finden? Naja, natürlich im Hof. Der Hof gehört Ihnen. Und tu ihm nicht weh. Er verprügelte viele obdachlose auf seiner Farm. Er verprügelt dich wieder obdachlose auf seiner Farm, natürlich. Ausgezeichnete Arbeit. Dankeschön. Ein Mistkerl weniger. Das ist ein Wolf. Leute, wenn ich auch nicht so gut den Chat jetzt verfolgen kann, es passiert einfach so viel die ganze Zeit. Und dann schreibt ihr auch viel und dann geht leider viel unter. Aber ich gucke immer mit einem Auge hin und ich muss da noch mehr lachen. Einer der Bauern außerhalb der Stadt hat mich geschickt. Was? Kennen die Bauern das Versteck? Der Schaffal erregte meine Aufmerksamkeit. Verdammt. Na dann werde ich umziehen. Wenn die Jungs den Vorrat leer finden, werden sie vielleicht aufhören nach mir zu suchen. Oh Junge, ey. Der Lobat ist heftig, ey. Lobat ist aber viel zu krass, Mann. Achso, wir haben doch noch bessere Waffen hier. Wir haben den Nagelstift. Ja, hier kommt echt ein Hammer nach dem anderen, ey. Einer nach dem anderen wird hier rausgehauen. Man kommt gar nicht hinterher mit der Verarbeitung. Loben. Der gute Loben. Warum steckst du hier auf meinem Land fest? Auf welcher Seite bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Boah, ich weiß es nicht. Für Landwirte. Ich verstehe hier gar nichts mehr, Bruder. Ich verstehe nicht. Was? Leg dich nicht mit mir an, Junge. Ich möchte wissen, wo du stehst. Für wen bist du also? Für Landwirte. Ha! Ona, dieser verdammte Kriegstreiber, wird uns alle töten. Wie lange glaubst du, dass sich die Paradine das ansehen? Nach dem, was Ona getan hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Was ist denn hier los? Sie wissen nicht, was los ist? Junge, wo kommst du her? Wir stehen am Rande eines Bürgerkriegs. Bisher betrachteten alle Bauern die Forderungen an die Stadt als gerechten Tribut. Aber da die Paladine in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer häufiger. Und sie nehmen nach und noch alles auf. Wenn das so weitergeht, stehen wir bald vor dem Nichts. Einige Bauern beginnen zu rebellieren. Ona war der erste von ihnen. Junge, Junge, Junge. Sag mal, auf welcher Seite stehst du denn? Was ist mit dir passiert? Auf welcher Seite bist du? Bauer oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin sehr froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König presst das Blut aus uns heraus und Ona lässt seine Söldner auf jeden los, der sich ihm nicht anschließt. Aus diesem Grund sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen. Aber früher oder später müssen sie sich für eine Seite entscheiden. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier. Er verließ die Stadt. Es heißt, er habe Söldner angeheuert, um die Stadtwachen von seinem Rücken fernzuhalten. Ich kann es ihm nicht verübeln. Jedenfalls wagen sich keine königlichen Soldaten mehr an seinen Hof. Wer sind diese von Ona angeheuerten Söldner? Ich weiß nicht viel über Jungs. Viele von ihnen sollen ehemalige Heftlinien der Bergbaukolonie sein. Du weißt, was du von ihnen halten sollst. Okay. Ich suche Arbeit. Ich brauche keinen weiteren Diener. Aber für einen Tagelöhner hätte ich etwas zu tun. Ich meine, sie können mir vor Ort helfen. Und es gibt bestimmt noch einiges mehr zu tun. Ich könnte dich in Gold bezahlen. Oder dir schöne Kleidung zum Anziehen schenken. Dinge viel wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben. Aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. Beim Gehen müssen sie Kleidung mitnehmen. Jedoch, ein kleines Rüben fällt neben der Scheune im Huss abgeerntet. Ach so. Ich soll Rüben anbauen. Oh, Junge. Soll ich Rüben anbauen? Willst du mich verarschen? Der Job eines richtigen Mannes ist für einen solchen Mann wahrscheinlich nichts. Liebenswürdiger Herr, was? Dir aufs Feld oder verlasse meinen Garten. Hast du sonst noch etwas für mich zu tun? Sammeln Sie zunächst die Rüben vom Feld ein. Dann werden wir sehen. Er ist so höflich. Selbst wenn er einen beleidigt, ist er einfach noch höflich. Komm, wir sammeln mal extra nicht alle Rüben ein. Einfach um zu gucken, was er sagt, Mann. Hier, deine rote Bete. Klar. Hier ist deine rote Bete. Es sind nicht einmal 20 Stück. Hast du den Rest gegessen? Das hoffe ich nicht, mein Junge. Sonst vergisst du vielleicht deinen Gehalt. Stellen Sie sicher, dass Sie mehr bekommen. Kommen Sie, machen Sie sich an die Arbeit. Oder ich bringe Sie um. Oder ich bringe Sie um. Junge. Verlasse meinen Garten. Wirklich, hier wird so... Ein Spur nach dem anderen. So, hier. Hier ist deine rote Bete. Du bist vielleicht was gut. Bringen Sie sie zum Haus meiner Frau und lassen Sie sie kochen. Was ist mit meinem Gehalt? Ich kann dir fünf Goldmünzen geben. Oder Kleidung billiger verkaufen. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Geben Sie mir den besten Preis für Kleidung. Gut. Ich gebe sie dir für zehn Gold weniger. Schön. Dann besuchen wir mal seine gute, liebreizende Frau. Ja, ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Er ist dafür bekannt, dass er viele Obdellose verprügelt. Hallo du. Hallo du. Okay. Ich habe hier eine Rübe. Ich habe hier eine Rübe für dich. Gut. Das sollte ausreichen, um die Jungs satt zu machen. Da du hier bist, vor ein paar Minuten sah ich einen Verkäufer vorbeikommen. Ich glaube, er hat auf dem Weg in die Stadt angehalten. Gehen Sie zu ihm und schauen Sie, ob er eine Bratpfanne hat, die ich benutzen kann. Okay. Gib mir das Gold und ich folge dir zum Händler. Glaubst du, ich kann dir vertrauen? Warum verkaufst du mir nicht Geld, hörst du? Ja, warum verkaufen wir ihr eigentlich kein Geld? Hast du etwas zu essen für mich? Nimm es. Du bist ein guter Junge. Danke. Komm, wir nehmen uns mal die Bauernkleidung aus der Brust. Ich will nämlich wissen, was Lohbert so sagt, wenn er wütend ist. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Das klingt nur pervers, wenn du selber perverse Gedanken hast, mein Lieber. Blaue Dudelsäcke. Natürlich. Wie geht es dir, Bauer? Ich kann mich nicht beschweren. Kann ich etwas für dich tun? Was kannst du anliegen? Ich bin ein reisender Kaufmann. Ich verkaufe von allem ein bisschen. Ja, dann zeig mal. Zeigen Sie mir Ihr Produkt. Wählen Sie etwas Neues. Ja, okay. Jetzt hat er für uns natürlich keine Pfanne. Ich muss gehen, was mich betrifft. Ich muss gehen, was mich betrifft. Kann ich jetzt eigentlich die Kleidung ausziehen und dann erkennt er mich doch? Ich muss gehen. Was mich betrifft. Ach ja, was mich betrifft. So, reden wir mal mit den normalen Bauern auch. Ich weiß nicht, ob er Geld verkauft. Müssen wir mal gucken. Auf die Polizei kann man sich nicht verlassen. Wir müssen uns verteidigen. Wo ist denn der andere Bauer? Hier gab es noch einen. Warten Sie eine Minute. In letzter Zeit wird es hier immer gefährlicher. Und Feldräuber werden zu einer echten Plage. Ja, das klingt ja noch halbwegs normal. Beefy Audio. Du kannst ja gerne mal in die Beschreibung schauen. Da habe ich kurz erklärt, was das hier für eine Version von Gothic ist. Und, äh, live. Vielen Dank für die sieben Monaten. Äh, für sieben Monate. Ich kann auch schon nicht mehr reden. Wie läuft die Arbeit? Wie immer. Viel Arbeit, wenig Geld und mit etwas Glück kommen morgen die Orks und brennen unsere Farm nieder. Königliche Paladine besetzen die gesamte Stadt. Aber ich glaube nicht, dass sie hier rauskommen, wenn die Orks uns angreifen. Sieht gerade so schlecht. So ist besser. Ich möchte in die Stadt gehen. Und? Können Sie etwas Interessantes über die Stadt erzählen? Nein, aber Marit kommt von Zeit zu Zeit in die Stadt. Vielleicht weiß er etwas. Ich meine, was dich interessiert. Gibt es interessante Neuigkeiten? Ich hätte schwören können, dass ich vor zwei Tagen ein Ork am Waldrand gesehen habe. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Gibt es interessante Neuigkeiten? Abgesehen davon, was habe ich dir gesagt? Nein. Kann ich Ihnen helfen? Ich suche Arbeit. Wissen Sie etwas über Feldarbeit? Was gibt es zu wissen? Oh, ich verstehe. Ich denke, es wird uns hier gut gehen. Wenn Sie als Tagelöhner bei Lubark arbeiten möchten, kann ich Sie nur warmen. Er bezahlt Leute wie Sie sehr schlecht. Aber das hast du natürlich nicht von ihr bekommen. Okay, weil wir die Kleidung schon haben, wir... Neu in der Truppe. Josh Grohn. Vielen Dank für die Kanalmitgliedschaft. Boah. So, wir haben ja genug Geld. Glaube ich. Deswegen... Ziehen wir mal die Kleidung an. Ich glaube nicht. Dieser Mistkerl rennt in meinen Klamotten herum. Du sollst dir nützlich sein und nicht in meinem Haus herum schnüffeln. Du fauler Dieb. Du gibst mir sofort meine Kleidung zurück. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Wenn Sie wollen, müssen Sie dafür bezahlen. Machen Sie sich jetzt nützlich. Hast du sonst noch etwas für mich zu tun? Ich nicht. Aber Sie können meine Frau oder die Jungs vor Ort fragen. Brauche möglicherweise Hilfe. Junge, warum bleibt er so freundlich? Wir haben ihn gerade bestohlen. Er ist immer noch so richtig höflich und siezt. Wie viel kostet Kleidung für Landarbeiter? Okay, lass uns nachsehen. Sie haben die Feldarbeit für mich erredigt. Malet sagt, du hättest die Banditen beseitigt. Wir haben Wichser verursachte viel Ärger. Was? Dank Ihnen sind wir sie jetzt los. 50 Koldmünzen. Simbay, vielen Dank für die Kanalmitgliedschaft. Gib mir Arbeitskleidung. Nun, mein Junge. Ehrlichkeit ist besser. Hier ist es. Dankeschön. Oh, was haben wir eigentlich für einen Ring bekommen hier? Der Holzlederring. Kennt ihr schon den Holzlederring? Junge, Junge, Junge. Alter, ich habe auch schon ewig nicht mehr so viel am Stück gegrinst und gelacht. Ich habe es ja eben schon ein paar Mal gesagt. Mein Gesicht tut schon weh. Deswegen bin ich gerade froh, dass wir ein paar ruhigere Minuten hier gerade haben. Und Reinhard, auch dir. Vielen Dank für die Kanalmitgliedschaft. Danke, Leute. Weiß ich echt zu schätzen. Auf jeden Fall werden wir hier ganz viel Spaß haben, weil das wird ein ausführlicher Run. Der wird hier... Da können wir auf jeden Fall uns schön entspannen und zurücklehnen. Ich bin jetzt auch sehr gespannt auf Captain Gregg. Psst. Du. Komm hier. Was? Ist du in die Stadt? Zu beschäftigt. Hör zu. K. Du scheinst mir ein kluver Kerl zu sein. Ich denke, du wirst wieder sehr weit kommen. Niemand täuscht dich. Ich erkenne es sofort. Sag mir, du wirst etwas Gold verdienen, nicht wahr? Sag mal, Gregor. Wer bist du überhaupt? Du siehst nicht wie jemand aus, der Goldmünzen hat. Nun, ich bin definitiv nicht die Art von Gesellschaft, die ein Kindlemann wie sie gewohnt ist. Aber sie werden meinen kleinen Beitrag zu ihrem natürlich beträchtlichen Vermögen nicht ablehnen. Nun, was sagen sie? Kann ich auf sie zählen? Du versteckst dich vor jemandem. Nun, ja. So ein Unsinn? Ich stehe einfach gerne zwischen den Bäumen, damit mir der Wind nicht direkt ins Gesicht weht. Aber was ist jetzt mit dir? Du willst diesen Job. Schluss mit dem Unsinn. Sagen sie mir, was sie wollen. Sehen? Genau das meine ich. Schöne Worte allein werden nichts bewirken. Ich habe es sofort verstanden. Ich habe es mit einem Kohlengeschäftsmann zu tun. Sie sind Geschäftsmann und wahrscheinlich daran interessiert, ihren Date-Beutel ein wenig aufzubessern, oder? Warum nicht? Sie müssen dem unwissenden alten Seemann verzeihen. Ich bin hier ein Fremder und kenne die örtlichen Regeln nicht sehr gut. So musste ich schmerzlich erfahren, dass Ausländer in der Hafenstadt nicht mehr gekommen sind. Jetzt stehe ich hier und habe überhaupt keine Ahnung, wie ich in die Stadt komme. Ich habe eine sehr wichtige Angelegenheit und meine Arbeitgeber erlauben keine Verzögerung. Verstehen Sie? Ich bin mir sicher, dass ihr mir helfen könnt, einen Weg zu finden, die Stadtwache zu umgehend, da bin ich mir sicher. Ich recht? Ich recht? Wegen der Stadtwache? Ja. Sie haben bereits eine Idee. Ähm. Sie kommen als Kräuterheilkundel in die Stadt. Was? Sehe ich aus, als würde ich im Wald Blumen pflücken. Eigentlich schon. Wie wäre es mit einer Bestechung? Naja, wenn es bei mir funktioniert hätte, hätte ich es sicherlich schon ausprobiert. Boah, Junge, Alter. Mit dieser Bauernkleidung sollte man durchgelassen werden. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mann, ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Als Dorfportagonist verkleidet, wird mich hier niemand mehr belästet. Großartig. Das hast du wirklich gut gemacht. Hier ist die versprochene Belohnung. Na und? 50 dürftige Goldmünzen? Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Gold. Das ist noch nicht alles, mein Freund. Nimm sie zuerst. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wiedersehen. Wer weiß. Vielleicht erwieder ich den Gefallen noch einmal. Alles Gute. Aufleveln. Ganz genau. Junge, Junge, Junge. Das ist hier ein Erlebnis. Jetzt kommen so viele Gespräche, ne? Gerade auf Watras freue ich mich sehr. Ich glaube, wir benutzen mal hier Trick 17. Ja, ich muss den nochmal anders hinlegen, hier. Nein, bleib hier oben, Fleischgräber. Seit wann rutscht der Fleischgräber überhaupt runter? So, nämlich. Oh, die normalen Gespräche, die dürften auch sehr interessant sein. Dann kann ich ihm nicht mehr helfen. Das kann nicht ewig so weitergehen. Du weißt nicht einer mehr, wem du vertrauen sollst. Ganz genau. Da wäre ich mir nicht so sicher. Okay. Er hätte es besser wissen sollen. Du musst nicht alles glauben, was du hörst. Ja, du musst nicht alles glauben, was du hörst. Ist das wirklich wahr? Wir gehen als erstes zu Laris. Alter, er hat einfach eine Ork-Axt. Wir gehen als erstes zu Laris und dann laufen wir... Dann laufen wir zu Lothar zurück und gehen normal in die Stadt. Wir gehen gleich zu Lothar. Wir gehen gleich... Ich wollte mir nur kurz die Erfahrung holen, ne? Hey, alter Schlinge Laris. Hey, Laris, alter Betrüger. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin gerade noch rechtzeitig mit Lee und ein paar anderen Jungs aus dem Minental entkommen. Du erinnerst dich noch an Lee, oder? Natürlich kenne ich Lee noch. Ich bin dann mit ihm aus der Kolonie geflohen. Kurz darauf wurde die Barriere zerstört. Jetzt ist er mit seinen Jungs auf der Farm des Großbaun Ona. Er macht da einen Deal mit allen Bauern. Er und seine Jungs beschützen die Farm und Ona gibt ihnen im Gegenzug etwas zu tun. Ja, wir reden mit Laris gleich weiter. Ich gehe jetzt erstmal nochmal normal in die Stadt. Aber ich wollte mir natürlich die Erfahrung holen. Junge Melda. Der gute Melda hat einfach ein Paladinsschwert hier. Das einzige, was jetzt schlecht ist, ist, dass die Hintergrundgeräusche ein bisschen lauter sind. Das hätte ich selbst nicht gedacht. Er hat es wirklich nicht verdient. Sehr lustig. Was wollten diese Jungs von dir? Das überrascht mich nicht. Fragen sie selbst. Du musst sie eingesperrt haben, oder? Da wäre ich mir nicht so sicher. Nein, sie sind tot. Dann werden wir es wahrscheinlich nur sagen. Das ist schlecht. Falls sie in Schwierigkeiten geraten sollten. Sprich mit lauter Anruhe. Vielleicht kann er dir helfen. Es kann in der Kaserne gefunden werden. Okay. Es kann in der Kaserne also gefunden werden. Wir müssen nur warten. Ich selbst habe nicht daran gedacht. Das sind schlechte Zeiten. Ich weiß nicht, wer was ich glauben soll. Lass mich in Ruhe. Hä? Hä? Na und? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Warum nicht? Egal, wie Zahlung du aussiehst. Du wirst dir nur Probleme schaffen. Wir haben genug Gesindel in der Stadt. Wir brauchen keine Menschen ohne Geld. Okay. Ich muss den Anführer der Paladine sehen. Ich habe wichtige Neuigkeiten für ihn. Oh! Und was könnte die große Neuigkeit sein? Oh, erzähl mir das nicht. Eine böse Armee lagert im Tal von Korinus. Imminentalen? Von dort aus hast du die Armee gesehen. Nein. Aber ich wurde von jemandem geschickt, der sie gesehen hat. Wer hat dich geschickt? Magier. Habt ihr Neuigkeiten von Magiern? Dann haben sie sicher ein Siegel als Beweis. Nein. Was? Magier versehen ihre Booten immer mit einem Siegel. Nicht dieser Zauberer. Ich glaube dir nicht. Wenn sie wirklich ein Butte sind, sprechen sie jetzt ihre Nachricht oder gehen sie. Er redet einfach zu viel. Die Armee des Bösen wird von Drachen angeführt. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Ich hätte dich fast reingelassen. Wenn sie Lord Hagen diese Geschichte erzählt hätten, wäre ich wärmer gekleidet. Geh weg. Geh weg. Dann wäre er einfach wärmer gekleidet. Irgendwie ist er ein bisschen verbuggt, oder? Noa? Noa? Na und? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Warum nicht? Egal wie Zahlung du aussiehst, du wirst dir nur Probleme schaffen. Wir haben genug Gesindel in der Stadt. Das ist typisch. Ich bin zur Miliz gekommen. Er ist gut. Versuchen Sie es an anderen Stadttoren. Vielleicht kaufen Sie es dir ab. Er redet einfach zu viel. Ich habe hier Kräuter für den Alchemisten Konstantino. Ja? Wenn ja, zeigen Sie mir, was Sie mitgebracht haben. Na und? Was soll es sein? Ich verstehe nicht viel von Alchemie, aber diesen bunt geschnürrten Gemüses-Taus braucht niemand. Geh weg. Ihr Gemüses-Taus. Ja, da kommen wir gar nicht in die Stadt. Da muss Lothar jetzt doch noch warten. Nein, wir gehen natürlich so in die Stadt. Wir haben ja noch unseren Fleisch-Burger hier, oder wie das hieß. Ich habe meine eigene Meinung. Ich glaube es nicht. Halt, Fremder. Ich habe dich nicht durch die Stadttore gehen sehen. Und? Und die Wachen an anderen Stadttoren haben den Befehl, Fremde nicht in die Stadt zu lassen. Buskett. Ich muss mit den beiden ernsthaft reden. Nun aber zu uns. Ich bin Lothar Paladin des Königs und gehäusamer Diener von Innaus, euer Herr. Das kann nicht ewig so weitergehen. Er hat mich beauftragt, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Einwohner der Stadt gelten. Da in dieser Stadt immer wieder jemand verschwindet, muss sich jeder damit abfinden, wenn er nicht das gleiche Schicksal erleiden will. Ich muss gehen. Sag nicht, dass du es nicht wusstest. Sie kennen die neuen Stadtgesetze noch nicht. Das wusste ich gar nicht. Ich muss mal einmal die Leute hier hinten bedrohen. Steck die Waffe weg. Damit die die... Nieder mit der Waffe. Oh, schau, es funktioniert. Nieder mit der Waffe. Oh, schau, es funktioniert. Damit die die Fresse halten. Weil sonst kann man sich ja gar nicht in Ruhe unterhalten. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Paladinanführer. Der ehrenwerte Lord Hagen steht niemandem zur Verfügung. Lord André, Kommandeur der Stadtwache, ist für alle Fragen des einfachen Volkes zuständig. Seki, danke für die zwei Euro. Kann man den Innos-Segen vom Kloster holen? Du kannst dir den Innos-Segen von, äh, wie heißt der, von Iskairoth holen. Das geht, ja. Hören. Die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf doch nicht wahr sein. Wieder so ein Spinner. Wir haben genug Chaos in unserer Stadt. Auch ohne, dass sie ein paar Idioten die Leute mit Märchen über Drachen erschrecken. Ist meine Wurst, Bruder. Den letzten, der über Drachen sprach, habe ich sofort gebucht und mit dem gefangenen Transport ins Minental geschickt. Achten Sie also auf Ihre Sprache. Wir brauchen hier keine Menschen, die unter den Menschen Panik sehen. Das ist so geil formuliert. Oh, Junge. Hat hier jemand von Drachen berichtet? Er wird langsam echt wütender. Das hört man richtig in seiner Stimme hier, ne? Ich bin gekommen, Auge von Innos nehmen. Heiliges Auge von Innos? Woher wissen Sie davon? Sie sind kein Mitglied des Ordens. Der Zauberer hat mir davon erzählt. Ich weiß nicht, was ihn dazu bewogen hat, ihnen eines der Geheimnisse unseres Ordens anzuvertrauen. Aber der wollte auf keinen Fall, dass sie es in die Hände bekommen. Aber ich will nichts mehr davon hören. Zuerst beginnt man mit Märchen über Drachen und dann. Unverständlich. Unverständlich. Der Zauberer. Verschwinden die Stadtbewohner einfach? Ja. Es scheint jeden Tag größer zu werden. Es ist bedauerlich, dass die Polizei die Hintergründe dieser seltsamen Vorfälle immer noch nicht herausfinden kann. Es ist verständlich, dass die Bewohner der Stadtfremden gegenüber mittlerweile sehr misstrauisch sind. Also ärgere sie nicht, wenn du in der Stadt bist. Außerdem, okay? Okay. So, erzähl mal. Ja, ich hätte gerne noch mehr über die Polizei erfahren. Wo finde ich den Kommandor der Stadtwache? Lord André ist in der Kaserne am anderen Ende der Stadt. Wo kann ich hier übernachten? Wer eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, begibt sich in den Gasthof direkt gegenüber der Kaserne. Paladine sind für die Ordnungsgemäße Unterbringung aller in der Stadt ankommenden Reisenden verantwortlich. Es gibt auch unerzählende Händler vom Markt. Okay. Gut. Erklär mir die Regeln der Stadt. Erste, dem oberen Viertel residiert der edle Paladin Lord Hagen mit seinen Truppen. Daher ist der Zutritt zum oberen Viertel nur Ehrenbürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient den Paladinen als Kommandoposten. Zutritt haben dort nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz. Und drittens, wer einer Straftat geschuldigt wird, muss sich vor dem Polizeischiffrecht verdienen. Mehr Fragen? Wie werde ich Stadtbürger? Nur wer hier würdig arbeitet, gilt als Bürger. Aber denken Sie nicht, dass Sie in Lord Hagen aufgenommen werden, nur weil Sie Bürger der Stadt sind. Als Bürger haben Sie Zugang zum oberen Viertel. Nicht mehr. Nur als Milizionär haben Sie Zutritt zum Rathaus. Wo finde ich einen Job? Sie müssen sich für eine Ausbildung bei einem der Meister hier in der Unterstadt bewerben. Sobald einer der Meister Sie aufnimmt, werden Sie Bürger der Stadt. Allerdings müssen andere Meister dem zustimmen, wie es hier in Korinis üblich ist. Wenn Sie sich entscheiden, einen Job am Wasser zu suchen, vergiss es. Dort lebt nur der Abschaum der Stadt. Gehen Sie nicht dorthin, Sie werden es bereuen. Danke. Und Seiki, vielen Dank für die Kanalmitgliedschaft. Wie komme ich ins oberste Viertel? Sag mir, hörst du mir überhaupt zu? Sie sind kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dich retten. Die Sicherheit lässt Sie nicht herein. Das gesamte Gebiet vor den Toren der Innenstadt ist für Sie tabu. Wie komme ich zur Polizei? Auf direkten Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt in die Miliz aufgenommen. Verstehen. Wenn Sie mehr wissen möchten, melden Sie es Lord André in der Kaserne. Was muss ich tun, um meine Rüstung wieder hinzubekommen? Was? Du bist nicht einmal bei der Polizei. Du bist nicht einmal ein Bürger. Wie kannst du darüber nachdenken, eine Paladinswurst umzutragen? Diese Ehre wurde nur wenigen Kämpfern der Miliz zuteilt, die außergewöhnliche Arbeit geleistet haben. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen langen Weg vor dir, mein Junge. Ich muss gehen. Wenn ich höre, wie du den Leuten noch einmal von Drachen erzählst, bekommst du große Probleme mit mir, okay? Okay. Du bist ja noch nicht mal bei der Polizei. Nur. Nur die Bürger und die Truppen des Königs betreten das obere Viertel. Ich habe wichtige Neuigkeiten für Lord Hagen. Es ist alles nur geredet. Die halbe Stadt möchte Lord Hagen in wichtigen Angelegenheiten sprechen. Alles war wie du sagst. Könnt ihr wieder ruhig sein da unten? Ich möchte mich unterhalten. Steck die Waffe weg. Schlauer Typ. Nur die Bürger und die Truppen des Königs betreten das obere Viertel. Schlauer Typ. Können wir nicht eine Ausnahme machen? Was? Diese Stadt hat Regeln. Regeln, die ausnahmslos für alle gelten. Wenn wir gegen diese Regeln verstoßen, tun wir demjenigen Unrecht, die sie befolgen. Ich bin ein angesehener Bürger von Korinus. Lass mich durch. Du bist Dreck unter meinem Fingernagel. Zurück. Okay. Nur. Nur die Bürger und die Truppen des Königs betreten das obere Viertel. Nur. Ich möchte mit ihm reden. Mit dem Torwächter. Fabian Reich. Vielen Dank für die 10 Euro. Für die erste Stunde Wrestling Training. Ja, die haben wir auch bitter nötig hier. Dankeschön. Wie geht es Ihnen? Hey, versuch das nicht. Hey, wie geht's? Geh mir einfach aus den Augen, okay? So, was geht bei euch, normale Bürger? Was gibt's Neues? Seit der Abriss der Barriere ist die Gegend um die Stadt von Banditen heingesucht. Aber Paladine tun nichts. Warum zum Teufel sind diese Kerle dann hier? Ist meine Wurst, Bruder. Wie finde ich mich hier in der Stadt am besten zurecht? Es ist gar nicht so einfach, sich hier zurechtzufinden, oder? Selbst demweise helfen nicht immer. Wenn Sie einen schlechten Orientierungssinn haben, gehen Sie besser zum Hafen. Du wirst es wahrscheinlich finden. Und suchen Sie nach dem Haus des Kartografen. Es liegt neben dem Pup an der Hafenmauer. Brian sollte einen Stadtplan für Sie haben. An dem Pup liegt das. Wer sind die einfürsreichen Bürger von Korinis? Versuchen Sie es bei einem Schmied oder Tischler in der Unterstadt. Es gibt dort mehrere andere angesehene Meister. Wenn irgendjemand außer den Stadtwächtern und Paladinen hier Macht hat, dann sind es diese Leute. Okay. Wie kann ich Bürger dieser Stadt werden? Möchten Sie sich hier niederlassen? Jetzt? Wo sind all die Zeichen des Weltuntergangs? Ich hatte nicht vor, für immer zu bleiben. Nur und ich würde Ihnen raten, sich hier zurückzuhalten, solange Sie noch können. Aber wenn Ihnen danach ist, sollten Sie mit einem der mächtigen Bürger hier sprechen. Der mächtigen Bürger, so, so. Können Sie mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Sie befinden sich jetzt in der Unterstadt. Wohin gehst du? Zur Böschung? Ich suche einen Tempel. Gehen Sie von der Schmiede aus durch den unterirdischen Gang und Sie gelangen zum Tempelplatz. Dankeschön. Danke. Das war alles, was ich wissen wollte. Was gibt's Neues? Jeder ist in letzter Zeit sehr besorgt. Nicht nur die Paladiner sind hier. Jetzt verschwindet auch noch jemand auf mysteriöse Weise. Es ist Zeit, dass die Polizei endlich etwas dagegen unternimmt. Ich weiß, das ist so abdrus, wenn man die Polizei hört, ne? Das passt einfach nicht. Was gibt es hier Interessantes zu sehen? Das große Schiff, mit dem die Paladine kamen, liegt im Hafen. Es ist ein riesiges Boot. Das musst du sehen. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dich da reinlassen. Paladine bewachen das Schiff wie ihren Augeapfel. Kein Wunder. Zudem ist es der einzige Sittich, die ihr last kann, der hier überall vor Anker liegt. Wer sind die wichtigsten Einwohner dieser Stadt? Ganz zu schweigen von den Paladinen. Handwerker aus der Unterstadt. Sie alle genießen einen hohen Stellenwert. Ich möchte Bürger dieser Stadt werden. Und warum erzählst du mir das? Geh zu einem der Meister in der Unterstadt. Vielleicht hast du Glück und sie suchen noch einen Lehrling. Andernfalls müssen sie zum Gouverneur gehen und sich als Bürger registrieren lassen. Aber sie können es vorerst vergessen. Der Gouverneur hat seit der Ankunft der Paladine nichts mehr gesagt. Und ihr Anführer, laut Hahn, verschwendet mit solchen Dingen sicherlich keine Zeit. Der Gouverneur. Natürlich. So, wir gehen jetzt natürlich... Sag nicht, dass du es nicht wusstest. Okay. Wir gehen jetzt zu Vatras. Ja, Reinhard. Nee, das Schiff war ein riesiges Boot. Ah ja. Schlauer Typ. Ja, hallo an alle, die hier dazugestoßen sind. Und hallo Tinnit. Ja, wir gehen nach Vatras. Wir sind ja schon da. Ich habe dich gefragt, wer du bist. Ich bin der schöne Valentino. Das Leben von Künstlern und Frauen hilft. Arm an Fürsorge, reich an Weisheit und Gold. Und Frauen liegen mir zu Füßen. Wenn sie Probleme haben, dann halten sie daran fest. Ich kann sie nicht verwenden. Arm an Fürsorge ist aber auch sehr gut. Ja, danke schön. So, Herr Vatras. Adanos ist bei dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, Diener von Adanos. Hüter des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Gnochenbrand. Vielen Dank für die Kanalmitgliedschaft. Ich habe hier einen Brief für Sie. Für mich? Tatsächlich. Das ist eine wichtige Botschaft, die sie mir gegeben haben. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Von Kavalon, dem Jäger. Kavalon? Wo ist er? Er sagte mir, ich soll ihm sagen, dass er nicht kommen könne und auf dem Weg zum Treffpunkt sei. Was auch immer das heißt. Ich sehe, die hat Kavalons Vertrauen gewonnen. Das spricht für dich, mein Sohn. Ich will mich Wasser ringvereinen. So. Dann haben sie die erste Bedingung bereits erfüllt. Was meinen sie? Also. In den Reihen unserer Kinder gibt es jemanden, der ihnen vertraut. Sonst wüsste man es nicht genau. Aber ich weiß nichts über dich. Was wollen sie wissen? Nun, du könntest mir sagen, woher du kommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladine überbracht. Was ist diese Nachricht? Während wir sprechen, versammelt sich eine große Armee, angeführt von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Sie sprechen von Kreaturen, die bisher nur in Legenden erwähnt wurden. Wie hast du das gewusst? Ja, wie habe ich das gewusst? Ja, und eigentlich Kavalon, ne? Der hieß doch Soldat, ne? Ganz genau, Arisen. Xardas, der Zauberer, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, um die Paladine zu warnen. Dämonenbeschwörer. So lebt er. Hat er dich weggeschickt? Wer bist du? Ich bin ein Abenteurer aus dem Süden. Okay. Lassen Sie uns noch einmal zusammenfassen. Du bist also ein Abenteurer aus dem Süden. Wem wurde von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt? Ich glaube, dass Drachen gekommen sind, um die Erde zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu erzählen. Ich glaube, du verheimlichst etwas von mir. Wenn sie befürchten, dass ich das, was sie mir sagen, weitergebe, kann ich sie beruhigen. Ich habe geschworen, alle mir anvertrauten Geheimnisse für mich zu behalten. Aber was ist mit all den Leuten hier? Sie verstehen nur die Hälfte von dem, was ich ihnen predigen werde. Also keine Sorgen machen. Fangen wir also noch einmal von vorne an. Was ist diese Nachricht? Aus welcher Sprache ist das übersetzt? Von dem Deutschen ins Russische und dann zurück. Und Moin Heiko. Und Moin Vee5. So. Es kommen schreckliche Dinge. Dann sind die Dinge schrecklich. Wie hast du das gewusst? Wie dramatisch er das auch noch gesagt hat. Ich habe es irgendwo. Ja, und so bist du bedankt. Wer bist du? Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie Korinis. Okay, lassen Sie uns noch einmal zusammenfassen. Sie sind ein ehemaliger Gefangener. Wer hat es woher? Dass schreckliche Dinge passieren werden. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu erzählen. Ich glaube, du verheimlichst etwas von mir. Wenn sie befürchten, dass ich das, was sie mir sagen, weitergebe, kann ich sie beruhigen. Ich habe beschworen, alle mir anvertrauten Geheimnisse für mich zu behalten. Aber was ist mit all den Leuten hier? Sie verstehen nur die Hälfte von dem, was ich ihnen predigen werde. Fangen wir also noch einmal von vorne an. Danke, Gorn, für die Kanalmitgliedschaft. Dankeschön. So, jetzt müssen wir aber die Wahrheit sagen. Während wir sprechen, versammelt sich eine große Armee, angeführt von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Ganz genau Drachen. Xardas, der Zauberer, hat es mir erzählt. Dämonenbeschwörer. Ganz genau der. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie Korinis. Okay, lassen Sie uns noch einmal zusammenfassen. Sie sind ein ehemaliger Gefangener. Dem wurde von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt, dass Drachen gekommen sind, um die Erde zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu erzählen. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich glaube nicht, dass du mich anlügst. Daher muss ich davon ausgehen, dass ihre Motive aufrichtig sind. Ich möchte ihnen die Chance geben, dem Wasserring beizutreten. Sehr gut. Ich will unbedingt dem Wasserring beitreten. Was muss ich tun, um dem Ring beizutreten? Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Sie damit eine große Verantwortung übernehmen. Ring dazugehören wollen. Ich bin nicht bereit, mich jedem anzuschließen, der sich uns anschließt. Wenn Sie zum Ring gehören wollen, müssen Sie beweisen, dass Sie sich wie einer von uns verhalten. Und bedeutet das? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großartiges für den Ring tun. Nur dann kann ich Sie nutzen, um das kräftige Gleichgewicht auf dieser Insel aufrechtzuerhalten. Ja, natürlich. Ja, moin Lord Nykon und natürlich auch moin an alle anderen, die hier reinschauen. So, ähm... Ich habe den Schläfer besiegt. Es ist groß genug. Viele Geschichten erreichen mich dieser Tage. Auch über die Vertreibung des Tieres namens Schläfer. Ich weiß nicht, wie ihre einzelne Hand das herbeiführen sollte, obwohl ihre Augen mit Überzeugung sprechen. Das verunsichert mich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mich meine Gefühle nicht auch täuschen könnten. Ich habe viele Menschen befreit. Die Barriere ist weg. Auch wenn du wirklich dafür verantwortlich sein solltest. Das große Ereignis im Tal der Minen befreite nicht nur die Wasserbändiger und andere angesehene Bürger. Terminelle aus dem ganzen Land streifen frei durch Turinis und verfolgen heute die Bewohner dieser Stadt. Die Banditen haben bereits große Landstriche rund um die Stadt erobert. Es wurde fast unmöglich, die Stadt unversehrt zu verlassen. Ah, Sonic, das ist aber nicht nett. Und, äh, Ortago, ja, das klingt wirklich, als hätten sie schon ein bisschen mehr Intus. Was wäre angemessen, was würde sie überzeugen? Heute ist Purinis ein großes Mysterium. Es scheint, dass die Zahl der Vermissten in dieser Stadt fast täglich zunimmt. Wenn sie mir erklären können, was mit ihnen passiert ist, dann sind sie hier richtig Wasserin sicher sein. Jedoch. Ja? Sie müssen ihre Nachricht zunächst den Paladin übermitteln. Ich glaube, dass der Fall von größter Bedeutung ist. Sprich mit Lord Hagen. Aber Lord Hagen lässt mich nicht weitermachen. Ja, das wird er auf jeden Fall. Wenn sie einer einflussreichen Community angehören. Der Ring hat weitreichende Verbindungen. Wir helfen ihnen, ihre Botschaft so schnell wie möglich zu vermitteln. Darüber solltest du mit meinem vertrauten Laras reden. Er wird dir helfen. Ja. Ach so. Ja, stimmt. So war das gemeint, Assonic. Da habe ich erst verstanden. Ja, stimmt. Albandi ist immer alle am siezen. Okay. Ich dachte erst, das wäre fies. Nee, nee. Da hast du recht. Die sind alle sehr höflich hier. Sag mal. Welcher Community soll ich denn beitreten? Welcher Community soll ich beitreten? Es gibt nur drei ausreichend starke Gemeinschaften. Eine Stadtmiliz, ein Feuermagierkloster oder eine Söldnertruppe auf einer großen Farm. Die Wahrt liegt bei dir, mein Sohn. Sicherlich wird Laras ihnen bei dieser schwierigen Entscheidung helfen können. Sprich mit ihm darüber. Okay. Ich mache das. Ich mache das. Ja, jetzt. Ich habe eine Steintafel. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Dabei handelt es sich um Artefakte einer antiken Kultur, die wir schon seit einiger Zeit erforschen. Es gibt verschiedene Arten davon. Einige enthalten Informationen über die Geschichte der alten Menschen. Und genau das interessiert mich. Bring mir alles, was du finden kannst. Ich werde dich entsprechend entlohnen. Schön. Wegen vermisster Personen. Ja? Wo soll mit der Suche nach der vermissten Person begonnen werden? Im Hafen sind fast alle Menschen verschwunden. Vielleicht sollte ihre Suche dort beginnen. Da sind fast alle verschwunden. Ich möchte dir sagen, was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts Wesentliches. Komm zurück. Erzähl mir von dem Wasserring. Natürlich dürfen sie als Kandidat für den Beitritt zu unserer Community nicht alles wissen. Aber ich werde ihnen sagen, dass ich es kann. Okay. Ja, es könnte sein, Assone. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Feuerbändiger noch einen Angriff starten. Aber wer gehört denn zum Wasserring? Wer gehört zum Wasserring? Das erfahren sie erst, wenn sie in den Ring aufgenommen werden. Aber ich bin mir sicher, dass sie einige von uns bis dahin schon kennengelernt haben werden. Wo sind die restlichen Wasserbändiger? Sie erkunden die Ruinen einer alten Kultur nordöstlich von Korinis. Wir vermuten, dass diese Ruinen ein Tor zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Erzähl mir mehr über den unbekannten Teil. Wenn sie an der Expedition teilnehmen möchten, kann ich ihnen einen Brief an Saturas schicken. Teilnehmen kannst du natürlich nur, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Voll die Sekte hier. Was genau machst du? Wir stehen zwischen dem Orden von Innos und das Chaos von Belia. Wenn eine Seite die Oberhand gewinnt, bedeutet das für die eine Seite Freiheitsverlust und für die andere tödliches Chaos. Deshalb achten wir darauf, dass zwischen ihnen ein Gleichgewicht herrscht. Nur so ist Leben in dieser Welt möglich. Das sagt er vielleicht gleich noch, Don. Komm in die Gruppe, würde echt gut passen. Kannst du genauer sein? Der Fall der Barriere brachte viele Bedrohungen mit sich. Der offensichtlichste. Banditen. Es ist nicht nur nahezu unmöglich geworden, über die Insel zu reisen, ohne angegriffen zu werden. Es gibt noch jemanden in dieser Stadt, der die Banditen unterstützt. Wir haben herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig vom Waffenhändler Corinis beliefert werden. Wir kümmern uns zum Beispiel darum, solche Männer zu finden und zu verhindern, dass sie die Stadt bedrohen. Wenn Sie etwas darüber herausfinden können, lassen Sie es mich bitte wissen. Okay. Wegen diesem Waffenhändler. Was wissen Sie schon über den Waffenhändler? Sprechen Sie darüber mit Martin, dem Beschaffungsbeauftragten von Paladin. Ich bin sicher, er kann dir mehr darüber erzählen. Er wurde beauftragt, einen Waffenhändler zu enttarnen. Sie finden Martin am Wasser. Wenn Sie einen Haufen Kisten, Proviant und Paladine sehen, ist Martin nicht weit entfernt. Der Beschaffungsbeauftragte, ganz genau. Gibt es etwas, das mir bei meiner Suche helfen kann? Du bist sehr hartnäckig, junger Mann. Aber mir fällt wirklich etwas ein, was es Ihnen leichter machen könnte. Ich werde dir dieses gewöllte Amulett geben. Ich bin sicher, dass Sie es zu Ihrem Vorteil nutzen können. Dies ist das Amulett der suchenden Irrlichter. Es gibt nur sehr wenige davon. Das in diesem Amulett enthaltene Irrlicht hat besondere Eigenschaften. Dies kann Ihnen helfen, Dinge zu finden, die Sie mit bloßem Auge oft nicht sehen können. Um es anzurufen, genügt es, ein Amulett zu tragen. Wenn er seine Kraft verliert oder Sie ihn nicht finden können, wechseln Sie einfach das Amulett und er wird wieder auftauchen. Das Irrlicht kann Waffen erkennen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Waffenlieferungen an Banditen untersuchen. Behandle ihn gut und er wird dich nie im Stich lassen. Ah, Sonic, da gehen wir auch gleich als nächstes hin. Das war so der Plan. Erst zu Wattras, dann wieder in den Hafen. Irrlicht im Amulett? Irrlichter sind wunderbare Geschöpfe. Sie bestehen aus reiner magischer Energie. Sie sind mit dem magischen Erz dieser Welt verbunden. Das ist Ihr Ursprung. Daraus schöpfen Sie Kraft. Es wundert mich nicht, dass Sie noch nie davon gehört haben. Sie werden nur denjenigen offenbart, die das damit verbundene Erz tragen. Die frei umherstreifenden Irrlichter wurden brutal aus ihrer Quelle gerissen und greifen jeden an, der sich ihnen nährt. Sie können diesen erbärmlichen Kreaturen nicht helfen. Vermeiden Sie sie besser. Okay, ich vermeide sie besser. Kann ein Irrlicht mehr bewirken? Meinst du mehr als nur die Suche nach Nahkampfwaffen? Nicht, wenn du sie nicht beibringst. Soweit ich weiß, ist Riodian der Lehrer dieser Kreaturen. Er ist einer von uns und arbeitet derzeit nicht mit Saturas zusammen. Vielleicht kann er dir mehr darüber erzählen. Ja, die weiß... Also ich glaube, Sven noch hier... Jeder zweite Charakter ist hier übelst witzig. Aber ja, zu Abu Djin gehen wir natürlich später auch noch. Und Vieh, jedes Mal einen Shot, wenn er von du auf sie wechselt. Ich glaube, wir werden alle schon hacke dicht hier. Danke, ich werde darauf aufpassen. Was mich auf jeden Fall noch sehr interessiert, ist... Das hier? Kannst du mir mal die beibringen? Nur Kosen, Innos und Kosen, Adanos können keine Magie nutzen. Aber auch nochmals Tappliche können mithilfe von Schriftrollen zaubern. Ich kann ihnen zeigen, wie sie ihre magischen Kräfte kanalisieren und erweitern können. Ah ja. Kannst du denn auch mir was über die Götter erzählen? Erzähl mir von den Göttern. Was willst du genau wissen? Erzähl mir von Innos. Okay. Innos ist der erste und höchste Gott. Er hat die Sonne und die Welt erschaffen. Er befiehlt Licht und Feuer, was seine Gaben an die Menschen sind. Er ist Gesetz und Gerichtsstund. Seine Priester sind Feuerbändiger. Seine Paladine sind seine Beschützer. Die Feuerbändiger, da habt ihr sie. Erzähl mir von Adanos. Adanos ist der Gott der Mitte. Er ist die Waage der Gerechtigkeit. Der Hüter des Gleichgewichts zwischen Innos und Beliar. Er verfügt über die Kraft der Veränderung. Seine Gabe ist das Wasser in allen Meeren, Flüssen und Seen. Seine Priester sind Wasserbändiger, genau wie ich der Diener und Priester von Adanos bin. Erzähl mir von Beliar. Beliar ist der dunkle Gott des Todes, der Zerstörung und allem Unnatürlichen. Er befindet sich im ewigen Kampf mit Innos, aber Adanos hält das Gleichgewicht zwischen ihnen aufrecht. Nur wenige folgen Beliarshof. Aber es gibt denen, die es tun, große Macht. Okay. Okay. Fleißige, mühlich, gute Frage. Wieso ist Jorgens dann eigentlich so ein geiler Hecht? Ja, das... Ich weiß nicht, warum ich ein toller Hecht bin. Aber danke für das sehr nette Kompliment. So, wir gehen jetzt in die rote Laterne. Die Dekoration. Geben Sie Laris diese Dekoration. Moin. Real. Sag es mir nicht, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich weiß nicht einmal mehr, wie ich vertraue. Oh nein, hier ist ja die Hölle los. Er wusste es vorher. Hallo du, wo gehst du hin? Es spielt keine Rolle, was sie tun. Dafür ist später noch Zeit. Sie stehen hier vor der Perle von Korinnes. Rote Laterne. Das ist das süßeste Bordell in ganz Mutternach. Säge aus den entgegensten Winkeln der Welt landen hier, um ein paar Mächte in Red Lantern zu verbringen. Und jetzt ist ihre Chance. Sogar eine Ehre. Verbringen Sie die Nacht mit Nadia, der leidenschaftlichsten Blume der Götter. Kommen Sie und erleben Sie, wovon andere nicht einmal träumen können. Junge, hier reden einfach viel zu viele Leute durcheinander. Sie sind viel zu laut. Ich penne mal bis, keine Ahnung, Mitternachts. Vielleicht gehen dann alle schlafen. Schlafen Sie bis Mitternacht. Und Ressa, du bist nicht zu spät. Du bist genau richtig für den Dialog mit Bromor. Sind deine Mädchen immer noch dick? Sind deine Mädchen immer noch gesagt? Sicherlich. Oder glauben Sie, dass ich für so etwas eher gefänglich war, warum er so verjagert ist? Oh, Jugendliche ist mir nicht an meine vollständige Nummer. Hast du jemals eine Freundin verloren? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ja, tatsächlich ist eines meiner Mädchen gegangen. Locia ist ihr Name. Ich habe dies bereits mit der Polizei gemeldet. Aber sie behaupten, sie hätten bisher keine Spur von ihr gefunden. Dann sehen Sie dich schon genug Probleme. Junge, ich halte das nicht aus, wenn nicht alle durcheinander reden. Das ist ja schrecklich. Ja, Neo, leider ist das nicht angepasst. Ja, das ist alles ein bisschen sehr laut hier. Das ist echt der komplette Fiebertraum. Aber das ist alles so geil. Sind deine Mädchen noch dick? Noch dick? Sicherlich. Einfach viel zu heftig. Ja, die Sache ist, die reden ja nicht hier, ne, Neo. Also, die reden ja hier draußen und dann bin ich schon wieder zu weit weg, weißt du? Also, hier kann ich die Waffe ziehen. Aber hier neben, im Hafen interessiert das gar keinen mit der Waffe. Aber Magie könnte... Ich glaube nicht, dass ich etwas erinnere. Gehen Sie einfach mit Ihrer Magie voran. Was hat er gesagt? Gehen Sie? Oh, schau, es funktioniert. Weg mit der Magie. Schlauer Typ. Schlauer Typ. Okay, ähm, übrigens. Vatras hat mich geschickt. Er sagt, ich solle zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Oh, sie waren also schon in Vatras. Sie müssen bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Ja. Sonst hätte er natürlich nicht so bereitwillig meinen Namen gerufen. Darüber hinaus ist der Fall mit den vermissten Personen noch nicht geklärt. Sag mir, was du brauchst. Ich habe mir dieses Ohuhu. Ja, moin an alle, die hier noch dazustoßen. Ach so, wenn jemand sich dafür interessiert, was das für eine Mod hier ist, einfach mal in die Beschreibung gucken. Vatras hat mir dieses Ornament für dich gegeben. Soll zurückkommen. Natürlich. Es liegt wieder an mir. Ich könnte es erraten. Ich muss es über die halbe Insel bringen, um es zu den Wasserbindigern zu bringen. Ich bringe dir eine Verzierung. Ich bringe dir eine Verzierung. Hm. Ich denke, es ist am besten, wenn ich es selbst überbrinne. Aber du könntest mit mir kommen. Aber ich kann hier im Moment nicht weg. Ich muss auf den Hafen aufpassen. Guten Abend, Ori. Oh, Junge. Vatras sagte, dass sie mir helfen können, Decken Unity beizutreten. Du hast doch keine Lust, den Leuten hinterher zu jagen, oder? Alles klar. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann meinen Einfluss bei den Söldnern nutzen, wenn du dich Lee anschließen möchtest. Sicherlich finden wir auch eine Möglichkeit, sie schnell im Kloster unterzubringen. Aber es wird wahrscheinlich einfacher sein, wenn sie sich der Miliz anschließen. Welche Community bevorzugen sie? Ja, welche Community bevorzuge ich denn? Die Feuerbändiger? Feuermagier. Werde ich tun. Dankeschön. Was haben sie wirklich mit Vatras gemeinsam? Ich habe einen kleinen Deal mit Wasserbändigern, weißt du? Was ist das Problem? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir aufgrund unserer Vergangenheit in der Kolonie nicht in Schwierigkeiten geraten. Reden sie davon? Wasserring. Hast du davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag es mir sofort. Sag es mir sofort. Oh, Junge, ey. Du kannst mir etwas beibringen. Transparent. Wenn sie möchten, helfe ich ihnen geschickter und stärker zu werden. Transparent. Natürlich. Was genau machen sie hier am Affen? Ich mache das, was wir alle machen. Ich erledige die Aufgaben, die die Wasserbändiger von mir verlangen. Einige davon fehlen. Fischer. Sie verschwanden zusammen mit ihren Booten. Deshalb stehe ich hier und schaue auf den Hafen. Vielleicht ist da noch etwas anderes los. Aber kannst du mir helfen? Sorgfältig. Ich gebe dir meinen Aquamarin-Ring. Es ist ein Erkennungszeichen Wasserring. Wenn du meinen Ring trägst, werden die anderen wissen, dass du auf dem Weg bist. Erhalten. Ich bin erleichtert, dass ich den Schmuck zurückgeben kann. Einer von uns beobachtet ständig den Markt. Aber ich weiß im Moment nicht, wer das macht. Sprechen Sie mit allen, die dort stehen. Wenn der richtige Mann meinen Aquamarin-Ring an deinem Finger sieht, wird er dir Bescheid geben. Sagen Sie ihm, er soll hier im Hafen einen Ersatz organisieren. Alles klar. Werde ich machen. Übrigens. Wegen vermisster Personen. Ist das nicht die Aufgabe der Polizei? Wenn Sie mich fragen, hat die Polizei keine Fähigkeiten. Sie werden es nie herausfinden. Die vermissten Menschen scheinen vom Erdboden verschluckt zu sein. Moin Diego. Und Siki, wir werden Magier oder Söldner. Weil Paladin waren wir jetzt im letzten Run. Sag mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Corinez, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht nach Hause. Zuerst vermuteten wir, dass er mit seinem Boot auf dem Meer einem dieser Seeumgeheuer zum Opfer fiel. Doch bald verschwanden weitere Bewohner der Stadt und des Umlandes. Allerdings scheint dahinter keine Methode zu stecken. Im Moment sind alle völlig unwissend. So wie es aussieht, müssen wir warten, bis wir auf einen Hinweis stoßen. Ja, der Wechsel zwischen dem Siezen und Duzen, der macht mich auch echt fertig. So, ähm. Wissen Sie, warum Paladin hier sind? Niemand weiß es genau. Viele Leute denken, dass es an den Orks liegt. Aber ich denke, es gibt noch einen anderen Grund. Es hat wahrscheinlich etwas mit der alten Strafkolonie zu tun. Ja, Neo, wenn hier Artefakte sind und so, dann liegt das an der Leitung, ne? Also, an unserer Beider-Leitung wahrscheinlich, aber keine Ahnung. Also, bei mir sehen die Bit-Zeilen gerade stabil aus. Das, was mir OBS anzeigt, wenn es hier irgendwelche Artefakte gibt, dann kann ich leider gerade nichts daran ändern, ne? Erzähl mir mehr über ihn, Wasserring. Der Ring für Wasserbändiger, das, was Paladine für Feuerbändiger sind. Aber im Gegensatz zu Paladinen arbeiten wir hinter den Kulissen. Der Ring ist eine mächtige Waffe im Kampf gegen die Gefahren, die die Menschen in Korinis bedrohen. Aber das kann nur funktionieren, wenn wir geheim halten. Wer geht Wasserring gehört? Also behalte es für dich. Transparent. Transparent. Fabian Reich, welche Version des Randomizers benutzt du denn? Weil die, die ich zum Beispiel gestern noch gespielt habe, beziehungsweise die ist es ja auch hier, die wurde hier nur erweitert, die läuft sehr stabil, ne? Das ist die ältere Version, ne? Die ist jetzt hier nicht in der Beschreibung verlinkt, aber schau mal in dem Stream von gestern. Da ist die in der Beschreibung verlinkt. Das ist eine ältere Version, die läuft sehr stabil. Ich habe gestern irgendwie fast fünf Stunden gestreamt, tausendmal neu geladen, Weltenwechsel, hier und da. Hatte nicht einmal einen Absturz. Was haben Sie getan, um die Wasserbändiger zu beeindrucken? Ich habe Sie lange Zeit verteidigt, als wir unter der Barriere lebten. Und Sie hatten allen Grund, mir dafür dankbar zu sein. Ich weiß auch nicht, warum die genau das Wort Transparent hier immer wählen. Wie ist das für ihn gehören? Wir unterscheiden uns stark von den üblichen Gemeinschaften, denen sie hier in Korinis beitreten können. Sobald sie bei uns einsteigen, verlangen wir nichts von ihnen, was sie nicht selbst tun möchten. Das Einzige, was von ihnen verlangt wird, ist den Mund zu halten. Wir arbeiten im Verborgenen und möchten nicht, dass Außenstehende wissen, wer zu uns gehört. Wir werden sie beobachten. Alles andere wird erscheinen. A Real, das war eine Idee von mir. Und Neo Comic Con hat es dann sehr schnell umgesetzt. Das gibt es ja bei vielen Spielen. Zum Beispiel bei Dark Souls oder so. Da gibt es ja auch so Poly-Translated-Mods. Ist einfach lustig, ne? Das war die Idee dahinter. Transparent. Verstehen. Verstehen. Erzähl mir mehr über Lee und seine Söldner. Was wollen Sie wissen? Wie komme ich zum Bauernhof des Bauern? Es ist leicht. Sie verlassen das Ost-Tour der Hafenstadt und dann immer Richtung Osten. Ich kann dich dorthin bringen, wenn du willst. Erzähl mir mehr über Söldner. Also, wenn es dir immer noch gefällt, wenn du so ein cooles Kind bist, die damals, solltest du kein Problem mit ihnen haben. Die meisten von ihnen sind Tyrann und wenn man sich nicht durchsetzen kann, kommt man nicht weit. Wenn du feige bist, hast du keine Chance, mit ihnen zusammen zu sein. Oh, Junge, ey. Wenn du noch so ein cooles Kind bist wie damals. Warum bist du nicht bei Lee und seinen Söldnern? Ich. Nur nicht im Hof. Ich bin sozusagen unser Außenposten in der Stadt. Wir wollen nicht, dass das Schiff ohne uns abfährt. Von welchem Schiff sprichst du? Es liegt im Tiefwasserhafen hinter den Felsen. Lee und einige seiner Männer versuchen verzweifelt, hier rauszukommen. Aber es kann einige Zeit dauern. Warum? Am besten fragst du Lee danach, wenn du ihn triffst. Er hat Pläne. Ja, sehr geil. Ich würde auch sagen, wir machen das. Also, wir laufen jetzt zum... zu Baltran. Dann gehen wir auch mit Laris zu den Wassermagiern. Weil ich will unbedingt Saturas kennenlernen. Das wird bestimmt sehr lustig. Und danach können wir wieder entspannt in die Stadt. Und... Oh, noch ein Feldbergsteiger. Entspannt in die Stadt und hier dann weitermachen. So. Ist Baltram noch hier irgendwo? Oder pennt der schon? Oh. Ah, liebe Kunden, was kann ich für Sie tun? Äh, gerade nichts. Dankeschön. Obwohl, komm. Hallo. Ich suche ein Zimmer. Hier sind Sie richtig. Einer der Paladine sagte mir, dass ich hier kostenlos bleiben kann. Ja, ja. Gehen Sie einfach die Treppe hoch. Wir haben noch ein oder zwei Betten frei. Dankeschön. Warum bezahlen Paladine das alles? Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich denke, einerseits wollen Sie die Unglücklichen von der Straße holen, damit Sie keine Dummheit machen. Andererseits wollen Sie mit den fahrenden Kaufleuten gut auskommen. Er erzählt alles. Jetzt, wo die Bauern randahieren, sind wir bei der Versorgung auf Händler angewiesen. Ich habe noch etwas anderes gehört. Außerdem denke ich, dass Sie die Stimmung in der Stadt etwas auflockern wollen. Das kann niemand sagen. Lord André ordnete zudem die Abfüllung von Freibier am Galgenplatz an. Da kann man nichts dagegen tun. Visa, das ist mit Randomizer, aber ich habe es halt diesmal nicht ganz so random eingestellt. Aber du siehst ja hier auch, dass hier die zum Beispiel andere Sachen liegen haben. Und hier der Meister. Der Meister hat auch ein anderes Schwert. Und der Risen Drake. Dankeschön für die Kanalmitgliedschaft. So, äh, Waltra. Da ist er noch. Warum siehst du so skeptisch aus? Ich sehe, dass du ein Abzeichen trägst, Wasser. Da kann man nichts dagegen tun. Bist du eine von ihnen? Was wäre, wenn es so wäre? Dann würde ich ihm sagen, dass Laris auf seinem Posten im Hafen ersetzt werden möchte. Gut. In diesem Fall würde ich dafür sorgen, dass sich jemand darum kümmert. Das ist typisch. Hast du einen Job für mich? Das ist zu lange bekannt. Nein, ich habe bereits einen Messänger. Versuchen Sie es mit anderen Verkäufern. Zeigen Sie mir Ihr Produkt. Ich will gar nichts mehr. Geiles Produkt, das er da hat. Ich werde es ihm nicht mehr sagen. Okay, dann gehen wir mal zu Laris und... Wohl, Abu Djin. Wirklich? Es ist sehr interessant. Es ist zu lange bekannt. Wo ist Abu Djin? Ich will eine Weissagung. Und ich will seinen Namen. Verdammt, was ist los? Ungewöhnlich. Ich glaube, ich habe dich schon einmal getroffen, Reisender. So. Große Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, vergib mir meine Unhöflichkeit. So der Geduld. Ich habe dir noch nicht einmal Hallo gesagt. Willkommen, Freund. Nehmen Sie auf meinen bescheidenen Teppichen Platz und genießen Sie Ihre Pfeife in Ruhe. Ich stimme mit Ihnen ein. Wie... Can. Dankeschön für die Canna-Mitgliedschaft. Vielen Dank. So, ich bin mal sehr gespannt, was er für einen Namen hat. Wer bist du? Mein Name ist Abuin Ibn Yadir Ibn Omar Khalid in Hachiral Karidi. Ich bin ein Seher und Wahrsager, ein Astrologe und ein Tabakverkäufer. Welches Korb bieten Sie an? Meine Pfeifen sind mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak gefüllt. Du kannst dir jederzeit bedienen, Sohn des Abenteuers. Haben Sie anderen Tabak? Neu in der Truppe. Ich biete nur den besten Tabak an. Diese Apfelmischung ist eine Symphonie meiner Heimat, der südlichen Inseln. Aber natürlich bin ich jederzeit bereit, einen anderen Tabak auszuprobieren. Bis es jemandem gelingt, wirklich guten Tabak herzustellen. Wie es funktioniert. Nehmen wir meinen Apfeltabak als Basis. Und dann versuchen Sie es mit einer anderen Zutat zu kombinieren. Dies geschieht an einem Laboratisch, sofern Sie die Grundlagen der Alchemie beherrschen. Wo bekomme ich Apfeltabak? Ich gebe dir zwei Portionen, du kannst damit machen, was du willst, in deiner Weisheit. Wenn Sie Lust auf mehr haben, wenden Sie sich an Suris, den Zaubertränkemeister. Er stellt diesen Tabak her und verkauft ihn auch. Ressa, du hast das Geheimnis gelüftet. Aus Klar wird, Transparent. Okay. Kannst du mir einen Hinweis geben? Meine Dienste stehen dir gegen eine bescheidene Gebühr zur Verfügung, o Vater der Großzügigkeit. Wie viel möchtest du haben? Für bescheidene 25 Münzen wage ich es, für sie in die Vergangenheit zu bieten. In die Vergangenheit? Die Zukunft ist immer ungewiss und ich kann nur Bruchstücke der Zeit einfangen. Junge, er guckt für uns in die Vergangenheit. Erzähl mir von der Zukunft. Guter Wissensucher. Jetzt werde ich in Trance fallen. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Orks, den Eingang bewachen. Alter Tunnel. Minental. Männer in glänzender Rüstung. Magier. Dein Freund ist bei ihnen. Er wartet auf dich. Feuer, Attacke. Mächtiges Wesen. Flammer. Viel. Wird sterben. Was ist das? Die Stadt. Ruine. Quahotron in Jörhaktenda. Sein Name ist Quahotron in Jörhaktenda. Es tut mir leid. Die Vision ist vorbei. Ich sehe nichts mehr. Wird sich das jemals ändern? Können Sie mir eine weitere Prophezeiung geben? Oh, Sohn der mysteriösen Zukunft. Ich kann den Schleier der Zeit nicht lüften. Erst wenn die Zeit mir ein weiteres Zeichen gibt, kann ich dich wiedersehen. Wann wird es passieren? Als die Zukunft gegenwärtig wurde und sie ihren Weg fortsetzten. Alistair, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Neo, hast du vielleicht in Zukunft nochmal Zeit, das Ganze für Gothic 1 zu machen? Und könntest du dann vielleicht es nicht nur ins Russische übersetzen, sondern vom Russischen noch ins Chinesische und dann zurück? Wir würden uns alle sehr freuen. Nee, das wird glaube ich auch sehr lustig. So, dann gehen wir nochmal zu Laris und dann machen wir einen kleinen Trip. Aber vorher besorge ich mir noch eine Rüstung. Oh, wenn sie überhaupt noch da ist. Das habe ich mir schon gedacht. Da kann man nichts dagegen tun. Höre das zum ersten Mal. Niemand wird es von mir erfahren. So. Wir müssen nur warten. Du weißt nicht einer mehr, wem du vertrauen sollst. Genau, hört auf, Ressa anzuschreien. Ohne Ressa wäre das hier gar nicht möglich. Und ohne Neo. Er hat auf die falschen Leute gehört. Oh, eine Armbrust. Das ist doch schon mal schön. Ja, und sehr schönes Gold. Hallo? Okay. Warum ist das Lager nicht verfügbar? Der edle Lord Hagen hat Güter für die königliche Armee beschlagnahmt. Davon hasse ich lieber die Finger. Ah ja. Naja. Sehr gut. Also keine Rüstung für mich. Gut gebrauchen. Er hat es wirklich nicht verdient. Ressa, du alter Gönner. Vielen, vielen Dank. Für die fünf verschenkten Kanalmitglieder. Es ist sehr interessant. Das habe ich immer gesagt. Und es kommt noch viel. Ehrlich gesagt, habe ich es selbst erlebt. Ja, und er freut euch an eurer Kanalmitgliedschaft. Er sollte besser die Klappe halten. Du kennst ja schon meine Meinung. Hallo. Hallo. Jemand muss arbeiten. Ich stimme mit Ihnen ein. Ich habe mit Baltham gesprochen. Er wird die Erleichterung verschaffen. Oh. Sehr gut. Das war ja vorher klar. Dann können wir endlich hier raus. Du behältst lieber erst einmal meinen Aquamarin-Ring. Ich nehme an, Sie können es gut gebrauchen, bis Sie ja noch etwas gekostet haben. Er kann Ihnen Erleichterung verschaffen. Okay, los geht's. Wo? Wenn ich es nicht mit einem Augen gesehen habe. Lasst uns warten. Geben Sie die Dekoration zurück. Das kann nicht ewig so weitergehen. Dann wollen wir. Folge mir. Es ist schrecklich. Ist das wirklich wahr? Das war sein. Nice. Worüber sollte ich mir sonst noch Sorgen machen? Wer sagt das? Das habe ich immer gesagt. Er arbeitet auch den ganzen Schalz. Er sollte besser die Klappe halten. Das wusste ich gar nicht. Es stimmt. Und es kommt noch viel schlimmer. Es ist kein Geheimnis mehr. Es ist kein Geheimnis mehr. Levin, bei mir regnet es gerade nicht mehr. Also eben was richtig, richtig düstert, auch ein bisschen gewittert, aber jetzt? Jetzt geht's. Oh ja. Neo, das wird richtig schlimm auf Onas Hof. Oh Mist. Das habe ich immer gesagt. Das hat sie immer gesagt. Das kann niemand sagen. Worüber sollte ich mir sonst noch Sorgen machen? Es ist kein Geheimnis mehr. Ressa verschenkt Kanalmitglieder? Ich glaube, Jorgensum wurde auch Google translated. Irgendwie verstehe ich den nicht. Ach geil. Das Stöhnen ist ja auch random. Er ist so in der harten Worte. Ey Neo, wenn du das machen würdest für den nächsten Stream, ich wäre dir dankbar, weil das wird ein längeres Projekt. Ich würde das gerne ausführlich spielen. Das wird also ein längeres Projekt. Wenn das nur ein Patch wäre und ich die Speicherstände behalten kann, klar, sehr gerne. Sumpf? Aufleveln. Jetzt, wo wir nicht mehr in der Stadt sind und niemand zuhört, kann ich Ihnen ein paar Takte erzählen. Dieses Schmuckstück, das du mir mitgebracht hast, wir werden gleich zu Saturas zurückkehren. Sind Sie sicher, dass Sie sich an Saturas erinnern? Oh Bisa, das ist gut, dass ihr in der Planungsphase auch rangekommen seid. Ich bin sehr gespannt. Und danke Neo, das freut mich. Danke, dass du immer zur Stelle bist. Aber wer ist Satura? Satura, wer ist das? Nun der wichtigste Wasserbändiger im neuen Lager. Zurück im Minental, als die Barriere uns alle noch einsperrte. Dann schossen Lee und ich einen Pakt mit den Wasserbändigern und gemeinsam konnten wir dem alten Lager Widerstand leisten. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager haben immer noch ein gutes Verhältnis zu den Wasserbändigern. Auch heute noch würde Lee die Wasserbändiger vor jeder Gefahr beschützen, wenn sie in seiner Macht stünde. Damit wir immer mit den Wasserbändigern in Kontakt bleiben können, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermardiern erhält. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen bereits vor den Ockregen. Warum ist Kavalor mir? Soweit ich mich erinnere, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Sie haben recht. Unsere Community ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber jetzt gehen wir weiter. Ich möchte einfach der Stadt entfliehen. Darüber können wir später sprechen. Ach so, Teste. Ich habe mich eben versprochen. Ja, das weiß ich natürlich nicht mehr. Gut. Wir haben ja auch ein paar Lernpunkte. Ich glaube, ich gehe mal klassisch auf Stärke. Wie, Bisa, war das in deiner Mod hier schon geändert, dass die Lernpunkte Kosten nicht einberechnet werden? Oder ist das hier nicht so? Bring mir etwas bei. Gut. Deine Kraft hat zugenommen. Danke. Das ist ja schon mal schön. So, da können wir auch schon mal diese schnieke Armbrust hier tragen. Das ist ja schon mal ganz famos. Ja, und Neo, äh, ja, ist ja cool, wenn das für dich auch kein, ein großer Aufwand ist. Und moin, Prus. So, dann, äh. Lass uns weitermachen. Werd dicht bei mir. Ich bin bei dir. Das ist gut, Bisa. Hochkönig die... Hochkönig diese, äh... Google-Übersetzung ist sehr schön. Das wird nichts geben. Bäcker? Einfach mal ein Bäcker mit einer riesigen Marriete. Ein Bastard weniger. Ja, Mann, das wird einfach nicht alt. Gesehen. Klinge. Aus Säge wurde einfach gesehen. Statue von Inno. Schwefel. Klinge. Noch eine Statue von Inno. Aber Dudelsäcke. Sehr viele schöne Sachen hier. Ja, Hochkönig, hier sind alle sehr freundlich. Das ist ja das Schöne. Was ist passiert? Wie ist das Leben? Schauen Sie sich das Durcheinander da drüben unter der Brücke an. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Ich sage dir, dieser Bastard muss ausgeräuchert werden. Also, die sind auch in ihrer Wortwahl sehr, äh, viel, ähm, härter, muss man sagen. Ach so. Reiki, natürlich. Es ist der, der, der Bagger. Tut mir leid. Was ist passiert? Ich fuhr mit meinen Assistenten, als plötzlich diese schrecklichen Kerne auf mein Auto sprangen und alle verletzten. Ich habe Glück, dass ich heute einen guten rechten Haken werfen kann. Sonst hätten sie mich bestimmt auch erwischt. Ja, sie sind natürlich auf... Auf sein Auto gesprungen. Und gehört dieser Müll. Dieser Müll unter der Brücke, ey. Gehört dieser Müll unter der Brücke dir? Einkaufswagen waren alles. Aber das alles hat für mich keinen Wert. Das Einzige, was für mich unersetzlich ist, sind meine drei Steintafeln, die mir gestohlen wurden. Prost, äh, die Mod ist in der Beschreibung verlinkt. Da steht auch eine Beschreibung von dem, was die Mod macht. Was waren das für Typen? Banditen. Wer sonst? Sie eroberten die Brücke oben. Sie berauben jeden, der versucht, die Brücke zu überqueren. Ich wusste, dass sie sich dort versteckten, also ging ich unter die Brücke. Aber mein Einkaufswagen und meine Waren waren für sie eine zu große Beute. Die Wichser sind gerade von der Brücke gesprungen. Direkt zu meinem Auto. Ich hätte versuchen sollen, macht's vorbeizuschlafen. Äh, Gothic-Fan. Hallo Jorgensson, ich hatte dich nach Stronghold gefragt. Kannst du mir die genaue Zeit nennen? Danke. Nein, Gothic-Fan. Ich kann dir keine genaue Zeit nennen für Stronghold. Ich, äh, hab nicht mal, also ich hab gesagt, man kann sich das mal in der Zukunft anschauen, aber ich hab, auch im Stream irgendwann, aber ich hab jetzt kein Datum, ne, kann in zwei Monaten sein, kann in fünf Jahren sein. Also wirklich, ich kann's dir nicht sagen. Ne, ich hab's auch nicht, steht nicht auf der, sag ich mal, wichtigen To-Do-Liste jetzt, sondern hab ich einfach im Hinterkopf. Sabura, hast du viel verpasst? Ja, du hast einige lustige Stellen verpasst, aber du kannst dir ja im Nachhinein das VOD, äh, anschauen. Steintafeln? Ein Wassermannier in der Stadt will sie mir abkauf und ich habe ihm diese Dinge versprochen. Ich will sie wirklich zurück, sonst schadet es meinem Hof. Was will der Wasserbändiger davon? Er sagte, er wolle sie studieren und beauftragte mich, ihm mehr zu bringen. Woher hast du die Steintafeln? Ich habe sie in alten Gebäuden wie Mausolin und manchmal in Höhlen gefunden. Ich habe in der Stadt einige Wasserbändiger verkauft. Allerdings sind sie hier recht selten. Im Nordosten von Korinus war meine Beute die größte. Der absolute Chat zieht seine Wagen mit einem Aldi-Einkaufswagen durch Korinus, ja, ganz genau. Die Übersetzung ist einfach zu geil. Warum findest du nicht einfach neue? Ich habe mir beim Kampf gegen Banditen den Knöchel verstaucht. Ich kann noch laufen, aber im Moment möchte ich mit meinem kranken Bein nicht weit laufen. Aventros, genau deshalb steht da ja viel bei Traum. So, ähm. Ich brauche Informationen über die Waffenlieferungen an die Banditen. Waffenlieferungen? Ja, das gab es. Einige Schweine in der Stadt verkauften ihnen so viele Waffen, dass sie sie kaum tragen konnten. Die Jungs auf der Brücke, wo sie mich überfallen haben, haben ein paar davon. Die anderen müssen irgendwo auf dem Weidenplateau in der Nähe von Bengars Farm gewesen sein. Vielleicht wollten sie mit ihm den Pass überwinden. Äh, Don, so schnell wird dein Video nicht demonetarisiert. Wenn ein Video drei Minuten lang ist und drei Minuten lang geflucht wird, dann kann das sein. Aber wenn bei einem, ähm, mehreren Stunden langen Stream ein paar Mal zwischendrin ein Schimpfwort ist, dann interessiert das absolut niemanden. Dann bist du trotzdem noch werbefreundlich. Bei Gothic wird ja auch ab und zu geflucht. Also wer ja quasi jedes normale Let's Play, ne, dann gefährdet quasi. Wo ist das Weidenplateau? Orlans Taverne liegt etwa in der Mitte der Insel Corinis. Sie heißt zur Toten-Hapi. Von dort gibt es einen Weg nach Süden. Hier ist ein Weidenplateau und der Eingang zum Pass zum Tal der Minen. Okay. Ich stelle mich mal anders hin, damit der, äh, damit der Busch nicht stört. Sind Sie Stadtbewohner? Nicht mehr lange, mein Junge. Ich habe kein Verständnis für die korrupten Schweine in der Oberstadt von Corinis. Wissen Sie, ich hatte dort großen Einfluss. Aber das war vor ein paar Monaten. Monaten. Hast du die Banditen besiegt? Ja, aber sie sind wahrscheinlich immer noch auf der Brücke. Kannst du mir auch beibringen, wie man so hart zuschlägt? Ich bin mir sicher, dass ich das kann. Zeigen Sie mir Ihr Produkt. Ich kann dir nichts verkaufen. Alle meine Sachen sind da unter der Brücke, Mann. Ich kann dir nichts verkaufen, bis ich nach Hause komme. Aber bis ich meine Steintafeln zurückbekomme, werde ich hier nicht weggehen. Blue Dragon Knight, äh, bei, bei längeren Videos ist das nicht so das Problem. Wenn du generell ein kürzeres Video hast, dann, äh, klar. Wenn das direkt am Anfang passiert und so, dann hat das schon Auswirkungen. Aber bei, gerade bei längeren Videos spielt es keine Rolle. Und gerade bei Gameplay ist es sowieso auch nochmal anders gewertet, als wenn jemand einfach an seinem Mikrofon blubbert. So, dann, äh, gehen wir mal weiter mit Larus hier. Was ist passiert? Sie sind verrückt geworden? Dieser Typ hat Probleme mit Banditen. Das ist großartig, aber dafür haben wir im Moment keine Zeit. Sind Sie verrückt geworden? Ja, das könnte ich hier jeden zweiten fragen. Lass uns weitermachen. Bleib dicht bei mir. Oh, Junge, ey. Ben Corner, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Aber dann wäre das hier schon längst vorbei, das Video. Aasfresser. Was ist das hier für ein Tanz? Panzerplatten eines Minen-Ketten-Fahrwerks. Natürlich. Wieder einer dieser Bastarde. Junge, warum muss er eigentlich jedes Viech beleidigen? Und beidhändig. Ich bleib mal jetzt bei Larus und geh nicht zum Lager, weil er hier aus irgendwelchen Gründen immer direkt vorwärts läuft. Oh, Fleischgräber und Feldbergsteiger. Von denen kann man einfach nicht genug haben. Robolt-Bären. Baran-Transformation. Wolfsklinge bei einem Wolf. Das ist ja auch sehr passend. Mr. Aufziehvogel, das sag ich dir. Ich hab mich auch schon heute ein paar Mal verschluckt. Tafel des Schicksals 3. Tafel des Schicksals ist schon krass. Schwerer Ast, Gold und, äh... Oh, Stücke von Erz. JPF. Immer gerne. Schön, dass du am Start bist. Verärgere mich jetzt nicht. Haha, warum sollte ich? Reden Sie nicht so viel. Lass uns weitermachen. Bleib dicht bei mir. Bleibt einfach random stehen und sagt, verärgere mich nicht. Oh, Junge. Ein Bastard weniger. Ja, Mr., das ist natürlich schlecht. Ich hoffe, es ist nicht zu, äh... schmutzig geworden. Also mein Highlight war aber immer noch bisher, äh... Bromor. Mit den dicken Mädels. Reiki, die Quest-Items müssten nicht, äh... random sein. Und Ben Korner, danke für die Kanal-Mitgliedschaft. Äh, Bifi, bei mir sieht's, ähm... düster aus jetzt gerade wieder. Eben kam sogar wieder kurz die Sonne raus, aber bisher kein richtiges Unwetter. Es donnert irgendwo in der Ferne so ein bisschen, aber... nichts Gravierendes bisher. Und ich hoffe, niemand hat schlimme... unverendete Streit-Axt. Schlimme Schäden hier durch Tornados oder so ein Kram. Ich weiß nicht, wie es gerade in anderen Teilen Deutschlands aussieht. hoffen wir mal, dass niemandem was passiert hier. Ja, lobert mit den... Auf dich, Schlanter! Was? Junge, Laris, zügel dich. Ja? Und Ben Korner, vielen Dank für die verschenkten fünf Mitgliedschaften. Dankeschön. Weiß ich sehr zu schätzen. Danke, danke. Äh, lobert, der die Obdachlosen verprügelt. Das fand ich noch besser. Das war echt krass, ey. Okay. Wasserzauberer sind vor Glück im siebten Himmel. Mehrere Wochen lang gruben sie im Nordosten Ausgrabungen. Wer weiß, was sie dort finden werden. Alles begann mit dem Beben der Erde, wie in den schlimmsten Tagen der Barriere. Schreckliche Steinwesen erhoben sich aus dem Boden und fegten alles von dieser Welt weg, was es wagte, sich ihnen mehr als 100 Schritte zu nähern. Die Wasserbändiger machten sich an die Arbeit und vernichteten die feindlichen Eindringlinge. Und jetzt graben sie dort nach einer Erklärung für diese seltsamen Phänomene. Aber sie werden es bald selbst sehen. Grüße zurück, Peter. Ja, okay. Panzerplatten eines Minenfahrwerks war auch echt heftig. Mist, das war schon echt krass. Lass uns weitermachen. Werd dicht bei mir. Prost, ich komme aus Deutschland. Wo ich genau herkomme, das geht doch nix an. Privatsphäre und so. Raues Zweihandschwert. Ja, Laris hat wirklich ziemliche Wutanfälle. Ich sollte ihn echt nicht mehr so sauer machen. Wenn man einfach mal einen Sumpf aufsammelt. So, warte mal auf mich. Ich will mal kurz hier ein bisschen plündern. Was haben wir hier schönes? Schweren Ast. Laute. Test, das mit dem Fekten alles weg, das versteht man selbst im Original. Schon schlecht. So, hier noch ein Blues-Song. Falls jemand den Blues mag. Uh, Armbust eines Drachenjägers. Nice. Arschkraut ist auch so gut. Können Sie mehr tun? Ja, ich kann mehr tun. Gehen wir weiter. Ja, ja. Lass uns weitermachen. Bleib dicht bei mir. So, ich bin so gespannt auf, äh, Saturas, ne? Weil er ist ja nur am Meckern. Und diesmal wird er wahrscheinlich so höflich sein. Die ganze Zeit sieht's. Noch ein Kronstockl. Äh. Äh. So, hier kann es gefährlich werden. Lass uns weitermachen. Zieh dich ein wenig zurück. Genau, nicht Saturas, sondern Sättigung. Diesmal ja. Stimmt. Hab ich schon vergessen. Kann ich eigentlich eine bessere Waffe tragen? Äh. 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 Aufleveln. Wir müssen auch unbedingt Gejagdtalente lernen. Für noch mehr Sachen, die wir dann einsammeln können. Ja, Feldbergsteiger ist der Feldknöterich. Ich weiß nichts über das Klacken von Schlössern. Okay. Okay. Würde ja gerne den Schattenläufer anlocken. Der könnte viel Erfahrung bringen. Ja, Diego, da liegst du vielleicht nicht ganz falsch. Wobei bei mir auch oft Hamburg gesagt wurde. Warum auch immer. Vielleicht, weil ich Moin sage. Äh. Entschuldigung, Herr Schattenläufer. Oh, jetzt fängt es an zu donnern. Vielleicht hört man sogar den Donner hier im Stream. Ich weiß es nicht. Schattenwanderer. Leider heißt er nicht mehr Schattenhai. Oh, nur 130 Erfahrungen. Aber dafür einen Ulmenbogen. Wir sind hier. Hier, nimm die Dekoration. Die Wasserbändiger müssen irgendwo da drin sein. Bring es ihnen. Wenn sie in diesem Loch im Boten auf Kreaturen stoßen, für die sie ihrer Meinung nach nicht bereit sind, rennen sie am besten nach Saturas. Er kümmert sich um die Tiere. Ich muss zurückgehen. Und hier ist noch einer. Wagen sie es nicht, hier mit Dekorationen herumzuwandern. Gehen sie direkt zu Saturas. Mach's gut. Ja. Los, sag es. Hör auf herum zu albern. Bringen sie die Verziehung nach Saturas. Ich bringe die Verziehung nach Saturas. Ja, Sonic, ich kann irgendwo nachvollziehen, wenn Leute Leute im Internet öfter mal zuhören, zugucken, dass man dann neugierig ist und gerne mehr von ihm erfahren will, weil man ja viel Zeit mit denen verbringt. Aber auf der anderen Seite kann ich es auch nicht verstehen. Weil es gibt ja immer noch das Privatleben. Oh, ich glaube, die drei Ratten, die schaffe ich gar nicht. Nee, die sind eindeutig zu krass. Gehen sie bitte weg, Ratten. Hallo. Nein. Wo habe ich gespeichert? Da. Ja, wenn es gerade um das Unwetter ging, okay, aber sonst so Fragen kommen ja auch ab und an mal öfter, ne? Wenigstens ist die Armbrust stark. So. Die Ratten haben auch immer schön hier tolle Sachen dabei. Ja, live, so ist das auch. Aber das ist ja mein Privatleben. In Corines rumhängen. Was will man mehr? Habe ich noch Bolzen? Ich habe noch vier Pfeile. Okay, das ist eine schwache Ratte. Das ist gut. Schön wäre es, Alistair. Das wäre schön. Au, Junge. Was war das für eine brutale Super-Ratter? Warum seid ihr so stark? Und warum ist die wieder so schwach? Okay. So, ähm. Die Ratte wird jetzt der Endgegner hier. Moin, Chris. Die haben echt schöne Sachen dabei. Das ist gut. Das wäre schön. Wenn man ein Billionär wäre, dann hätte man keine Sorgen. Also, keine Geldsorgen. Oh, die ist aber auch ganz schön stark. Eine Ratte. Irgendwann, du hast 45 zu wenig Steckdosen. Verstehe ich irgendwie gerade nicht. Junge, diese Ratten sind einfach so krass. So? Es war. So? 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 feuriger Regen, da stand da eben, achso Stärkepunkte übersetzt da stand echt Steckdosen, habe ich gar nicht gesehen ah was steht bei Geschicklichkeit Fertigkeitspunkte, okay Feuerregen spare ich mir mal auf, vielleicht können wir uns Shadow Walker Transformation warum nicht warum nicht mal eine Shadow Walker Diego, ich war noch nie auf so einer Convention also ich bin nicht der Typ, der so hingeht bekomme nichts bekomme nichts ja Sonny, ich denke auch, das können wir mal in so einem Stream besprechen wo man einfach nur labert vielleicht, aber das muss man jetzt ja nicht hier aufmachen, aber ich bin schon grundlegend, das verstehe ich, was du meinst so freut ihr euch alle auf Satoras Sie sind verrückt? Brauch's hier für angehende Abenteurer sind diese Gewölbe zu gefährlich aber sag mir, kenn ich dich nicht natürlich Bastard ich glaube nicht, dass ich vergessen habe wie sie uns im neuen Lager betrogen haben darf man eigentlich fragen, wie der Stand mit Seven oder X Skothic 2 ist ja, habe ich auch schon im letzten Streamstuffer erzählt es ist so, dass ich umgezogen bin Evil ist gerade am umziehen einige Leute waren im Urlaub und 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 deswegen verzögert sich das alles ja auf jeden Fall ist der gute Sättigung jetzt da und ja, wir fragen mal ich du hast die ganze magische Kraft aus unserem Erzhaufen gesaugt und bist dann einfach verschwunden was hast du dir dabei gedacht? ja, das müssen wir uns jetzt mal überlegen Chris, was ist deiner Meinung nach die geilste Gothic Mod für Gothic 2 die Nacht des Raben also meine Erweiterung wie Eliver ähm also die sind alle schön alle haben ihre Vorzüge aber ich habe ja neulich vor ein paar Monaten mal die Nostalic Edition gespielt die neueste Version und die fand ich schon sehr gelungen ist ein sehr schönes Gesamtpaket kann ich echt empfehlen so ähm dein Plan hätte sowieso nicht funktioniert eine Barriere mit einem Haufen Erz zu sprengen ist der größte Unsinn den ich je gehört habe du würdest dich damit in die Luft sprengen das ist der Höhepunkt wer gibt ihnen das Recht über uns und unsere Absichten zu urteilen wenn ich nicht so ein friedlicher Mensch gewesen wäre wäre ich den Zorn von Adanos ausgesetzt gewesen mach etwas Magie mit dir mein Junge hast du eine Ahnung was du dort gemacht hast? du hast das Gefüge der Magie so sehr verdorben dass man es sogar in Corinnes hören konnte sie haben Glück dass eines Tages die Barriere einfach zusammendrach worüber beschweren sie sich dann? alles völlig freiburgslos passen sie auf ihre Zunge auf was zum Teufel machst du hier überhaupt? ich bin mit Laris hierher gekommen Lara? wirklich? wo ist er? ich bin allein Laris kehrt in die Stadt zurück was? und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? was denkt er? oh ja ich hab Dekoration mitgebracht von Lara cool ist ich habe deine Dekoration mitgebracht was zum Teufel soll das heißen? wer hat dir das gegeben? sag nicht dass Laris es einfach dir überlassen hat jetzt geh wieder runter ich hab es dir gebracht das ist es doch was du wolltest oder? bereits aber es macht mir Sorgen dass du wieder involviert bist warum machen sie so viel Aufhebens um die alte Geschichte mit dem Haufen RC? schließlich habe ich damals schon für sie gearbeitet du konntest nicht auf mich zählen? hm und was hat es mir am Ende gebracht? hm ich glaube nicht dass ich dir vertraue ich will nicht Wasserring vereinen was? woher weißt du es nochmal? wer? Laris ich werde ihn töten er hat unsere erste Regel gebrochen niemand redet darüber Wasserring ich weiß nicht was ich dazu sagen soll ich vertraue dir nur solange ich dich ansehe es war Vatras der mir alles über den Ring erzählte was? Vatri? groß von allen Wasserbändigern auf der Insel musstest du jemanden treffen der dich nicht kennt ich warne dich seien sie dieses Mal nicht dumm ich werde anstrengen seien sie dieses Mal nicht dumm ich werde anstrengen oh Junge ja und Brillando Olome ist hier Mord das stimmt Neo warum ist ihnen diese Dekoration so wichtig? dies ist der Schlüssel zum Portal ich werde ihnen nicht mehr darüber erzählen was machst du hier? diese Hallen bergen alte Geheimnisse geheimnisvolle Rätsel Inschriften und Wandmalereien Zeugen von einer sehr alten Kultur alles was sie hier sehen ist in einer uns völlig unbekannten Sprache geschrieben wir fangen gerade erst an sie zu studieren und zu verstehen da du andere Magier trotzdem nicht von ihrer Arbeit abhalten kannst kannst du auch eine Nachricht von mir an einen von ihnen weiterleiten sag Riordian, dass ich möchte, dass er bei mir ist es ist hinten im Tresorraum du wirst es finden ja, das hoffe ich Junge, Junge, Junge so, Riordi hast du auch einen Spitznamen? Hallo Hallo Was machst du da? Ich studiere die Kultur der alten Menschen die Inschriften bezeugen, dass sie lange vor unserer Zeit lebten ich weiß nicht genau, wann sie diese Hallen gebaut haben aber ihre Zivilisation war sehr weit fortgeschritten sie bauten eine Stadt jenseits der Berge und der Tempel von Adanos verlorene Stadt auf der Insel Korinus? ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, dass wir die ganze Insel kennen wir gehen davon aus, dass der gesamte Nordosten der Insel ein riesiges Gebirge sein würde aber wir haben uns geirrt hinter diesen Bergen liegt ein Tal es gab eine Stadt alter Menschen ich würde mir gerne die Gebäude der Stadt ansehen aber sie sind wahrscheinlich schon vor langer Zeit zum Staub zerfallen ah, Junge, die Stadt alter Menschen was glauben Sie, wie alt dieses Gebäude ist? so, ich kann es noch nicht genau sagen aber es muss mehrere hundert Jahre alt sein Vatras gab mir dieses Amulett des suchenden Lichts oh, seltenes Artefakt damit lässt sich das ehrlich trainieren, wussten sie das? kannst du mir dabei helfen? gerne, ich beschäftige mich schon lange mit dieser Art von Magie ah jo, Reordian hat seinen R verloren in der Mitte das ist mir jetzt auch aufgefallen äh, zeig mir, wie ich mein Funkeln beibringen kann zeig mir, wie ich mein Funkeln beibringen kann wonach sucht ihr Grillicht? komm zurück nefarious nefarious lebensenergie heißt ja lebensnotwendig die hab ich auch noch gar nicht reingeguckt unser Level heißt ne, äh, wir sind Schritt ist das ich kann hier gar nichts mehr erkennen zunftlos nächste Ebene ja, Gewalt vor Kugeln vor den Kugeln vor dem Feuer des Drachen das ist einfach schon genial ich würde es anders machen das kann nicht ewig so weitergehen Trewebias, du kannst dir ja nachher alles schön angucken im VOD hier waren so viele lustige Stellen dabei steck die Waffe weg schlauer Typ schlauer Typ ja, guck mal er hat sogar einen Magierstab das ist ja sogar recht passend eigentlich, ne? was machst du hier? meine Aufgabe erfahren Sie mehr über die Wächter des Tentals es ist schwer im wahrsten Sinne des Wortes diese Steinwächter haben eine Eigenschaft die mir völlig unbekannt ist in einem Moment sind sie völlig leblos und im nächsten stürzen sie sich wie besessen auf einen ich konnte ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen aber eines ist sicher hat einen magischen Ursprung na, das ist ja gut erzählen ich möchte mehr über diese Steinwächter erfahren ich kann dir noch nicht viel sagen leider mussten wir sie zerstören jetzt sind sie in Sicherheit als wir hier ankamen haben sie uns angegriffen wir könnten sie nur besiegen indem wir unsere Kräfte bündeln und ich fürchte dass hinter dem Portal noch andere auf uns warten es muss einen Weg geben ihre treibende Kraft zu verbanen sodass sie nur noch Statuen sind und es auch bleiben können sie mir Ausrüstung verkaufen warum nicht wenn ich mich richtig erinnere handelt mir damals schon sag mir was du brauchst öy das ist der Waffenhändler unseres Vertrauens krass so dir kann ich auch mal ein paar Waffen geben den heiligen Henker zum Beispiel ich denke wir werden sowieso noch genug coole Waffen finden von daher werde ich jetzt mal alles verkaufen das ist die brutale Orksachs für Harad die können wir behalten ist ja schon mal nicht schlecht das Brettschwert na natürlich ja das kann eigentlich alles weg ich denke das kann auch erstmal weg wieso habe ich eigentlich diese Sachen jetzt an können sie mir Ausrüstung verkaufen sag mir was du brauchst ja mach's gut Gerob viel Spaß beim nachschauen so Kurzbogen kannst du auch haben hast du irgendeine Waffe die ich tragen kann das Ding aber das ist auch sehr kurz bei der Arbeit für mich sind diese Gewölbe ein absolutes Rätsel es ist unglaublich dass sie noch niemandem aufgefallen sind wir konnten den Eingang leicht finden die Menschen sind so beschäftigt mit ihren täglichen Aktivitäten dass sich niemand dieses Gebäude genauer angesehen hat ich habe keine andere Erklärung dafür was ist ihre Aufgabe hier ich versuche herauszufinden wohin uns dieses runde Portal führen wird ich helfe Nefarius auch dabei das fehlende Schmuckstück zu finden sicher ist dass das Portal zu einem Teil der Insel führt den wir noch nicht kennen ich kann mich auch nicht erinnern jemals davon gehört oder gelesen zu haben wollen sie wirklich durch das Portal gehen? sicher wenn wir natürlich die fehlende Dekoration finden können ich gebe zu dass dies ein etwas riskantes Geschäft ist aber wir müssen wirklich herausfinden was diese ständigen Erdbeben bedeuten was wissen sie über Erdbeben? etwas auf der anderen Seite verursacht sie vermutlich ist diese Quelle auch für das Erwachen der Steinwächter verantwortlich aber das ist nicht meine Aufgabe Saturas und Kronos können ihnen sicherlich mehr darüber erzählen na gut was glaubst du wirst du dort finden? ich bin noch nicht sicher ich vermute dass es auf der anderen Seite eine ähnliche Struktur gibt und ein Analogon dieses Portals den Rest werden wir sehen wenn wir dort ankommen wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? du solltest besser den Weg zurück gehen den du gekommen bist aber sie könnten genauso gut nein es wäre zu gefährlich sag es also die Erbauer dieser Hallen reisten auf ihre eigene Weise soweit wir wissen konnten sie teleportieren nichts besonderes die Teleportationssteine die wir hier in Korinis gefunden haben sind in Ordnung es scheint dass der Teleportstein in diesen Hallen zur Hafenstadt führt allerdings hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht es zu nutzen was ist wenn ich versuche es zu verwenden? ich habe keine Ahnung wir wissen immer noch zu wenig über ihn möglicherweise überleben sie nicht Levin Kula Jorgi was ist dein Zuschauerrekord? boah ich habe keine Ahnung ich sehe die Zuschauerzahlen gar nicht ich habe sie gar nicht eingeblendet sehe ich erst nach dem Stream und ich stream ja auch erst das ist die zweite Woche also interessiert mich auch eigentlich recht wenig ich bin für die Leute die da sind unterhaltsam und die anderen können sich ja nachher das VOD angucken von daher es freut mich natürlich wenn direkt viele Leute dabei sind aber ich achte da jetzt auch nicht drauf wo ist dieser Teleportstein? der Poolraum hat eine Tür ich habe es hinter dir verschlossen ach das ist ein Poolraum gib mir den Schlüssel ich möchte mir diesen Fall ansehen wirklich? aber dafür übernehme ich keine Verantwortung gib es mir wenn du denkst hier ist es Dankeschön wo sind die anderen Teleportsteiner? bisher haben wir einen weiteren gefunden etwa im Zentrum von Corinis in der Nähe der Taverne Deatapi Deatapi kannst du mir Magie beibringen? sobald wir vor Ort sind stehe ich ihnen gerne zur Verfügung okay das ist doch gut was geht bei dir? er heißt einfach Rührgerät wieso heißt er Rührgerät? hallo du hallo Rührgerät alles klar? ziemlich mutig von dir einfach so hier reinzukommen oh Junge was machst du hier? ich lerne die Sprache der Baumeister Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis der alten Menschen jeder von uns muss sie lernen sonst wäre diese Expedition zu Ende gegangen bevor sie überhaupt begonnen hat die Erbauer nutzten Steintafeln um ihr Wissen weiterzugeben leider sind viele davon längst kaputt oder gestohlen kaputt was steht auf diesen Steintafeln? sie enthalten das gesammelte Wissen der alten Menschen einige von ihnen erweitern auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie für jemanden der die Tafeln lesen kann sind sie ein wahrer Schatz Myxier Mixer Rührgerät könnte sein dass das die Herleitung ist das könnte echt sein können sie mir das Lesen in einer Fremdsprache beibringen? okay warum nicht gerne gebe ich mein Wissen an sie weiter ganz ehrlich Asonic ich auch nicht das ist einfach viel zu heftig der wird ja das wird schon einen Grund haben warum er so heißt und dann trägt er auch noch einen dicken Zwei hin damit rührt er wahrscheinlich seine Feinde um okay so schändlich ja ja du bist echt schändlich wie sieht es aus? was machst du hier? was für eine Überraschung ich dachte du wärst getötet worden na wussten sie dass um sie herum ein großer Hübe herrschte? ich habe Saturas kaum wieder erkannt er war damals so verärgert darüber blue dragon knight ich kann es dir auch nicht erklären ich weiß nicht google übersetzer macht faxen das wurde ja auch nicht nachgeprüft neo hat das ja einfach wirklich durchrattern lassen da kann schon mal zu paar Fehlern kommen was ist dieses Portal? wir vermuten dass es zu einem verlorenen Tal führt in dem eine alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss doch der Stein hinter dem Portal besteht aus massivem mehrere Meter dicken Gestein außerdem gibt es keine Anzeichen von Teleportationsmagie sehr geheimnisvoll ja da hast du deine Erklärung wird anscheinend erst zuerst ins Englisch übersetzt und dann in die jeweilige andere Sprache wissen sie schon wie man es aktiviert eine der fehlenden Dekorationen sieht aus wie eine Art magischer Schlüssel wir werden es brauchen um voran zu kommen es sollte genau in die Ringfamilie Aussparung neben dem Portal passen ich habe ein Schmuckstück mitgebracht ja toll und eine Idee wo die restlichen Teile sind alten Inschriften zufolge war es in vier Teile geteilt und es sieht so aus als wären die Scherben noch auf der Insel einige der Inschriften habe ich mit Hilfe von Medaillon übersetzt dort finden sie Hinweise darauf wo sich die restlichen Teile befinden hier ich habe auf dieser Karte mehrere Orte markiert wo schauen achten sie auf alte Designs möglicherweise haben sie sich bereits verschlechtert und sind nicht mehr klar zu unterscheiden es könnte alles sein großer Felspocken Steinkreis Mausoleum oder ähnliches aber wovon rede ich du wirst es finden viel Glück warum ist die Dekoration kaputt wer auch immer das getan hat wollte dass sich das Portal nie wieder öffnet je mehr ich mir die Inschriften ansehe desto klarer wird mir dass die Priester der alten Kultur definitiv keine Narren waren es gab einen guten Grund warum sie den Außenbereich unzugänglich machten wir wissen nicht was uns dort erwartet aber das ist sicher nicht gut ja gut dann haben wir jetzt ja schön was zu tun da können wir jetzt nochmal zu unserem guten Freund Sättigung gehen alter Sättigung Schändlich und Rührgerät das sind auch wirklich die drei krassesten Wasserbindiger hier Hallo ich muss die verlorenen Schmuckstücke von Nefari finden was das ist unglaublich bist du wieder dabei keine Sorge ich bringe diese Dinge hierher wissen sie überhaupt wo sie suchen müssen Nefarios hat mir diese Karte gegeben zeigen sie mir Hai Fio in einem großen Wald ist es ziemlich gefährlich du darfst nicht alleine gehen finden sie jemanden der sie nach Korinis begleitet ich möchte nicht von Monstern gefressen werden und Dekoration mit dabei hier ist nochmal deine Karte was sind das für seltsame Erdbeben das ist eines der Rätsel die ich zu lösen versuche irgendwo hinter diesen Bergen ist das Gewebe der Magie zerrissen es ist zu erkennen dass jemand mit aller Kraft versucht einen mächtigen Zauber zu zerstören ich befürchte dass diese Erdbeben bald die gesamte Insel erfassen werden Hallo Beodian hast du sonst noch etwas Neues gefunden dies wurde bestätigt die alte Kultur glaubte wirklich an Adanos das ist ja schön so dann können wir zurück in die Stadt dann können wir auch mit Laris in den Wald gehen und in der Stadt da werden noch so viele lustige Sachen passieren ich freue mich so da drauf wie heißt denn eigentlich der Ork der heißt einfach Ork ach du Scheiße ist der stark auf Wiedersehen Problem ist wenn ich den jetzt zur Stadt locke dann naja dann bringt er Mika um das will ich nicht das stimmt ich meine Lara natürlich Levin Lara tut mir leid aber Lara dürfen ihn nur seine Freundinnen neu in der Truppe ja du siehst aus wie ein armer Schurke wir können Menschen ohne Geld in der Stadt nicht gebrochen aber ich habe vor der Stadtwache beizutreten bring mich nicht zum Lachen gehen sie zum anderen Tor und versuchen sie es an ihn zu verkaufen ich war schon sie haben mich zu dir geschickt oh Gott sie schicken uns immer das Beste äh ja äh Trevibias Girm oder Grimm äh vielen Dank für die Kanalmitgliedschaft danke und Pulvina Pulvina das ist anscheinend wirklich von Deutsch in Englisch und dann Russisch und dann wieder zurück ins Englische und dann wieder nach Deutsch hier sind 100 Goldmünzen lass mich ein 100 Gold hört sich gut an dann immer bei dir ja immer bei dir keine Sorge wir checken hier noch alles in Ruhe ab aber erstmal gehe ich jetzt pennen und dann gehen wir mit Laris nochmal los wir können uns ja auch mal amüsieren mit der guten Nadia wir haben ja jetzt genug Geld aber das machen wir mal du musst vorsichtig sein er hat es wirklich nicht verliebt das ist nichts Neues hallo warum stehst du hier kommen sie und lernen sie die leidenschaft durch die Nadia dieses heiße Geschöpf der Nacht wird ihrem Leben einen neuen Sinn verleihen glaubst du wirklich alles war wie du sagst sprechen sie mit Brummer wenn sie Spaß haben möchten ich würde das nicht tue ich hätte es dir vorher hey ich kann mich im Moment nicht um mich kümmern Schatz sprechen sie mit Brummer wenn sie Spaß haben möchten ich möchte ihnen nur ein paar Fragen zu vermissen und Personen stellen ich könnte dir etwas sagen aber nicht dir Schatz dann lass uns mal rufen gut aber zuerst klärst du das mit Brummer ich will kein ARA äh Visa ins Kloster gehe ich zuletzt weil ich mich da anschließen möchte ich werde es ihnen nicht mehr sagen oh ihr fängt es langsam auch an zu donnern ich weiß nicht ob man das gehört hat ich will Spaß haben gut die nächsten Stunden ihres Lebens werden sie so schnell nicht vergessen niemand will gehen mit Nadia nach oben sich amüsieren es sind alles nur Gerüchte äh Neo also eigentlich würde ich auch morgen gerne weiter streamen ne also das Samstag stream ich dann nicht aber Sonntag dann vielleicht wieder aber morgen wollte ich auch eigentlich streamen wer sagt so etwas heute ist dein Glückstag liebes wir gehen ich muss es nicht sagen Junge diese ganzen Leute die hier durcheinander labern ich will es ihnen nicht mehr sagen picken hallihallo was ist los ich bin beschäftigt lass mich in Ruhe hallo ich bin beschäftigt da wäre ich mir nicht so sicher ich könnte dir etwas sagen es war klar er arbeitet auch den ganzen Tag ich glaube nicht dass das alles was ist wo ist er denn jetzt wer sagt so etwas wir müssen uns ja auch nicht mit ihr amüsieren aber wir können ja mit ihr hier oben reden können sie ja für immer hier stehen lassen unterhalten wir sind hier nicht gesorgt Romo mag es nicht wenn wir während der Arbeit mit Gästen reden was ihm nicht gut tut sie möchten also mehr über die vernisten Personen hier im Hafen erfahren oder ich weiß nicht ob ich ihnen helfen kann aber ich kann ihnen sagen wo ihm Lucia gedanken ist ein Neo wenn du es bis morgen nicht schaffst ist ja nicht schlimm aber vielleicht schaffst es ja bis Sonntag oder bis nächste Woche das reicht ja auch schon wenn wir jetzt die ersten paar Streams das so haben ist auch okay vielleicht ist es gar nicht schlecht wenn die hier Beleidigungen aussprechen dass im Hintergrund so viele Leute labern damit man die nicht direkt versteht wo ist sie hingegangst sie traf sich auch mit Elvig einem Tisch in den Torbenhäuser unter der Stadt ich wette sie ist mit diesem jungen Kerl durchgebrannt wohin könnten diese beiden gehen ich werde es ihnen nicht mehr sagen wenn die Wölfe sie nicht gefressen haben dann glaube ich dass sie zu Flucht bei den Bauern gesucht haben wohin kann sie sonst gehen das sind schlechte Zeiten ich habe ich habe viel über vermisste Menschen hier in Hafen gehört aber ich bin mir nicht sicher ob ich die Geschichten glauben kann ihr solltet mit den Händen mehr kann ich dir leider nicht sagen nur was ist jetzt mit uns beiden Liebes schließlich hast du dafür bezahlt möchten sie vor ihrer Abreise etwas Spaß haben nichts überrascht nicht von mir das kann nicht ewig so weitergehen das kann nicht danke aber wo ist das noch mal her eine Schande naja vielleicht nächstes Mal eine Schande äh Brillando Neo will ein Patch machen damit die Umgebungsdialoge nicht mehr so laut sind die sind nicht angepasst von der Lautstärke normalerweise sind die glaube ich so 30% leiser hallo du das kann nicht ewig so weitergehen haben sie schon einmal einen Teleportationsstand benutzt es ist sehr interessant nein aber ich habe davon gehört Wassermagier sind sich dieser Dinge noch nicht sicher ich habe es schon versucht es war klar du hast vor nichts Angst oder das weiß man jeder so wenn sie diese Dinge nutzen möchten bitten sie den Gastwirt Orlan er redet einfach zu viel ihn sein mit Brettern vernageltes Versteck einzulassen glaubst du wirklich hat einen der Teleportationssteine dieser Wassermagier in der Nähe seiner Tavern was hat das sie verlassen das Osttor der Stadt und folgen einfach dem Lenk dann können sie sie überhaupt nicht überspringen wenn man sie das wissen soll könnt ihr bitte leise sein zumindest ihr beide wie noch ein Zauber hör auf mit dieser magischen Scheiße da kann man nichts dagegen tun hilfst du mir durch den dichten weit im Osten zu kommen lass uns abwarten was passiert wo es gilt aber was willst du da wo es gilt Nefarios bat mich nach Meerschmuck zu suchen ein Ort zum suchen ist mit einem du bist vorsichtig die Stimme stehe schon für dich allein ist es immer noch zu gefährlich oder kein Problem sag mir wann du gehen willst äh ja los geht's okay los geht's wo oh Junge das wird jetzt was ich freue mich gleich schon auf die ganzen Dialoge hier mit den Leuten einfach im Hafen quatschen halt echt viele rum aber hier ist es ja auch ein bisschen ruhiger wenn man einmal die Waffe zieht dann kann man die meisten eigentlich direkt davon abhalten zu labern wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte mein Mann sieht das anders so quatscht der mich eigentlich nicht an lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe hä normalerweise müsst ihr doch sagen hey hey hier draußen alleine rumzulaufen ist gefährlich ja was sagen wohl die Suchenden und wie hören die sich an das ist echt das ist echt spannend aber bis wir dahin kommen wird es noch eine ganze Zeit lang dauern diesmal machen wir ausführlich entspannt das muss man ja genießen hier ich werde das jetzt sehr genießen diese ganze Geschichte haben sie auch an den Wald gedacht wollen sie dort wirklich eintreten jo Raika in der Beschreibung habe ich es mal kurz zusammengefasst und da ist auch ein Downloadlink das wäre auch witzig wenn er das gesagt hätte wenn man zur roten Laterne geht oh Wolfszahn oh der Trommel Trommlersuchende war echt klasse man der war echt super der Anführer will ihren Kopf ja das könnte passieren aufleveln nice einhandkampfstamm äh einhand Kampf Kampfsteintafel ja heißen die ok wieder einer dieser Bastarde der Kaiser wünscht sich ihre Kopfbedeckung das wäre schon schön Weidenröschen ja ja die guten Weidenröschen ja das das ist ja auch so ähnlich erstellt wie die Gothic 3 LTM Mod deswegen erkennt man hier einige Parallelen also ganz ehrlich ich freue mich auf alles alles was hier kommt jeder Moment kann cool sein selbst wenn du einfach Sklaven sprichst oder Jaken da mit den ganzen Banditen und so Piraten das wird ich glaube das wird sehr geil ja gerade so Leute wie Garond auch auch Lord Hagen ich habe es am eingangs im Stream schon erwähnt übrigens wenn ihr Neo Chromicon unterstützen wollt oder auch Ressa ich habe die Links mal in die Beschreibung gepackt Neo Chromicon der hat hier diese Mod quasi das mit dem Google Translate gemacht die ursprüngliche Mod ist von Bisa Sam Bisa du hast ja keinen Spendenlink oder und ja Game TTS Sprachausgabe alles haben wir den guten Ressa zu verdanken also wenn ihr da ein paar Euros über habt und die Gothic Community unterstützen wollt dann macht das gerne gerade Neo der arbeitet an so vielen Mods die noch rauskommen jetzt Gladiator mit der neuen Sprachausgabe seine eigene Mod Dämoni der Nacht da habe ich mal die Links reingemacht U-Bull-Skelett Reiker wir waren doch schon bei Saturas Saturas heißt übrigens nicht mehr Saturas er heißt Sättigung und Captain Greg haben wir auch schon gesehen der naja der heißt jetzt Gregor mach es schnell ich möchte so schnell wie möglich hier raus so sammeln wir mal hier alles ein ich glaube in dieser Version können wir auch verdammt stark werden einfach weil wir so viele Kronstöcke und so ein Zeugs finden das heißt wir können so ein Kampfmagier auch sein warte mal habe ich hier schon gedrückt Till ärgern ist auch geil müssen wir uns mal überraschen lassen ja blauflieder ist bluesong natürlich ja dann geh mal wieder hin was aus Kavalon geworden ist Soldat Kavalon hieß einfach Soldat Innos ist wütend ja das könnte auch sein dass wir das finden Fio das sollte dir eigentlich auch schon aufgefallen sein die Monster geben ja alle random Erfahrungspunkte und so wir finden ständig random Sachen bei Monstern wir finden random Pflanzen also es ist noch sehr viel zufällig gestaltet aber nicht mehr so verrückt wie beim letzten Mal dass alle unterschiedliche Kleidung tragen und so so will ich mich mit den Banditen hier schon anlegen ich glaube nicht das können wir später machen Sumpfkraut ist auch einfach Sumpf das ist doch schön schwere Ast ob wir schon die ganzen Kräuter für Konstantino zusammen haben seine Liste wird bestimmt interessant Fleischkäfer einfach null Erfahrungspunkte Entschuldigung Fleischkäfer kannst du bitte Käferfleisch ja das ist schlecht du kannst ja nachher auch im VOD die mal den Anfang angucken dann siehst du ja was ich eingestellt habe so jetzt müssen wir der Wache nochmal Geld bezahlen es ist gefährlich alleine hierher zu gehen wo kommst du her von einem der Bauernhöfe also Bauer dann gehst du besser nicht alleine auf gefährlichen Landstraßen wer weiß wer sie hier überfallen könnte was ist dir so gefährlich viel erstens sind sie Banditen sie essen einen miesen Kerbi dich zum Frühstück wenn die Banditen dich nicht erwischen werden es wilde Tiere im Wald oder umherziehende Söldner tun bevor sie also Lust ziehen kaufen sie zunächst eine anständige Rüstung ich wette dass sie hinter der nächsten Straßenbiegung um Hilfe rufen werden Etrevibias Fleischkäfer töten ist auch die schwierigste Aufgabe das gegen Drachenkämpfen einfacher und Riker gestern hatten wir noch den Randomizer ein bisschen wirrer eingestellt und dann noch mit Little Hero Mod das war alles so ein bisschen verrückter aber dafür ist heute die Sprachausgabe schön verrückt nehmen wir an ich bitte um ihre Hilfe was würde es mich kosten ich bin nur ein bescheidener Diener des Königs und würde es hassen einen hilflosen kleinen Bürger des Königreichs zu holen aber wissen sie wenn sie mich danach fragen dann habe ich nichts gegen einen kleinen Sprung in unserer zukünftigen Geschäftsbeziehung für den Anfang sollten 10 Goldmünzen ausreichen was denken sie ich denke das klingt auch nicht schlecht warum nicht hier sind 10 Münzen für sie groß wenn sie meine Hilfe benötigen wissen sie wo sie mich finden können aber bitte tun sie mir einen Gefallen kommen sie nicht umsonst in meine Nähe ich kann es nicht ertragen hörst du okay ah cool hier darf ich jetzt auch immer rein ich dachte ich muss sie nochmal bestichen und Vedajo ja ich glaube das lag echt daran weil Laris dabei war wir können übrigens bei Daron der auch einen heiligen Vollstrecker hier hat was kann ich für dich tun suchen sie spirituelle Hilfe möchten sie zu unserem Herrn Inus oder seiner Kirche etwas Gold spenden ja das können wir gleich machen steck die Waffe weg schlauer Typ wir schmeißen mal unser Geld raus und sagen dass wir bedürftig sind der Vatras Dialog war auch wirklich nice ne ja wir werden wahrscheinlich noch öfter schöne Dialoge mit Vatras haben oder auch mit Pyruca später irgendwann wo kommst du her ich komme aus einem Zauberer Kloster in den Bergen wir akzeptieren alle die reinen Herzen sind und den Wunsch haben unserem allmächtigen Herrn Inus zu dienen was machst du in der Stadt ich führe Gespräche mit den Paladinen und unterstütze die Stadtbewohner mit meinen Ratschlägen und helfen den Worten gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Pflicht seien sie nah bei den Menschen und helfen sie denen in Not ich brauche du bist also arm kein Wunder in unserer Zeit nimm dieses Skord es sollte dir helfen aber sie sollten sich einen Job suchen dann werden sie sehen dass sie Schnellgold verdienen werden und dann können sie der Kirche Inus spenden so wie sie es ihnen gespendet haben sehr nett danke wie viel ist deine typische spende wert nun es kommt darauf an welchen teil sie verschenken möchten lass mich sehen was du bei dir hast ah ja du hast zwar nicht viel aber arm bist du auch nicht zehn gold für Inus wir sind sparsam ich segne dich im Namen von Inus denn er ist Licht und Gerechtigkeit wie Lothar sich vorgestellt hat ich glaube einfach als Lothar aber er hat sehr viel über die Polizei geredet ich muss mit den Paladinen sprechen können sie mir helfen zu ihnen zu gelangen nun sie brauchen Zugang zum oberen Viertel dies ist jedoch nur Bürgern und Stadtwächtern gestattet und natürlich feuern wir Madia wie werde ich Feuer Madia sie müssen unserem Orden als Neuling beitreten nachdem sie einige Zeit gedient haben werden sie möglicherweise in die Reihen der Zauberer aufgenommen aber es ist ein langer Arbeits- und Studienweg bevor sie angenommen werden habt ihr gerade da oben diesen Milizsoldat gesehen der sich einfach weg teleportiert hat habe ich mir das eingebildet der war oben auf der Mauer gerade irgend so Milizsoldat der war auf einmal weg erzähl mir von Enos Enos unser allmächtiger Herr ist Licht und Feuer er wählte den Menschen als sein Instrument und gab ihm Namen nach seinem Willen üben wir Recht und sein Wort wird verkündet erzählen sie uns mehr über das Kloster wir bilden unsere Schüler in allen Formen der Magie aus aber nicht nur das ist die Kunst der Feuermagie wir verstehen die Kunst der Alchemie sowie die Erschaffung mächtiger Huhnen wir kättern auch exzellenten Wein ich möchte spenden so wir machen jetzt so ist sie können jederzeit spenden solange sie genügend gold bei sich haben ich möchte spenden sie können jederzeit spenden ich möchte spenden wieso kriegen wir keine belohung mehr sie können jederzeit spenden man hat auch eigentlich sonst ach so ich bin blöd ich hab mein Geld ja gar nicht dabei gehabt sorry ich möchte spenden ich segne dich im namen von inus wenn er ist licht und gerechtigkeit ich möchte spenden ich segne dich im namen von inus ich möchte spenden ich segne dich im namen von inus ich möchte spenden ich segne dich im namen von inus Ja, wir müssen jetzt mal kurz spenden. Tut mir leid. Sie hatte keinen Bock mehr. Das weiß schon jeder. Ich segne dich im Namen von Inus. Ich möchte spenden. Ich segne dich im Namen von Inus. Ich möchte spenden. Es ist schrecklich. Ich möchte spenden. Ich habe noch etwas anderes, Gil. Ich segne dich im Namen von Inus. Ich möchte spenden. Ich segne dich im Namen von Inus. Ja, spendest du ihn. Gerechtigkeit. Was soll man nicht sagen? Ich segne dich im Namen von Inus. Er erzählt alles. Ich möchte spenden. Ich segne dich im Namen von Inus. Ich möchte spenden. Ich segne dich im Namen von Inus. Ich möchte spenden. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das habe ich immer gesagt. Ich glaube es nicht. Wir haben es gleich. Ich habe noch etwas anderes gehört. Das kann niemand sagen. Ich segne dich im Namen von Inus. Oh, erzähl mir das nicht. Ich segne dich im Namen von Inus. Er erzählt alles. Ich möchte spenden. Insgesamt habt ihr mir über eins. Jemand muss arbeiten. Ich habe mir über eins mit Goldmünzen gespendet. Der Segen von Lord Inus ist immer bei ihnen. Wenn du in 50er Schritten spendest, bekommst du mehr permanente Boni. Als wenn du einfach ein paar mal 200 spendest. Das habe ich immer gesagt. Für dir das hat sie auch immer gesagt. Und es kommt noch viel schlimmer. Wirklich. Es ist sehr interessant. Ja, der gute Rengaru. Das ist Tisch. Die Kangaroo. Rengaru. Was bewirken Schulden? Diese Kerle schwingen Schwerter wie Bauern. Aber wenn ich mit ihnen fertig bin, wird jeder von ihnen ein harter, harter Hund sein. Junge, wie random ist das eigentlich? Was bewirken Schulden? Ich möchte zur Polizei gehen. Ich möchte zur Polizei gehen. So? Sind sie Stadtbewohner? Nein. Dann wird Lord André dich nicht mitnehmen. Du kannst mit ihm reden. Aber ich glaube nicht, dass er für dich eine Ausnahme macht. Junge, Lord André hat aber auch das übelste Schwert. Wie wäre es mit der Polizei? Lord André ist jetzt unser Kommandant. Zuvor war die Miliz den Gouverneur unterstellt. Er hatte keine Ahnung, was wir hier machten. Aber Lord André weiß, was er tut. Er kümmert sich gut um Männer. Jeder, der hier anfängt, bekommt eine Empfindung wie Gerüstung und gute Waffe. Und es gibt Prämien, wenn sie ihre Arbeit gut machen. Für jeden Verbrecher, den er schnappt, zahlt er ein Kopfgeld. Kannst du mir auch den Schwert Kampf beibringen? Lord André hat angeordnet, dass wir hier alle ausbilden, die in der Lage sind, die Stadt zu verteidigen. Dies gilt jedoch nur für das Kampftraining. Alle anderen Ausbildungsarten sind den Milizen vorbehalten. Bist du mindestens halb so gut im Umgang mit Waffen? Ich denke ja. Also, sie können beginnen, wenn sie dazu bereit sind. Oh Junge, ey. Was ist der Vorteil der Einhandbedienung? Oder eine Zweihandwaffe? Leicht. Mit Einhandwaffen ist man schneller. Dies kann im Kampf ein erheblicher Vorteil sein. Zweihandwaffen sind langsam. Sie müssen die Weitsicht bekämpfen. Verursacht aber bei Treffer mehr Schaden. Ja, das war sehr deutlich. Also ich weiß jetzt schon mehr über die Einhandbedienung. Wo soll ich anfangen? Mit einer Hand oder zwei Handwaffen? Sie können es so behalten, wie Sie möchten. Wenn Sie sich nur auf eine Waffenart spezialisieren, lernen Sie automatisch eine andere. Wenn Sie zum Beispiel ein guter Einhandkämpfer sind, aber noch kein Zweihandkämpfer sind. Denn egal, wie viel du in das Training mit Einhandwaffen investierst, du wirst auch mit Zweihandwaffen besser. In diesem Fall wird das Training für Sie anstrengender sein, als wenn Sie abwechselnd zwei Waffenarten trainieren. Fangen Sie einfach an und Sie werden schnell verstehen, wovon ich erhebe. Fangen wir an zu lernen. So, einerseits. Das ist doch schön. Jetzt fühle ich mich schon sehr viel besser. Mit den anderen Hainis lernen wir dann. Schön. Am besten wir fangen jetzt ganz vorne in der Stadt an. Und reden mal mit den ganzen Leuten da. Hallo, pack den Schniedel wieder ein. Aber wasch dir erst die Hände, bitte. Was kannst du anbieten? Im Moment habe ich nicht viele Optionen. Der verdammt große Bauer liefert nicht mehr. Und was von den kleinen Bauernhöfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Yo, Level, mach's gut. Ich habe viel gehört. Zeigen Sie mir Ihr Produkt. Wenn ich es nicht mit allen Augen gesehen hätte. Erzählen Sie uns mehr über den Bauernhofstadt. Die Sache ist ganz einfach. Ohne, ein dicker Bauer will der Stadt keinen Tribut mehr zahlen. Sie müssen es einreichen. Wir befinden uns im Krieg mit den Orks und der dicke Mann will alles für sich. Normalerweise gehen die Stadtwächter in solchen Fällen hart durch. Aber jetzt ist das beste Gerüchten zufolge, hat Ona Söldner angeheuert, um die Stadtruppen auf Abstand zu halten. Söldner, alles wird in einem blutigen Krieg enden. Als ob ein Krieg nicht genug wäre. Das ist alles so bescheuert, ey. Was wissen Sie über Ona Söldner? Wie du sagst. Ich habe gehört, dass die meisten von Ihnen ehemalige Gefangene der Bergbaukolonie sind. Und ihr Anführer muss hatte großen Erfolg beim König. Ich kann das nicht klar. Allgemein oder so. Den Sie als Verräter einstärken. Es sind schlechte Zeiten. Oder so. Ich habe meine eigene Meinung. Eigentlich gehe ich zu Paladins. Da hast du schlechte Karten. Seit die Paladine den oberen Teil übernommen hatten, hatten sie kaum jemanden hineingelassen. Können Sie mir helfen, ins obere Viertel zu belangen? Ich? Nein, auch hier habe ich nicht viel zu sagen. Ich höre das zum ersten Mal. Hier in der Untergrundstadt gibt es nur wenige Menschen, die genug Einfluss haben, um an den Wachen vorbeizukommen. Matteo, mein Chef, ist einer von ihnen. Vielleicht solltest du mit ihm reden. Wo finde ich Matteo? Sie stehen direkt vor seinem Laden. Kommen Sie einfach rein. Es ist wirklich immer da. Es ist immer da. Was ist mit anderen mächtigen Bürgern? Kaufleute und Handwerker sind hier an der Hauptstraße die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt. Sie sollten versuchen, von einem von ihnen als Lehrling angenommen zu werden. Wie ich. Seit ich bei Matteo arbeite, haben mich die Menschen in der Stadt mit Respekt behandelt. Ich weiß nicht, warum er so verraten wird. Ich brauche Geld und suche einen Job. Ich habe gehört, dass Postpart Probleme mit seinem Lieferanten hat. Sein Laden liegt direkt gegen mich. Ich habe Ärger kommen zu mir. Sie sagen, er zahlt gut. Und es wird noch viel schlimmer. Nur, ein Zute zum Lager ist nicht möglich. Ja, Diego, schön, dass du dabei warst. Es ist sehr interessant. Dann bis zum nächsten Stream. Du musst nicht alles glauben, was du hörst. Dreck. Du musst nicht alles glauben, was du hörst. Sei doch mal leise. Nieder mit der Waffe. Ich glaube nicht, dass ich etwa wende. Du bist nicht so dumm, wie du aussiehst. Hey, du bist neu in der Stadt, oder? Ja, was ist mit dir? Ich komme vom Festland und fänge jetzt hier ab. Bald wird mir das Gold ausgehen und ich kann wahrscheinlich nur noch zur Miliz gehen. Aber ich will es nicht. Ich werde nicht zulassen, dass mich die Orks und des Königs Willen töten. Wer sagt das? Was können Sie mir über die Polizei erzählen? Einer der Paladine über ein Anderskommando. Ein gewisser Lord André. Er versucht, die halbe Stadt für den Fall eines Angriffs der Orks zu mobilisieren. Um aufgenommen zu werden, müssen sie jedoch Bürger der Stadt sein. Soweit ich weiß, kann man so trainieren, wird aber nicht offiziell angenommen. Zu welchem Meister ich gehen will? Ach, ist ja eigentlich eh völlig egal bei diesem Run. Aber ich fühle halt einfach zu bossbar. Was können Sie mir sonst noch über Lord André erzählen? Er übernahm auch das Amt des Richters. Wenn Sie hier in der Stadt Ärger machen, müssen Sie sich vor ihm verantworten. Ich hatte einen Kampf mit einem der Stadtbewohner. Er rannte direkt zu Lord André und stahl alles. Der Spaß hat mich 50 Gold gekostet. Ich bin froh, dass es die Nacht war. Sonst hätten es andere bemerkt. Je mehr sie sich auf dieser Müllkippe über sie beschweren, desto höher wird ihre Strafe sein. Müllkippe. Oh, Junge. Gegen wen hast du bekämpft? Mit einem Typen namens Valentino. Der hängt oft in der Tempelkneipe ab. Normalerweise bin ich ein friedlicher Mensch. Aber dieser Typ brauchte einfach etwas in seinem Mund. Bei der Polizei waren wir schon im letzten Run. Ich glaube, diesmal gehe ich zu den Feuerbändigern. Aber wir schauen uns alle, ähm, alle Communities, wie vorher gesagt wurde, schauen wir uns in Ruhe an. Ist hier etwas Interessantes passiert? Sie können sagen, Sie haben Bospa Bubna ausgeraubt. Ziemlich mutig, sage ich dir. Der Typ ging am helllichten Tag in den Laden und schnappte sich eine Schleife. Und Bospa nach ihm. Bleib stehen, du Bastarder schrie. Aber der Dieb war zu schnell. Nein, der Dieb hat eine Schleife geklaut. Das gibt's ja nicht. Oh Mann, ey. Ist hier etwas Interessantes passiert? Oh nein, alles ist ruhig. Ich denke, wenn die Orks kommen, werden wir davon erfahren. Ah. Max Mustermann, du bist mein größter Fan. Das freut mich. Schön, dass ich dich gut unterhalten kann. Was kann ich für dich tun? Was verkaufst du? Ich kann ihnen alles bieten, was sie zum Überleben in der Wildnis brauchen. Waffen, Fackeln, Proviant. Und sogar Rüstung. Ich habe noch einen ganz besonderen Artikel auf Lager. Doppelt gehärtete Schnapperhautrüstung. Noch ungetragen. Interessiert? Ja, die Schnapperhautrüstung hätte ich gerne. Okay, gib mir die Rüstung. Du wirst sie lieben. Was wissen Sie über Paladino? Seit die Jungs in der Stadt angekommen sind, stecke ich in Schwierigkeiten. Als ich das letzte Mal nach oben wollte, hielten mich die Wachen an und fragten, was ich dort mache. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich hatte meinen eigenen Laden in der Stadt, als die meisten dieser nerwegen Leute noch mit Holzschwertern Schweine jagten. Und gestern kamen die Bastarde zu mir und haben die Hälfte meiner Sachen beschlagnahmt. Junge, die benutzt aber ganz schön das auf das B-Wort. Haladine haben deine Waren beschlagnahmt? Alles, was ich im Garten aufbewahrt habe. Sie stellten einfach Wachen vor den Eingang zum Hof. Wenn ich Glück habe, nehmen Sie nicht alles mit. Zumindest werden Sie die Rüstung wahrscheinlich dort lassen. Können Sie mir helfen, ins obere Viertel zu gelangen? Was? Was willst du ja? Ich habe eine wichtige Nachricht. So, so. Haben Sie bereits versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Oh Mann, vergiss es. Das ist typisch für Obwachlose. Ich weiß nicht, wie wichtig Ihre Nachricht ist. Und ich glaube nicht, dass es mich etwas angeht. Aber selbst wenn du ihnen erzählst, dass ein Schiff voller Ochs im Hafen angelegt hat, werden sie dich vertreiben. Weil sie ihre eigenen Befehle haben. Ja, Trewebias, ich habe das ja auch extra gerade ein bisschen überspitzt gesagt. Deswegen, ich glaube auch, dass das kein echter Zuschauer ist. Können Sie mir helfen, jetzt ins obere Viertel zu gelangen? Du siehst sehr wichtig aus. Die Frage ist, wie wichtig ist das für dich? Was meinst du? Ich kann ihnen helfen. Schließlich bin ich einer der mächtigsten Menschen hier. Aber das hat seinen Preis. Du weißt nicht einer mehr, wem du vertrauen sollst. Worum bitten sie um Hilfe? 100 Goldmünzen. Du bist ein Verbrecher. Sich beruhigen. Ich meine nicht dein Gold. Schneller. Tatsächlich ist es mein Gold. Greta, die Nichte des Zimmermanns, zahlte mir viele Jahre lang kein Geld. Aber die kleine Gürre rennt immer in neuen Klamotten herum. Also hat sie Geld. Ich würde es aus ihr heraus prügeln. Aber Meistertauben, ein Zimmermann. Auch eine sehr einflussreiche Person. Gib mir Geld und ich werde dir helfen. Wo finde ich diese Körnung? Wo finde ich diese Körnung? Wie gesagt. Sie ist die Nichte eines Zimmermanns. Sein Haus liegt weiter unten an der Straße. Das letzte Haus rechts vor der Schmiede. Ah ja. Wie genau können sie mir helfen? Du musst nicht alles glauben, was du hörst. Ich nutze meinen Einfluss, um dich bei einem der Meister hier in die Lehre zu schicken. Somit ist man praktisch ein Bürger der Stadt und befindet sich im oberen Viertel. Außerdem verdient man noch etwas. Ich selbst habe nicht daran gedacht. Helfen Sie mir von einem der Master als Student aufgenommen zu werden. Helfen Sie mir von einem der Master als Student angenommen zu werden. Der Reihe nach. Zuerst erfüllst du deinen Teil der Abmachung und bringst mir das Gold. Das ist definitiv nicht mein Problem. Ja, ja. Bei dem kann ich als Azubi starten. Im Grunde jeder der Handwerker hier auf der Main Street. Da sind Harald, der Schmied, Bospa, der Bogenschütze, Torben, der Zimmermann oder Konstantino, der Alchemist. Jemand wird dich mitnehmen. Aber es ist wichtig, das andere Meister zu stimmen. Dies war in Corinne schon immer der Fall. Ja, das wird sein Gritter-Grit-Körnung. Wie kann ich die Genehmigung anderer Meister erhalten? Sie müssen sie nur von sich überzeugen. Geh und rede mit ihnen. Aber wenn mehr als einer von ihnen gegen sie ist, haben sie keine Chance. Also benimm dich. Sag mir nicht, dass du es nicht wusstest. Warum nimmst du mich nicht als deinen Lehrling? Ich würde. Aber die anderen Meister waren anderer Meinung. Ich habe kürzlich einen anderen Studenten eingestellt. Ah ja. Gibt es eine andere Möglichkeit, ins obere Viertel zu belangen? Vielleicht. Wenn mir etwas einfällt, lasse ich es Sie wissen. Zeigen Sie mir Ihr Produkt. Oh, geiles Produkt. Aber ganz schön teuer. Aber wir können dir diese Armbrust nochmal verkaufen. Uh, Amulett der Stärke? Auch nicht schlecht. Er wusste es vorher. Ich glaube, ich kaufe mir das Amulett der Stärke. Ja, hier sind schon krasse Sachen los auf der Main Street. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Hallo. Oh, neues Gesicht. Du kommst doch nicht aus Corinis, oder? Nicht die beste Zeit für Reisende. Überall Banditen, fast keine Arbeit. Und jetzt randalieren sogar die Bauern. Was endet hier? Ich suche Arbeit. Kennst du dich mit Tischlerei aus? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Aber was ist mit Burgen? Also. Es tut mir leid. Ich will niemanden, der mein Handwerk nicht versteht. Und ich habe kein Geld für einen Lehrling. Geil. Aus Schlössern wurden einfach mal Burgen. Sehr gut. Was ist, wenn ich hier als Lehrling bei einem der anderen Meister beginnen möchte? Nun, ich möchte Ihnen meine Zustimmung geben. Aber es ist besser, wenn Sie im Voraus den Segen der Götter erhalten. Sag mir, bist du ein Gläubiger? Ob ich ein Gläubiger bin? Ja, natürlich. Ja, und bei allem Respekt, Meister Torben. Dann geh nach Vatras, zum Priester Alannos. Und möge sein Segen mit dir sein. Er wird Ihnen sagen, wo Sie den Priester Enos finden. Finden können. Sie müssen auch seinen Segen erhalten. Wenn Sie den Segen der Götter erhalten, werde ich für Sie stimmen. Moin an alle, die hier noch dazustoßen. Und der Programmierer, du bist mein größter Fan. Ja, das freut mich noch umso mehr. Kannst du dich, hier, kannst du gut mit Burgen umgehen übrigens? Das wusste ich gar nicht. Kannst du gut mit Burgen umgehen? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich mache meine eigenen Schlösser. Dann kann ich zumindest sicher sein, dass es nicht umsonst war, dass ich meine Brust so stabil gemacht habe. Ja, wenn ihr auch eine stabile Brust haben wollt, dann macht einfach mal ein paar Dips und ein paar Liegestütze. Okay. Ich gehe hinter Gritta her, okay. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann oder nicht. Am Ende werden sie einer dieser Obwachlosen, die nur in die Stadt kommen, um die Truhen ehrlicher Menschen zu lehren. Ich werde dir nichts beibringen, bis ich sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist. Okay. Was wissen Sie über Paladine? Ein wenig. Sie kamen vor zwei Wochen per Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich in das obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß, warum sie hier sind. Viele fürchten einen Ork-Angriff. Aber ich vermute, dass sie hier sind, um einen Bauernaufstand niederzuschlagen. Das überrascht mich nicht. Batman Bang, wie lange streame ich noch? Ich denke bis acht. Und dann höre ich auf. Äh... Ist das schon einmal ein Schüler? Ja. Auch vor nicht allzu langer Zeit. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Ewig. Er ist mein Neffe. Eigentlich war ich ganz zufrieden mit ihm, aber eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Wo ist Ewig jetzt? Was weiß ich. Er hielt sich die ganze Zeit in dem heruntergekommenen Bordell am Hafen auf. Es würde mich nicht wundern, wenn er immer noch mit so einer Ruhe im Bett wäre. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Ich schätze, es sind jetzt etwa zwei Wochen vergangen. Haben Sie dies der Polizei gemeldet? Ja, genau. Du musst ihn wieder einfangen und die Faulen dazu bringen, ihre Arbeit zu erledigen. Aber ich bereue es wieder. Lass ihn tun, was er will. Früher oder später wird ihm klar, dass er ohne kluge Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Er wusste es vorher. Was du nicht sagst. So, ähm... Wissen Sie etwas über den Bauernaufstand? Alles war wie der Sache. Allen berichten zufolge heuerte Großbauer Ona Söldner an, um die königlichen Truppen von seinem Rücken fernzuhalten. Vielleicht war es leid, seine Ernte und seinen Viehpaladinen und Militionären zu überlassen. In der Stadt hört man nur, dass die Lebensmittelpreise steigen. Ona Söldner fliegt weit östlich von ihr. Selbst wenn es zu kämpfen kommt, werden wir hier trotzdem nichts bemerken. Wenn Sie mehr wissen möchten, fragen Sie die Händler auf dem Markt. Sie reisen häufiger auf der Insel herum als ich. Ja, 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 das werde ich machen. Ich gehe hinter Gritaya. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht ums Geld, oder? Sie schuldet dem Kaufmann, Mathieu, 100 Gold. Das darf doch nicht wahr sein. Seitdem diese kleine Schlampe bei mir eingezogen ist, steckte ich in Schwierigkeiten. Sie schuldete fast jedem Kaufmann in der Stadt etwas. Ich musste mir 200 Gold vom Pfandleierlehm allein, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Gritta sollte im Haus sein. Komm schon, frag sie. Aber ich sage es dir gleich. Sie hat kein Goldstück. Wir werden sehen. Ich habe Ärger kommen sehen. So, der Dialog mit Gritta wird wahrscheinlich auch ein Highlight. Da komm, wir reden mal mit so einer normalen Wache hier noch. Warten Sie eine Minute. Warten Sie bitte eine Minute. Was gibt's Neues? Sie sagen, die Bauern würden randalieren. Jetzt, wo wir uns im Krieg mit den Orks befinden, brauchen wir diesen Mist echt. Welche Möglichkeiten habe ich hier in der Stadt? Wenn Sie nicht in einem Graben auf der Böschung stehen möchten, finden Sie sich selbst anständige Arbeit. Fragen Sie in der Innenstadt. Es ist definitiv nicht mein Problem. Wenn Sie vorhaben, hier in der Stadt zu bleiben, sollten Sie sich der Miliz anschließen oder zumindest eine Kampfausbildung absolvieren. Glaubst du es wirklich? In den Kasernen bilden Kampffäre auch normale Bürger aus. Bald werden die Orks kommen. Und dann werden Sie jede Stunde, die Sie auf dem Kasernengeende verbringen, genießen. Was wissen Sie über Pauli? Wo hast du das nochmal her? Ein wenig. Niemand weiß wirklich, warum Sie hier sind. Niemand wird es von mir erfahren. Wir sind auch nicht von der Stadtwache. Sie übernahmen die Kontrolle über die Stadt. Du musst nicht alles glauben, was du hörst. Machen den Gouverneur aus seinem Ratszahl und enthoben ihn von seinem Arbeitsrichter. Wenn Sie mich fragen, ist das so eine gute Sache. Sag nicht, dass du es nicht wusstest. Diese pompösen Aufgaben brauchten dringend eine Lektion in Demut. Glaubst du es wirklich? Ich möchte zur Polizei gehen. Ich habe meine eigene Meinung. Warum glauben Sie, hat Lord André Sie aufgenommen? Ich habe noch etwas anderes gehört. Einfach schnell Waffe und eine Rüstung. Er hat es nicht von mir bekommen. Aber ich meine es ernst. Dann erkläre es mir, sondern Lord André. Es kann in der Kaserne gefunden werden. Ich habe viel gehört. Das legendäre Lord André kann in der Kaserne gefunden werden. Moin Spooky. Oh, hier hängt einfach eine Goldmünze an der Tür. Er hat es nicht von mir bekommen. Und da hängt ein Silberring. Ich werde nichts Neues sagen. So, Greta. Das ist tödlich. Was willst du, Fanda? Wenn sie zum Wetteln gekommen sind, muss ich sie enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Greta. Seit dem Tod meines Mannes kümmere ich mich in den Haushalt meines Onkels, Torben. Du denkst, ich bin besser. Wie geht es Ihnen? Wie immer. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Ich komme von Matthäus. Die Schuld ist ihm immer noch das Gold. Wer ist sein Geld? Wofür? Er schickt mir ein effektes Produkt, schlechten Stoff und schlechte Nähte. Sie haben die Farben gesehen. Es sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist ein Getrug. Ich sage Ihnen, als mein Mann noch regte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein Armer. Niemand wird es von mir erfahren. Alexander, ohne dich jetzt dämlich nennen zu wollen. Nein, ist nicht böse gemeint. Aber merkst du nicht, dass alle Dialoge anders sind? Hier ist doch alles völlig merkwürdig von den Dialogen. Die Aussprache, die Texte. Und falls dich es interessiert, in der Beschreibung habe ich es nochmal zusammengefasst. Ich weiß nicht, warum er so verärgert ist. Weil es heilig ist. Ich denke gar nichts mehr. Was für ein netter Kerl der war. Gut aussehender, fleißiger Kindleman der alten Schule. Wir haben alles Glück, Glück. Manchmal wurden wir sogar in die heiße Zeit hier eingeladen. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. All diese wunderschönen Kleider und Frisuren. Gummettmalzeiten und kulturelle Gespräche. Damals war alles besser. Niemand wagte es, solche lächerliche Forderungen an das Herz der armen Witwe zu stellen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Scham. Was soll ich tun? Die Rente reicht kaum zum Leben und die Zeiten werden nicht besser. Man kann es jetzt überall sehen. Die Leute sollten sparen. Wochen waren vergangen, seit das Schiff die Stadt erreicht hatte. Mein Mann war Kapitän eines Handelsschiffs. Nicht nur Kapitän, das Schiff gehörte ihm. Er brachte mir immer Geschenke von seinen Fernbereisen mit kostbare Stoffe vom Festland. Erlesene Gewürze aus den südlichen Ländern. Die meisten Leute wissen es nicht einmal. Aber eines Tages erhielt ich eine Nachricht über den Untergang der Dritter. Das ist der Name des Schiffes. Mein Mann hatte das Schiff. So heißt meine Liebe. Ich weinte und wehte darum, dass mein Mann die Tragödie überlebte. Jeden Tag hoffte ich, von ihm zu hören. Aber mein Wunsch blieb unerfüllt. Enos kann seine Seele schulen. Er wurde in Frieden. Seitdem lebe ich in diesen bescheidenen Verhältnissen. Und von meinen letzten Ersparnissen. Jetzt will dieser Seelenverkäufer Matheo sie mir wegnehmen. Hab er Barmen mit der armen Frau. Damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh mein Armer. Ich habe viel gehört. Halt die Klappe. Wo ist das Gold? Aber ich habe kein Gold. Ich bin nur eine arme Witwe. Ehrlich gesagt, habe ich es selbst erlebt. Dann verkaufen wir einfach einige deiner Klamotten. Sie müssen eine Menge Dinge in Ihrem Kleiderschrank haben. Wage es nicht, Tyrann. Alles klar. Hier ist das Gold. Tyrann. Bitte schön. Bitte verlassen Sie jetzt mein Haus. Ja Alexander, das ist halt so, dass die Sprachausgabe komplett ins Englisch übersetzt wurde, dann ins Russische, dann zurück ins Englische und dann zurück ins Deutsche. Und deswegen ist das so, wie es ist. Und hallo Annika. Wir verkaufen bar von deinen Klamotten. Tür an. Hier sind deine 100 Gold. Und? Hat sie Probleme verursacht? Es gibt keine, die es wert wären erwähnt zu werden. Gut. Sie haben also ihren Teil der Abmachung erfüllt. Helfen Sie mir, von einem der Master als Student angenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde meinen Teil der Abmachung einhalten. Andere Meister werden von mir nur das Beste von dir hören. Schön. Da freue ich mich doch. Ich stimme mit Ihnen ein. Also Gritta hat immer nur 5 HP, damit man sie mit einem Schlag umhauen kann für die Quest. Weil die NPCs sind nicht random. Die ganzen Monster sind aber random, Christopher. Willkommen in meinem Shop, Fremder. Ich bin Bospa. Sag mir nicht, dass du schleifen und verkaufe Pelze. Was hat sie nach Corinne ist geführt? Niemand will deine Mangel. Wie aus Bogen einfach schleifen wurde. Ich stimme mit Ihnen ein. Nieder mit der Waffe. Nieder mit der Waffe. Oh, schau. Es funktioniert. Die sollen da ruhig sein, da draußen. Ich muss mich hier mit Bospa, dem Schleifenproduzenten, unterhalten. Zeigen Sie mir Ihr Produkt. Du hast aber echt schöne Schleifen hier. Ich glaube, ich kaufe mir mal die Bolzen. Ich habe gehört, dass du ausgeraubt wurdest. Von wem hast du es gehört? Wahrscheinlich Bartok, oder? Hattest du etwas Besseres zu sagen? Spielt keine Rolle. Ich kann dir sagen, wenn ich diesen Bastard erreiche, ist er an der Reihe. Ich war eine Weile nicht im Laden. Als ich zurückkomme, sehe ich ihn einfach gehen. Mit meinem Bogen über meiner Schulter. Ich rief sofort den Sicherheitsdienst an. Aber der Mistkerl rannte zum Hafen. Und dann rannte er vor ihnen davon. Also habe ich ihm den Hintern angezündet und sie haben die ganze Böschung abgesucht. Aber sie fanden nichts. Diese inkompetenten Gerichtsvollzieher. Ich wette, mein Bogen ist immer noch irgendwo in der Stadt. Ich alarmierte die Wachen an beiden Städtoren und sie sahen niemanden mit meinem Bogen herauskommen. Wenn ich diesen Bastard erwische. Ja, Asonic ist schon klar. Aber ich meine nur, wie random das manchmal ist. Weil manchmal sagen die es ja richtig. So, jetzt hat er ja auch ein paar Mal Bogen gesagt. Dann auf einmal schleifen. Oder eben wurde ja auch aus Schlössern Burgen und so. Das ist halt manchmal so eine direkte Übersetzung. Ich muss das obere Viertel. Zu den Paladinen? Du kannst es aus deinem Kopf verbannen. Sie müssen hier ein angesehener Bürgersammt oder zumindest einen anständigen Job haben. Als Fremder können sie dort nicht eintreten. Mir ist auch aufgefallen. Mir ist auch aufgefallen. Ich suche Arbeit. Hm. Ich könnte einen neuen Schüler gebrauchen. Ihr Vorgänger hat vor zwei Tagen seinen Job gekündigt. Wissen Sie etwas über die Jagd? Also. Ich kann Ihnen beibringen, wie man Tiere häutet. Für jeden Fels, den ihr mir bringt, werde ich gut bezahlen. Ich möchte mit dir als Student durchstarten. Warum hat der Student seinen Job gekündigt? Er hat mir gerade gesagt, dass es da draußen zu gefährlich wird. Wenn Sie wirklich interessiert sind, können Sie ihn selbst fragen. Sein Name ist Bartok und er hängt wahrscheinlich in der Kneipe Koragon herum. Gehen Sie von der Schmiede aus durch die Unterführung und dann direkt dorthin. Night Thrower. Ja, hi. Und das ist wirklich eine sehr nette Mod. Viel Spaß hatten wir, glaube ich, alle schon lange nicht mehr mit Gothic. Obwohl Gothic ja fantastisch ist. Ich möchte mit dir als Student durchstarten. Bevor ich dich nehme, muss ich natürlich wissen, ob du überhaupt gebraucht wirst. Was ist, wenn ich mit einem der anderen Master beginnen möchte? Unsinn! Arada und Matteo haben bereits Schüler. Konstantino, Alchemist, Einzelgänger. Den haben jahrelang keine Studenten auf. Was ist mit Torben? Jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er konnte dich wahrscheinlich nicht einmal bezahlen. Im Gegenteil. Ich brauche dringend einen Lehrling. Und ich weine auch gut. Aber es spielt keine Rolle, mit wem Sie beginnen möchten. Sie brauchen die Zustimmung aller anderen Handwerker der Unterstadt. Er weint auch gut. Kann ich Ihre Genehmigung einholen, mit einem der anderen Master zu beginnen? Hm. Buskett, ich werde zustimmen. Aber unter einer Bedingung. Erledige etwas Arbeit für mich. Dann können Sie mit Sicherheit sagen, ob Ihnen mein Tradin gefällt oder nicht. Und wer weiß. Vielleicht wird es dir am Ende gefallen und du bleibst bei mir. Wenn Sie gut genug sind, sich mir anzuschließen, sind Sie auch gut genug für alle anderen hier. Okay. Was kann ich für dich tun? Ich werde dir beibringen, wie man Tiere häutet und du wirst mich verstehen. Wir sprechen. Ein halbes Dutzend Wolfsfälle. Dann weiß ich, dass sie ihr Handwerk beherrschen. Wenn es nicht ewig dauert und die Fälle in Ordnung sind, kannst du bei mir anfangen. Oder dann von einem der anderen Meister. Wenn du es wirklich willst. Okay. Bring mir bei, wie man Tiere häutet. Gut. Hören. Im Grunde ist es ganz einfach. Man nimmt eine scharfe Klinge und schneidet dem Rind den Bauch auf. Noch ein paar kleine Schnitte an der Seite der Beine, dann kann man es entfernen. Bring mir die Wolfsfälle und wir werden sehen. Was für ein Rind. Was gibt's Neues? Ich hoffe, dass die Miliz endlich versteht, warum die Bevölkerung von Korinus zurückgeht. Man muss um sein Leben fürchten, wenn man hört, dass schon so viel verloren ist. Was gibt es hier Interessantes zu sehen? Auf dem Markt können sie alle Arten von Warn sehen. Ah ja. Wer sind die wichtigen Persönlichkeiten dieser Stadt? Halla Diene übernahm das obere Viertel. Du denkst, ich bin besser. Du denkst, ich bin besser. Er hat es nicht von mir bekommen. Hallo du. Ich selbst habe nicht daran gedacht. Ihre Nichte hatte 100 Goldmünzen bei sich. Was? Diese kleine Schlange. Es war mein Gold. Sie nahm es von meiner Brust. Gib es mir zurück. Zuerst muss ich Lema bezahlen. Matteo kann sein Geld später bekommen. Es ist schon lange bekannt. Hier ist dein Gold. Danke. Das gibt mir zumindest etwas von dem, was ich Lema schulde. Ich kann nicht glauben, dass ihm ein Gold gestohlen hat. Er wusste es vorher. Okay. Wie ist die Situation? Jetzt ist es ruhig. Nur Banditen außerhalb der Stadt bereiten uns Probleme. Was wissen Sie über Banditen? Sie stammen alle aus der verdammten Ninen-Kononie. Aber es gibt eine Reihe von Splitter-Gruppen. Einige versteckten sich in den Bergen. Andere schlossen sich den Großbauern Ona an. Doch die größten Probleme bereiten Banditen, die sich in der Stadt herumtreiben. Ihretwegen wagt keiner der Kaufleute mehr, über die Stadt Torrenos zu gehen. Woher kamen die Banditen, die meinen Haftbefehl hatten? Wir haben sie in der Nähe eines großen Bauern abgeholt. Aber sie waren nicht wie Onas Leute. Ich glaube, sie gehören zu einer kleinen Gruppe, die sich in den Bergen irgendwo in der Nähe von Onas Farm versteckt. Aber wenn sie dorthin gehen, muss ich sie warnen. Schläger kümmern sich um jeden. Ich werde es auswendig lernen. Okay. Neu in der Stadt, oder? Mein Name ist Brian. Ich bin ein Schüler von Meister Harad. Guten Abend, äh, Wolfsmantel. Wie ist es, ein Schmiedelehrling zu sein? Warum, fragst du? Willst du mein Nachfolger werden? Vielleicht. Warum nicht? Bald werde ich meine Ausbildung beenden und dann die Stadt verlassen. Aber es liegt nicht an Harad. Er ist ein guter Meister. Ich habe viel von ihm gelernt. Warum willst du die Stadt verlassen? Wenn die Leute hier gehen, mir echt auf die Nerven. Vor allem andere Meister. Ich erinnere mich daran, was für eine Aufregung es war, Schüler Harads zu werden. Tatsächlich hatte jeder Obachlose etwas dazu zu sagen. Ich möchte selbst entscheiden können, wen ich in die Lehre nehme und wen nicht. Das wäre schon cool, wenn die Leute auch wirklich Random Größen hätten noch mit dem Randomizer. Also theoretisch wäre das umsetzbar. Und dann könnte der Großbauer ONA wirklich sehr, sehr groß sein. Das wäre schon irgendwie sehr direkt, aber auch sehr lustig. Wer sind die anderen Meister? Nun, da sind Torben, der Zimmermann, Bospa, der Bogenschütze, Konstantino, der Alchemist und Matteo. Er stellt Rüstungen her, ist aber in erster Linie ein Händler. Alle Eigentümer haben ihre Häuser hier an der Straße. Konstantinos Laden befindet sich in der Unterführung zum Tempel. Erzähl mir mehr über Meister Harada. Er ist dieser Tage nicht besonders gut gelaunt. Die Paladine kamen vor ein paar Tagen und befahlen ihm, Schwerter für sie zu schmieden. Sie verboten ihm sogar, seine Schwerter an jemand anderen zu verkaufen. Jetzt arbeitet er Tag und Nacht, um die Arbeit so schnell wie möglich zu erledigen. Ja, Alistair, wir haben ja in der Little Hero Mod schon gesehen, dass es geht, ne? Und du könntest ja sagen, dass, sag ich mal, von 0,5 bis, sag ich mal, Größe 2 alles dabei ist. Dann hast du genug Variationen, ne? Und das wäre auch noch möglich. Wenn die zu groß werden, würden sie ja nicht mehr in die Häuser passen und so. Aber ich denke, von 0,5 bis 2 wäre schon sehr lustig. Dann hättest du so richtig kleine Leute und richtig große. Und Ressa, wie ich sehe, äh, 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 hast den gleichen Gedanken, ne? Kann ich bei Ihnen Waffen kaufen? Nicht wirklich. Ich bin nur ein Assistent. Die in dieser Schmiede hergestellten Waffen werden von der Miliz abgeholt und zu den Türmen gebracht. Dort werden sie gespeichert. Aber wenn es mit dem Schmieden selbst zusammenhängt, kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen. Was kann ich von Ihnen bekommen? Ich könnte Ihnen Rohlinge zum Schmieden verkaufen. Ich glaube, ihm ist nicht bewusst, dass er kein guter Lehrling ist, oder? Wollen wir eigentlich den Wolfszahn her? Das kann nicht ewig so weitergehen. Worüber sollte ich mir sonst noch Sorgen machen? Was willst du? Ich suche Arbeit. Hm. Ich könnte einen neuen Schüler gebrauchen. Rian wird bald seine Ausbildung beenden und dann die Stadt verlassen wollen. Du bist gut? Wenn du meinst, kann ich vortäuschen. Nein. Ich glaube nicht. Früher oder später werden die Orks die Stadt belagern und dann werden hier nur noch Menschen gezählt, die unsere Stadt verteidigen können. Und ich werde niemanden als Student akzeptieren, der mich beschämen würde, mit Frauen und Schurken aus der Stadt zu fliehen, anstatt hier mit Männern eine Festung zu unterhalten. Ja, Alistair, also die Voice-Pitch habt ihr bestimmt schon drin, ne? Dass das wieder random dabei ist dann. Und Night Thrower, ich habe den Untoten Drachen nicht besiegen können. Also wahrscheinlich hätte es irgendwann nach ein paar Stunden geklappt, aber ich hatte keinen Bock mehr. Dann habe ich einfach gecheatet. Ich bin kein Penner. Ich bin kein Penner. Das sind große Worte. Kannst du es auch mit großen Taten beweisen? Was meinst du? Bringt mir eine Orkwaffe. Orks wurden in der Nähe der Stadt gesehen. Wenn sie Glück haben, müssen sie nicht einmal weit gehen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen aufzuspüren, werde ich dich als Lehrling einstellen. Vorbehaltlich der Zustimmung anderer Meister. Okay. Reden wir noch einmal über Orks. Was? Moin Solo. Dein Ork ist fast fertig. Gut, dann verschwenden sie keine weiteren Worte, sondern lassen sie die Taten sprechen. Joa, die haben ja die Orkwaffe schon. Kann ich als Lehrling bei einem anderen Meister beginnen? Es ist möglich, als andere Meister zu stimmen. Allerdings werde ich ihnen meine Stimme erst geben. Wenn sie beweisen, dass sie etwas wert sind. Das habe ich immer gesagt. Äh, Fio, beste Grüße an deine Frau. Hallo. Oh, ja, hier. Ich habe die Orkwaffe, die du wolltest. Zeigen Sie mir. Eine solche Waffe habe ich schon lange nicht mehr in den Händen gehalten. Damals war ich Soldat in den Orkregen. Das waren schwere Zeiten, das sage ich. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Ich bin der Eindruck. Ich auch. Kann ich als Lehrling bei einem anderen Meister beginnen? Du bist ein guter Mensch. Ich werde ihnen meine Zustimmung geben. Rian wird es tun. Bleib eine Weile hier. Und ein starker Kerl wird seinen Platz einnehmen. Ja, alles der. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr geil. Niemand wird es von mir erfahren. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Sag es mir nicht. Was willst du? Hier ist nichts umsonst. Ich selbst habe nicht daran... Ich habe nie gehört. Ich gehe mal hier kurz pennen, damit die nicht ganz seit dem Hintergrund da rumlabern. Niemand will es wissen. Das weiß von dir. Ja, Buschtroll, du bist zwar jetzt live dabei, aber ich werde in ein paar Minuten werde ich dann offgehen, weil ich schon jetzt über vier Stunden streame. Ein paar Minuten noch. Ja, Solo, das ist genau das gleiche als Sonic vorhin auch schon gesagt. Das ist die Albandi-Version. Äh. Ich möchte mit Ihnen als Student beginnen. Bei mir? Nein. Früher hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, mit einem Studenten zu tun zu haben. Ich habe Jahre damit verbracht, ihn zu erziehen, und der arme Idiot wurde vergiftet. Beginnen Sie mit einem der anderen Meister. Äh, Hannes, äh, auch das gleiche zu dir. Du hast es jetzt mal live geschafft. Moin. Schön, dass du da bist, aber ich werde in wenigen Minuten aufhören, weil ich schon vier Stunden am Streamen bin. Was muss ich tun, damit Sie mich als Student aufnehmen können? Hm. Ich möchte keinen weiteren Dilettanten auf meinem Gewissen haben. Es gibt eine Vielzahl an Kräutern, die in unterschiedlichsten Variationen unterschiedlichste Wirkungen entfalten. Wahrscheinlich kennen Sie nicht einmal die Hälfte davon. Hm. Hier. Dies ist eine Liste der wichtigsten Pflanzen. Bringt mir von jeder Pflanzenart eine... Und ich überlege, euch als Lehrling aufzunehmen. Ja, Hannes, du kannst dir ja das VOD angucken, wenn du Interesse hast, ne? Auf der Kanalseite unter live findest du die ganzen Livestreams. Die werden ja mal hochgeladen. Ich suche Heilung. Warum bist du verletzt? Nicht wirklich. Dann geh da raus, sonst bekommst du eine weitere Verletzung. Junge, der Opa ist ganz schön grimmig. So. Alchemistische Kräuter. Hier stehen sie ja sogar halbwegs richtig, ne? Anmerkung, verlasse einen Schüler. Der Schüler bringt die Pflanzen mit. Dann wissen sie, ob es ihm gut geht. Hallo, Zuriss. Haben wir schon alle? Wegen der Pflanzen. Wenn du es nicht alleine schaffst, bist du als Alchemist nutzlos. Ich habe alle Pflanzen, die ich dir mitbringen muss. Was? Sie machen Witze. Aber noch. Eigentlich ist alles da. Schließlich kann man immer noch einen nützlichen Alchemisten abgeben. Ich möchte mit einem der anderen Meister beginnen. Sind sie hier, um meine Zustimmung einzuholen? Hm. Soweit ich weiß, können sie mit jedem beginnen, den sie möchten. Hannes, da kannst du dich bei YouTube bedanken. In dem Fall kann man einfach einstellen, dass man die Streams automatisch hochlädt. Die müssen dann noch verarbeiten, aber dann kann man den ein Tag, spätestens zwei Tage später, auch schön gucken. Aber erst muss man den, also muss der erst verarbeiten, ne? Zeigen Sie mir Ihr Produkt. Zeigen Sie mir Ihr Produkt. Nee, die Dialoge sind nicht random OB. Du kannst sie mal in der Beschreibung nachlesen. Die wurden, oder Udo hat es ja schon geschrieben. Die wurden ins Englische, dann ins Russische, zurück ins Englische und dann zurück ins Deutsche übersetzt. So, liebe Leute, ich glaube, jetzt werde ich für heute dann Feierabend machen. Wir können aber gerne morgen weitermachen mit dieser Mod. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß daran, aber jetzt sind wir schon bei über vier Stunden. Es ist gleich 8 Uhr. Ich werde mich dann jetzt verabschieden. Vielen Dank fürs Dabeisein. Morgen werden wir sicher genauso viel Spaß haben wie heute. Und ja, danke nochmal auch an Ressa und an Neo. Ja, und Trust No Real, du hast es gerade noch geschrieben. Ich wünsche euch was, ne? Macht's.